Siebter Teil. Dann kam der Oktober mit frohem Schein. Edmund Spencer, die Feenkönigin. Und ließen nie in ihrem Wirken nach. Edmund Spencer, die Feenkönigin. Erfolg, das hatte Common Strike schon vor langer Zeit begriffen, war ein zweischneidiges Schwert. Nicht zum ersten Mal richtete sich das Augenmerk der Medien auf die Detektei, und auch wenn es öffentliche Lob schmeichelhaft und gewiss gute Werbung war, so war es gleichzeitig, wie jedes Mal, der Arbeitsfähigkeit der Partner abträglich. Robin, deren Privatadresse die Presse in Bindeseile ermittelt hatte, flüchtete vorübergehend zu Vanessa Aquensee und konnte mithilfe mehrerer Perücken und geschickter Maskenbildnerei zumindest teilweise weiterarbeiten, sodass Barkley und Hutchins nicht alles allein abfahren mussten. Strike hingegen musste erneut bei Nick und Ilsa Zuflucht suchen, wo er sich einen Bart stehen ließ und die freien Mitarbeiter per Telefon koordinierte. Nur Pat Chauncey hielt in der Denmark-Street die Stellung, kümmerte sich um Verwaltungsaufgaben und schloss Tag aus Tag ein die Detektei mit stoischem Gleichmut auf und wieder zu. Kein Kommentar, hier könnte ich alle davon machen, krächzte sie zweimal am Tag dem Journalisten-Rude zu, das sich in der Denmark-Street herumtrieb. Nach der Entdeckung einer einbetonierten Frauenleiche in einer ruhigen Wohnung in Clerkenville, sowie der Barkung des Skeletts eines weiblichen Teenagers und der Bauschutt in einem stillgelegten Brunnen in Islington, wollte das öffentliche Interesse nicht so schnell wieder abkringen. Die Story hatte zu viele spannende Aufhänger. Die getrennten Ausgrabungen und die Identifikation der stablichen Überweste von Marco Bambero und Louise Tucker. Kommentare zweier trauernder Familien, die kaum wussten, ob sie eher erleichtert oder bestürzt sein sollten. Die Profile zweier völlig unterschiedlicher Mörder und natürlich die Privatdetektive, die jetzt weithin als talentierteste der Hauptstadt galten. Das war zwar schmeichelhaft, doch Streik war keineswegs erbaut darüber, wie die Presse Gregory Terbert. Was würden sie antworten, wenn ihnen jemand erklärte, dass ihr Vater Blut an den Händen hatte? Und Dennis Schupter, bereuen sie, Janice Beatty eine so glänzende Beurteilung geschrieben zu haben, zusetzte, und wie die verängstigten, fassungs- und pätzlich wohnungslosen Effens von echten Sozialarbeitern aus ihrer Wohnung geführt wurden. Carl Ogden hatte einen Kurzauftritt in der Daily Mail und pries sich als Experte für Streik und Marco Bambero an. Doch da der Artikel mit den Worten aufmachte, der verurteilte Betrüger Carl Bryce, Sohn der damaligen Praxissekretärin Dorothy, war sein Ruhm erwartungsgemäß von kurzer Dauer. Streiks Vater hingegen wies nur zu gern ein weiteres Mal auf seine Verbindung zu dem Detektiv hin und ließ über seinen Pressesprecher verlautbaren, wie stolz er auf seinen ältesten Sohn sah. Kochen vor Zorn ignorierte Streik alle Bitten um einen Kommentar. Dennis Creed, bis dahin die Hauptfigur in Einmeldungen, die auch nur entfernt mit seinen Taten zu tun gehabt hatten, wurde diesmal fast zu einer Fußnote degradiert. Janice Beatty hatte ihn in den Schatten gestellt, nicht nur in der Anzahl ihrer mutmaßlichen Opfer, sondern auch, weil sie sich um Jahrzehnte länger allen Ermittlungen entzogen hatte. Aufnahmen aus ihrem Wohnzimmer in der Nightingale Glove sickerten durch an die Presse, die sich sofort auf die gerahmten Fotos der Toten an der Wand, auf die Ordner mit den nachrufenden Vitrinenschrank und die von Streik hinter dem Sofa entdeckte Spritze, das Zellophan und den Föhn stürzte. Forensiker schleppten kistenweise Medikamente und Giftvorräte aus ihrer Küche hinaus auf die Straße, und die inzwischen giftgränige, taufte, rosenwangige, seberhaarige Pflegeschrester blinzelte leidenschaftslos in die Kameras, als sie ins Gerichtsgebäude geführt und in Haft genommen wurde. Gleichzeitig konnte Streik kaum eine Zeitung aufschlagen oder den Fernseher anmachen, ohne dass ihm Brian Tucker entgegenblickte, der jedem, der mit ihm schweichen wollte, ein Interview gab. Mit gebrochener Stimme kauerte und frohlockte er abwechselnd, pries Robin und Streik in höchsten Tönen und erklärte der Welt, dass sie den Ritterschlag verdient hätten. Oder, wie immer das bei Frauen heißt, Erhebung in den Stand einer Dame, murmelte die mitführende blonde Moderatorin, die Tuckers zitternde Hand hielt. Er weinte, wenn er sich an seine Tochter erinnerte, beschrieb die Vorbereitungen für ihre Beisetzung, kritisierte die Polizei und teilte aller Welt mit, dass er Luises Leiche schon immer in diesem Brunnen vermutet habe. Streik freute sich zwar für den alten Mann, wünschte sich aber dennoch zu Tuckers und seinem Besten, dass Tucker irgendwo in aller Stille weitertrauen möge, statt die Sofas unzähliger Fernsehstudios platz zu setzen. Das anfänglich dünne Rennseil von Angehörigen, die Gewissheit haben wollten, woran ihre geliebten Verwandten in Janice Obhut gestorben waren, wuchs bald zu einer Sturzflut an. Es wurden Exhumierungen angeordnet und Irene Hickson, deren Küchenschränke von der Polizei ebenfalls ausgeräumt worden waren, wurde ausführlich in der Daily Mail portrattiert, in ihrem überladenen, rüschengeschmittenen Wohnzimmer sitzend, flankiert von zwei üppigen Töchtern, die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten waren. Jan war schon immer eine femme fatale, aber sowas hätte ich nie gedacht, nie, und ich dachte, sie wäre meine beste Freundin. Ich weiß nicht, die ich so blind sein konnte. Sie hat oft für mich eingekauft, wenn ich nach einem Besuch bei meiner Tochter nach Hause kam. Dann habe ich was von den Sachen gegessen, die sie mir in den Kühlschrank gestellt hatte, wurde kannt, rief sie an und fragte sie, ob sie vorbeikommen könnte. Wahrscheinlich ist es bei mir gemütlicher als bei ihr. Jedenfalls blieb sie gern über Nacht. Und manchmal habe ich ihr auch Geld gegeben. Bestimmt bin ich nur deshalb noch am Leben. Ehrlich, ich weiß nicht, ob ich über den Schott je hinwegkomme. Ich kann nicht mehr schlafen, mir ist ständig übel. Die ganze Zeit zermartere ich mir den Kopf. Ich blicke zurück und frage mich, wieso hast du das nicht gesehen? Und falls sich herausstellt, dass sie auch Larry umgebracht hat, den armen Larry, mit dem Eddie und ich sie zusammengebracht haben, dann weiß ich nicht, wie ich damit leben soll. Ehrlich, das ist ein einziger Albtraum. Sowas erwartet man nicht von einer Kantenschwester, oder? Und zumindest in diesem Punkt musste Strike Irene Hickson recht geben. Er fragte sich, warum er so lang gebraucht hatte, bis er ein Alibi überprüft hatte, das vom ersten Tag an fahrtenscheinig geklungen hatte, und warum er Janice unbesehen geglaubt hatte, obwohl er praktisch alle anderen Aussagen überprüft hatte. Widerwillig kam er zu dem Schuss, dass er sich genau wie die Frauen, die bereitwillig in Dennis Kriet's Lieferwagen gestiegen waren, von einer betont zur Schau gestellten Weiblichkeit hatte blenden lassen. So wie Kriet sich hinter der femininen, sanftmütigen Fassade versteckt hatte, hatte Janice die Maske der Pflegerin, der selbstlosen Versorgerin, der mitfühlenden Mutter getragen. Strike hatte ihr scheinbar bescheidenes Wesen als wohltuenden Kontrast zu Irines Schwarzhaftigkeit empfunden, genau wie ihre Sanftheit gegenüber der Gehässigkeit ihrer Freundin. Dabei war ihm klar, dass er diese Eigenschaften viel eher hinterfragt hätte, während sie ihm bei einem Mann begegnet. Zehres ernährt und beschützt, Krebs ist freundlich, instinktiv, beschützend. Eine heftige Dosis setzt, Kritik trübte Strikes Feierlaune, was wiederum Ilsa und Nick irritierte, denen jeder Zeitungsbericht über den neuesten und größten deliktivischen Kuh ihres Freundes größte Freude bereitete. Währenddessen wartete Anna Phipps auf eine Gelegenheit, Strike und Robin persönlich zu danken, doch die beiden Partner wollten sich erst mit ihr treffen, wenn sich der schlimmste Presserumme gelegt hätte. Volle zwei Wochen, nachdem Markus' Leichnam gefunden worden war, erklärte sich der übervorsichtige Strike, dessen Bart bis dahin ordentlich gewachsen war, endlich zu einem Treffen bereit. Robin und er hatten zwar täglich miteinander telefoniert, sich aber nicht persönlich gesehen, seit sie den Fall gelöst hatten. Regen klatschte gegen das Fenster von Nicks und Ilzas Gästezimmer als dreizig Amborgen anzog. Als er sich eine Socke über den falschen Fuß zog, piepte auf dem Nachttisch sein Handy. Er rechnete mit einer Nachricht von Robin, vielleicht eine Bahnung, dass die Presse auch Annas und Kims Haus belagerte. Stattdessen leuchtete ihm Charlottes Name entgegen. Hallo, Bluey. Ich dachte, Jago hätte dieses Handy weggeworfen, aber ich habe es ganz hinten in einem Schrank entdeckt. Du hast also wieder ein Wunder verbracht. Ich habe alles über dich gelesen. Ich wünschte mir, sie hätten ein paar anständige Bilder von dir abgedruckt, aber ich vermute, du bist froh, dass sie es nicht getan haben. Jedenfalls Glückwunsch, wo es ein gutes Gefühl sein ist, ein zu beweisen, die nicht an die Detekteile geglaubt haben. Wozu ich wohl auch gehört habe. Ich wollte, ich hätte dich besser unterstützt, aber dafür ist es zu spät. Ich weiß nicht, ob du dich freust, von mir zu hören. Wahrscheinlich nicht. Du hast nie im Krankenhaus angerufen, und falls doch, hat es mir niemand erzählt. Vielleicht hättest du dich insgeheim gefreut, wenn ich nicht überlebt hätte. Ein weiteres gelöstes Problem, und du magst es, wenn sich Probleme lösen. Glaub nicht, dass ich dir nicht dankbar wäre. Das bin ich, oder ich werde es eines Tages sein. Aber ich weiß, dass du das auch für jeden anderen getan hättest. Das ist dein Kodex, oder? Und ich wollte immer was Besonderes von dir, etwas, was du für niemanden sonst tätest. Komisch. Inzwischen weiß ich es zu schätzen, wenn die Menschen offen und ehrlich sind. Aber auch dafür ist es zu spät, oder? Jago und ich trennen uns, nur will er das noch nicht so nennen, weil es nicht gut aussieht, die selbstmordgefährdete Ehefrau zu verlassen, und kein Mensch würde glauben, dass ich ihn verlasse. Was ich zuletzt zu dir gesagt habe, war übrigens mein Ernst, und wird es immer sein. Strike setzte sich wieder auf das Gästebett, ein Fuß mit Socke, der Ander nackt. Das fahle Dicht des Regentags fiel auf das Handy-Display und reflektierte sein dartiges Gesicht, während er grimmig auf den Text hinaufstarrte, der so typisch Charlotte war, dass Strike ihn selbst hätte schreiben können. Die scheinbar resignierte Fügung in ihr Schicksal, die Versuche, ihn zu einer Antwort zu bewegen, ihrer als Waffe eingesetzte Verletzlichkeit. Hatte sie Jago tatsächlich verlassen? Wo waren die bald zweijährigen Zwillinge? Ihm ging durch den Kopf, was er ihr alles schreiben könnte, womit er ihr Hoffnung machen könnte, dass er im Krankenhaus aber anrufen wollen, dass er seit ihrem Suizidversuch wiederholt von ihr geträumt habe, dass sie immer noch seine Fantasien beherrscher und er diese Macht vergeblich zu brechen versucht habe. Er überlegte, ob er ihre Nachricht ignorieren sollte, aber gerade als er das Handy weglegen wollte, änderte er seine Meinung und tippte Buchstabe und Buchstabe seine knappe Antwort. Du hast recht, ich hätte das auch für jeden anderen getan. Mann, trotzdem bin ich froh, dass du noch am Leben bist. Allerdings musst du jetzt für dich und deine Kinder weiterleben. Ich werde meine Nummer ändern. Pass auf dich auf. Er las seine Antwort noch einmal durch, bevor er sie abschickte. Zweifellos wurde sie die Worte als Schlag ins Gesicht empfänden, aber er hatte seit ihrem Suizidversuch nachgedacht. Jahrelang hatte er sich vorgemacht, dass er seine Nummer nicht ändern wollte, weil zu viele Bekannte sie hätten, doch letztendlich hatte er sich eingestanden, dass er eine letzte Verbindung zu Charlotte hatte aufrecht erhalten wollen, weil er sich hatte sicher sein wollen, dass sie in Ebene so wenig vergessen könnte, wie er sie. Es war an der Zeit, diesen letzten dünnen Faden zu kappen. Er drückte auf Senden und zog sich an. Nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass Nix und Ilses zwei Katzen sicher in der Küche eingeschlossen waren, verdieß er das Haus. Während er durch den Wegen die Straße entlang ging, erreichte ihn eine weitere Nachricht von Charlotte. Ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so neidisch wie jetzt, gerade auf dieses Mädchen Robin. Diese Nachricht beschloss Strike zu ignorieren. Er hatte sich absichtlich früh auf den Weg zum U-Bahnhof Clapham South gemacht, weil er noch rauchen wollte, ehe Robin ihn auflas, und sie gemeinsam das kurze Stück zu Annas und Kims Wohnung fuhren. Unter dem Vordach zündete er sich eine Zigarette an und hielt den Blick auf die Reihe von Fahrrädern in einer schlammigen Ecke des Clapham-Kommen gerichtet, wo die ockerblättrigen Bäume im Regenguss zitterten. Er hatte gerade erst ein paar Züge getan, als das Handy in seiner Tasche klingelte. Entschlossen, nicht zu antworten, falls es Charlotte wäre, zog er es heraus und sah Powulfs Namen. Alles in Augen umhug? Er ist immer noch ein offenes Ohr für die kleinen Leute, was, Charlotte? Nein, zwei Minuten kann ich für dich abzwacken. Strike sah in den Regen hinaus. Die Leute sollen nicht denken, ich hätte die Verbindung zum einfachen Volk verloren. Wie steht's? Wir kommen übers Wochenende nach London. Paul Wolf klang so enthusiastisch, als stünde ihm eine Darmspiegelung bevor. Ich dachte, London sei das Herz allen Übels. Nicht meine Entscheidung. Ross hat Geburtstag. Sie will ihn mit knackten König der Löwen und den Chafaga-Square an den ganzen Scheiß sehen. Falls er eine Übernachtungsmöglichkeit braucht, ich hab nur ein Zimmer. Ja, mein Airbnb gebucht. Übernächstes Wochenende. Wollt du wissen, ob du Zeit für ein Paint hast? Du könntest eine Robin mitbringen, dann hat Penny auch jemanden zum Reden. Es sei denn, keine Ahnung, die Scheiß-Queen hat einen Job für dich. Hat sie. Aber ich hab ihr erklärt, dass unsere Warteliste voll ist. Ich würd mich freuen, sagte Strack. Was gibt's sonst Neues? Nichts, antwortete Paul Wolf. Hast du gesehen, wie sie die Schotten eingeschissen haben? Ein Stück entfernt entdeckte er Robins alten Land Rover. Als Strike keine Lust hatte, sich wieder über kätischen Nationalismus auszutauschen, sagte er, Wenn du es einscheißen nennen willst, dir an. Also, ich muss Schuss machen. Robin holt mich ab. Ich wuf später zurück. Er schnippte seine Zigarette in den nächstbesten Gulli und war zum Einsteigen bereit, sobald Robin anhielt. Morgen, wünschte sie ihm, wenn ein Streit sich auf den Beifahrersitz wuchtete. Bin ich zu spät? Nein. Ich war zu früh dran. Netter Bart, sagte Robin und lenkte den Wagen vom Bordstein weg. Er hat was von einem Guerilla-Einführer, der eben einen erfolgreichen Coup gelandet hat. Tch, ich fühl mich auch wie einer. Tatsächlich empfand er jetzt endlich in Robins Nähe jenes Triumphgefühl, das ihm seit Tagen versagt geblieben war. Bei das Pet, fragte Robin, an Telefon? Nein, Paul Wolf. Er kommt übernächstes Wochenende nach London. Ich dachte, er hasst London. Tch, tut er auch, aber seine Tochter will unbedingt her. Er will dich kennenlernen, aber ich würde dir davon abraten. Wieso? Robin fühlte sich geschmeichelt. Frauen können Paul Wolf im Allgemeinen nicht leiden. Ist er nicht sogar verheiratet? Seine Frau kann ihn auch nicht leiden. Robin lachte. Wieso hätte Pat mich anrufen sollen? Fragte Streik. Ich hab eben mit dir telefoniert. Miss Jones ist außer sich, weil sie keine persönlichen Updates mehr von dir bekommt. Ich hof sie später bei FaceTime an, sagte Streik, während sie den Kommen durchquerten und die Scheibenwischer vor sich hin ackerten. Vielleicht hab ich Glück und der Bart schreckt sie ab. Manche Frauen stehen auf Bärte, sagte Robin, und Streik fragte sich unwillkürlich, ob Robin dazugehörte. Sieht aus, als hätten Hutchins und Bark die Dovys Geschäftspartner aufgespürt, sagte er. Ja, sagte Robin, wagt er schon angeboten, persönlich nach Mallorca zu fliegen und sich dort umzusehen. Na klar. Unser Termin am Montag für das gemeinsame Gespräch mit der neuen Mitarbeiterin steht? Mit Michelle? Hundertprozentig, sagte Robin. Hoffentlich können wir bis dahin wieder ins Büro. Robin bog in die Kai Road ab. Nirgends war Naporter zu sehen, und so parkte sie direkt vor einem zu zwei Wohnungen umgebauten viktorianischen Reihenhaus. So wie Streik den Klingelklopf mit der Aufschrift »Fit Sullivan« drückte, hörten sie Schritte, und Anna Fitz öffnete im selben formlosen blauen Jumpsuit mit weißen Sneakers wie damals in Farmhift die Tür. »Kommen Sie ein«, sagte sie lächelnd und wich zur Seite aus, damit sie den kleinen Bereich am Fuß der Treppe betreten konnten. Die Dealer war weiß gestrichen, an der Wand hing eine Serie abstrakter, monochromer Drucker, das Fächerfenster über der Tür legte Fletten aus Licht auf die blanke Holztreppe und Robin musste unwillkürlich an das Pflegeheim St. Peters und an den lebensgroßen Jesus denken, der dort über den Eingang wachte. »Ich gebe mir alle Mühe, nicht zu weinen«, sagte Anna leiser, als hätte sie Angst, sie könnte belauscht werden, »aber den guten Vorsatz zum Trotz standen schon jetzt Tränen in ihren Augen.« »Tut mir leid, habe ich. Ich würde sie wirklich gern umarmen«, sagte sie und tat es prompt. Erst Robin, dann Streik. Halb lachend, halb kopfschüttelnd trat sie einen Scherz zurück und wischte sich die Tränen ab. »Ich kann Ihnen gar nicht sagen. Wie dankbar ich bin, was Sie mir gegeben haben«, Sie machte eine hilflose Geste und schüttete wieder den Kopf. »Es ist so seltsam. Einerseits bin ich unglaublich glücklich und erleichtert, gleichzeitig tauche ich. Können Sie das verstehen?« »Absolut«, sagte Robin und Streik grunzte. »Es sind alle hier«, Anna deutete nach oben. »Kim, Dad, Sin und sogar Una. Ich hätte Sie für ein paar Tage zu uns eingeladen. Wir planen die Beisetzung. Dad und Sin überlassen es mir. Jedenfalls.« »Kommen Sie mit hoch.« »Alle wollen Ihnen danken.« Während Streik sich hinter Anna und Lobben am Geländer hochzog, musste er an das Gefühlschaos denken, dass er selbst gestürzt war, als er telefonisch vom Tod seiner Mutter erfahren hatte. Unter einer erdeutenden Woge aus Traurigkeit hatte er eine winzige Spur Erleichterung verspürt, was ihn entsetzt und beschämt und was er lang nicht verstanden hatte. Erst mit der Zeit hatte er begriffen, dass er die Nachricht in einer dunklen Nische seines Geistes seit langem gefürchtet und erwartet hatte. Und dann war das Beil gefallen. Das ängstliche Warten hatte ein Ende. Lieders grauenhafter Männergeschmack hat er in einem schmutzigen Tod auf einer verdeigten Matratze geendet. Und auch wenn er seine Mutter bis heute vermisste, konnte er nicht behaupten, dass ihm die toxische Mischung aus Angst, der Wissensqualen und düsteren Vorahnungen fehlte, die er während ihrer letzten Lebensjahre empfunden hatte. Er konnte sich die Gefühle nur vage ausmalen, die bei Margos Mann derzeit herrschen mussten, oder bei dem Kindermädchen, das Margos Platz in der Familie eingenommen hatte. Als er den oberen Treppenabseits erreichte, sah er Roy Phipps in einem Sessel im Wohnzimmer sitzen. Ihre Blicke trafen sich kurz. Dann trat Kim in die Wohnzimmertür und Strike konnte den Hämatologen nicht mehr sehen. Die blonde Psychologin lächelte breit. Wenigstens sie schien sich einfach nur zu freuen. »Also«, erklärte sie, während sie erst Strikes, dann Robbins' Hand schüttelte, »ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kommen Sie heil.« Strike und Robin folgten Anna und Kim ins Wohnzimmer, das genauso groß und luftig war wie das in ihrem Ferienhaus in Farmouth. Vor den Fenstern hingen bodenlange Gardinen, durch die man auf den Klepphem kommen sah. Auf den gelaugten Dierenbrettern lag ein großer, weißer Teppich, die Wände waren hellgrau gestrichen. Die Bücher in den Regalen waren nach Farben sortiert. Alles war schlicht und durchdacht gestaltet, ganz anders als in dem Haus mit den hässlichen, viktorianischen Bronzestatuetten und den schinsbezogenen Sesseln, in dem Anna aufgewachsen war. Das einzige Kunstwerk im Raum hing über dem Kamin, eine Schwarz-Weiß-Fotografie von Meer und Himmel. Regen trommelte gegen das große Ackerfenster hinter Roy, der aufgestanden war. Er wischte sich die Hand an der Hose ab, bevor er sie Strike entgegenstreckte. Wie geht es Ihnen? fragte er unbeholfen. Sehr gut, danke, antwortete Strike. Miss Ellicott, erschreckte auch Robin die Hand hin, wie ich gehört habe, haben eigentlich Sie, die unausgesprochenen Worte, sie gefunden, schienen in der Luft zu schweben. Ja, sagte Robin, Roy presste die Litten zusammen und nickte, während er den Blick von ihr ab und einer der Rektor Katzen zuwandte, die eben in den Raum stolziert kam und sie aus klugen, grünen Augen ansah. Setz dich, Dad, sagte Anna sanft, und Roy tat wie geheißen. Ich sehe kurz nach, ob Una alles gefunden hat, sie macht gerade Tee, erklärte Kim heiter und verschwand. Bitte nehmen Sie Platz, sagte Anna zu Strike und Robin, die sich Seite an Seite auf dem Sofa niederließen. Kaum das Strike Platz genommen hatte, sprang die gefleckte Katze leichtfüßig neben ihm hoch und kletterte auf seinen Schoß. Robin war unterdessen die große Polstertruhe aufgefallen, die statt eines Couchtischs vor ihnen stand. Sie war mit grau-weißem Leinen bezogen und viel kleiner als die der Äffens, zu klein, als dass eine Frau darin Platz gehabt hätte. Dennoch war es ein Möbelstück, das Robin wohl nie besitzen würde, so praktisch es sein mochte. Aber die staubgraue Masse aus ausgehärtetem Beton mit Margo Bemberos Schädeldecke, Darwin, würde sie nie vergessen. Wo ist Zinn? fragte Anna ihren Vater. Toilette, antwortete Roy leicht heiser. Er sei nervös zum näheren Treppenabsatz hinter der Tür, bevor er sich an den Detektiv wandte. Ich, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich schäme, dass ich nie selbst jemanden angeheuert habe. Glauben Sie mir, wenn ich mir vorstelle, dass wir dies alles schon vor zehn, zwanzig Jahren hätten wissen können. Das ist aber nicht gerade schmeichelhaft für uns, Roy, sagte Streik und streicherte die schnorrende Katze. Das jese ja, dass jeder das hätte schaffen kann. Roy und Anna lachten lauter, als angebracht gewesen wäre, doch Streik wusste, wie sehr Humor nach einem so tiefen Schock half. Nur wenige Tage, nachdem er in einem blutigen Kater gelegen hatte, teils bei Bewusstsein, teils bewusstlos, mit abgewissenem Unterschenkel und neben Gary Topplies Rumpf, und bevor er mit dem Hubschrauber ins Lazarett geflogen worden war, hatte Richard Enstess, der zweite Überlebende, dessen Gesicht bei der Explosion zertrümmert worden war, einen dummen Witz gerissen, wie viel Geld Gary sich beim Rosenkauf hätte sparen können, wenn er die Explosion überlebt hätte. Streik erinnerte sich noch genau, wie laut er über den idiotischen, geschmacklosen Scherz gelacht und die wenigen Sekunden genossen hatte, in denen er seinen Schock, die Trauer und die Schmerzen hatte vergessen kann. Vom Treppenabsatz waren Frauenstimmen zu hören. Kim kehrte mit einem Teetablett zurück, gefolgt von Ona Kennedy, die eine große Schokoladentorte vor sich ihr trug. Sie strahlte unter ihrem poporrotgestrehnten Pony hervor, auf ihrer Brust lag wieder der Amethyst, und als sie die Torte abstellte, sagte sie, »Da sind sie ja, die Helden der Stunde. Ach, ich muss sie jetzt beide umarmen.« Robin stand auf, um sich umarmen zu lassen. Streik hingegen wollte die Katzen nicht stören und ließ sich ungelenk im Sitzen in die Arme schließen. »Unschuld geht's wieder los«, erklärte Ona lachend, als sie sich aufrichtete und sich die Tränen abwischte. »Ich schwöre bei Gott, es ist... Es ist wie auf der Achterbahn, und all die bedute Himmel hochjauchzend. Die nächst...« Mir ging's genauso, als ich die zwei gesehen habe, bestätigte Anna lachend. War es lächeln, fiel Robin auf, war leicht nervös und wirklich festgefroren. Was muss es für ein Gefühl sein, fragte sie sich, nach so vielen Jahren der besten Freundin seiner toten Frau gegenüber zu treten. Fragte er sich angesichts der Veränderungen an Ona, wie Margo ausgesehen hätte, wenn sie siebzig geworden wäre. Oder fragte er sich erneut, wie er es in all den Jahren bestimmt unzählige Male getan hatte, ob seine Ehe das lange, eisige Schweigen nach Magos Trink mit Port Setschville überlebt hätte. Ob sich die Spannungen und Verwerfungen in ihrer Beziehung irgendwann gelöst hätten, oder ob Margo irgendwann Onas Angebot angenommen und in deren Wohnung Zuflucht gesucht hätte? Sie hätten sich scheiden lassen, schoss es Robin mit absoluter Gewissheit durch den Kopf. Dann fragte sie sich, ob sie sich gerade nicht wieder ein bisschen zu sehr mit Margo identifizierte, wie sie es während der gesamten Ermittlung getan hatte. »Ache, hallo«, sagte eine atemlose Stimme von der Tür her, und alle drehten sich zu Cynthia um, auf deren schmalem, blassen Gesicht ein Lächeln stand, das ihre nervösen, fäckigen Augen nicht erreichte. Sie trug schwarz, und Robin fragte sich, ob sie es bewusst angelegt hatte, um Trauer anzudeuten. »Entschuldigung, ich war... Wie geht es Ihnen beiden?« »Gut«, sagte Robin. »Sehr gut«, sagte Stweig. Cynthia stieß ihr nervöses, atemloses Lachen aus. »Hin... Ja, nein, so wunderbar!« »War's für Cynthia wirklich wunderbar?«, lädselte Robin, während einer Stiefmutter einen Stuhl heranzog, und im nächsten Moment ein Stück der Torte ablehnte, für die Una durch den Regen zum Bäcker gelaufen war. Was bedeutete es für sie, dass Margot Bambero aufgetaucht war, und sei es nur als Skelett in einer Kiste? Verletzte es sie, dass ihr Mann so erschüttert und tief bewegt wirkte, und dass Margos beste Freundin Una plötzlich in die Familie aufgenommen wurde, die eine langverscheuene Tante? Robin, die allem Anschein nach eine hellsichtige Phase hatte, war sich ganz sicher, dass Cynthia hätte Margot sich damals von Roy scheiden lassen, niemals von dem Hämatologen zur zweiten Frau genommen worden wäre. Wahrscheinlich hätte Margot die junge Frau beschworen, sie in ihr neues Leben zu begleiten und sich weiter um Anna zu kümmern. Wäre Cynthia mitgegangen, oder hätte sie Roy die Treue gehalten? Wohin wäre sie gegangen, und wen hätte sie geheiratet, wenn sie in Blumhaus keinen Platz mehr gehabt hätte? Jetzt kam auch die zweite Katze in den Raum und hielt angesichts der ungewohnt vielen Menschen im Wohnzimmer kurz inne. Sie suchte sich einen Weg zwischen den Sesseln, der Polstertor und dem Sofa hindurch, sprang aufs Fensterbett und kehrte ihnen den Rücken zu, um den Regentropfen zuzuschauen, die am Fenster hinabglitten. »Also hören Sie«, sagte Kim von ihrem Stuhl aus, den sie aus der Zimmerecke gezogen hatten, »wir möchten Sie wirklich für den Extramonat bezahlen. Ich weiß, Sie haben das abgelehnt. Wir haben aus eigenem Entschluss weiter an dem Fall gearbeitet,« sagte Strike, »wir haben gern geholfen und wollen definitiv kein weiteres Geld.« Robin und er waren übereingekommen, dass sich der Fall Margot Bamboo durch Publicity und zusätzliche Aufträge wahrscheinlich dreifach bezahlt machen würde, und weil Strike das Gefühl hatte, er hätte ihn viel früher lösen müssen, hätte er es maßlos gefunden, noch mehr Geld von Kim und Anna anzunehmen. »Dann möchten wir das Zusatzhonorar stattdessen spenden,« sagte Kim, »gibt es irgendeine Organisation, die Ihnen besonders am Herzen liegt?« »Ähm, naja«, sagte Strike und träusperte sich, »also, wenn es Ihnen damit wirklich ernst ist, dann wäre da die McMillen-Krebshelfer.« Er sah in die leicht überraschten Gesichter der Familie. »Meine Tante ist dieses Herr gestorben«, erklärte er, »und eine McMillen-Schwester hat ihr sehr geholfen.« »Ach, verstehe«, sagte Kim mit einem angedeuteten Lachen. Dann wurde es wieder stell, und wie ein Gespenst schien Janice Beattie zwischen Ihnen zu stehen, der dünnen Dampfschliere, die aus der Tülle des Teekessels aufstieg, gar nicht unähnlich. »Eine Kantenschwester«, sagte Anna leise, »wer würde schon eine Kantenschwester verdächtigen?« »Margo«, antworteten Roy und Una gleichzeitig. Sie sahen einander an und lächelten. Ein tauriges Lächeln, zweifelsfrei aus Überraschung, nach so langer Zeit erstmals derselben Meinung zu sein. Cynthia wandte sich ab. »Sie konnte die Schwester nie leiden, das hatte sie mir erzählt«, sagte Una, »aber ich habe die Form mit der Blonden verwechselt, die auf der Weihnachtsfeier so eine Szene gemacht hat.« »Nein, die Schwester konnte sie nie wirklich leiden«, sagte auch Roy. »Das hat sie mir auch erzählt, als sie damals in die Praxis gewechselt hatte. Ich habe dem damals keine große Beachtung geschenkt. Er schien entschlossen zu sein, ehrlich zu bleiben, auch wenn es wehtat. Ich dachte damals, die beiden seien sich einfach zu ähnlich, beide aus der Arbeiterschicht, beide starke Persönlichkeiten. Als ich die Frau dann bei unserer Grillparty kennenlernte, wirkte sie auf mich ganz, naja, anständig. Natürlich hatte mir Margo nicht von ihrem Verdacht erzählt. Wieder wurde es stell. Und alle im Raum, da war Strike sicher, mussten daran denken, dass Roy in den Wochen vor Margos Tod kein Wort mehr mit ihr gewechselt und dass sich just in dieser Zeit Margos Verdacht gegen Janice erhärtet hatte. »Janice Beatty ist wahrscheinlich die beste Lügnerin, die mir je begegnet ist«, sagte Strike in das angespannte Schweigen hinein, »und eine teuflisch gute Schauspielerin obendrein.« »Ich habe einen wirklich außergewöhnlichen Brief bekommen«, gemerkte Anna, »von ihrem Sohn. Wussten sie, dass er aus Dubai herfliegen will, um gegen sie auszusagen?« »Er«, antwortete Strike, den George Laybourne regelmäßig über den Stand der polizeilichen Ermittlungen auf dem Laufenden hielt. »Er glaubt, Mams Untersuchung hat ihn damals das Leben gewettet«, fuhr Anna fort. Wirben fiel auf, dass Anna Margo inzwischen als Mom bezeichnete, während sie zuvor immer nur meine Mutter gesagt hatte. »Ein der merkenswerter Brief«, bekräftigte Kim und nickte. Dauernd entschuldigt er sich, als wäre das alles irgendwie seine Schuld. »Armer Kerl«, sagte Una leise. Er macht sich Vorwürfe, weil er nie zur Polizei gegangen ist. Aber an welches Kind würde schon glauben, dass die eigene Mutter eine Serienmörderin ist. »Ich kann Ihnen wirklich nichts sagen«, wiederholte Anna über das Schnurren von Keknähe auf Strikes Schoß hinweg. »Was sie beide für mich, für uns alle getan haben. Die Ungewissheit war schrecklich, aber endlich weiß ich sicher, dass Mom nicht einfach gegangen ist und dass sie, na ja, nicht unter Qualen sterben musste. Was ihren Tod betrifft«, sagte Strike, »war er annähernd schmerzlos.« »Und ich weiß jetzt sicher, dass sie mich geliebt hat«, ergänzte Anna. »Wir haben dir immer«, setzte Sanfier an, doch ihre Stieftochter fiel ihr ins Wort. »Ich weiß, ihr habt mir immer versichert, dass sie mich geliebt hat«, »sinn. Aber solange niemand wusste, was wirklich passiert war, gab es immer diesen letzten Rest Zweifel, oder nicht? Und wenn ich meine Situation mit der von Kevin B. die vergleiche, kann ich mich wirklich glücklich schätzen.« »Wussten Sie«, wandte sie sich erneut an Strike und Robin, »was Sie gefunden haben, als Sie, Sie wissen schon, Mom aus dem Beton geholt haben?« »Nein«, sagte Strike. »Sinthias dünne Hände, spielt mit ihrem Ehering, drehten ihn um ihren Finger.« »Das Medaillon, das Dad ihr geschenkt hatte«, sagte Anna, »es war komplett blind, aber ...« »Aber als Sie es öffneten, war ein Foto von mir darin und ...« »Das war so gut wie neu«, wieder glänzten Tränen in ihren Augen. Ona beugte sich vor und tätschelte ihr das Knie. »Sie haben gesagt, dass ich es zurückbekomme, sobald alle Spuren gesichert sind.« »Wie schön«, sagte Robin leise. »Und haben Sie gehört, was in Ihrer Handtasche war?«, fragte Kim. »Nein«, sagte Strike. »Stichpunkte zu Fios Untersuchung. Sie sind immer noch resbar, das Leder hat sie geschützt. Sie hieß mit vollem Namen Theodosia Laufridge und stammte aus einer Familie von Nicht-Sesshaften. Margot befürchtete eine Eileiterschwangerschaft und wollte einen Krankenwagen rufen, doch Fio meinte, ihr Freund werde sie ins Krankenhaus fahren. Margot's Notizen liegen nahe, da Fio Angst hatte, ihre Familie könnte von der Schwangerschaft erfahren. Sie hielten offenbar nicht viel von ihrem Freund. »Hat sie sich deshalb hinterher nie gemeldet?«, mutmaßte Robin. »Das nehme ich an«, sagte Kim, »armes Mädchen. Ich hoffe, dass alles gut für Sie ausgegangen ist.« »Darf ich Sie fragen«, wandte Woi sich an Strike, »für wie belastbar Sie die Beweise gegen Janice Beatty halten, denn ich weiß ja nicht, was Ihre Kontakte bei der Polizei Ihnen erzählen, aber soweit wir wissen, konnte noch nicht nachgewiesen werden, dass Margot unter Drogen gesetzt wurde.« »Bisher nicht«, sagte Strike, der erst am Vorabend mit George Laybourne telefoniert hatte. »Aber Sie wollen anscheinend ein neues Verfahren einsetzen, mit dem Sie Spuren von Medikamenten und Chemikalien aus dem Beton rund um den Leichnam extrahieren lassen. Leider gibt es keine Garantien, aber die Methode wurde jüngst erfolgreich bei einem Fall in den Staaten angewendet.« »Aber wenn nicht bewiesen werden kann, dass sie unter Drogen stand«, hakte Woi nach, »dann stützt sich die Anklage allein auf Indizien, oder?« »Der Anwalt will jedenfalls einen Feilspruch erreichen, das hat er vor der Presse erklärt«, sagte Kim. »Da hat er ein Stück Arbeit vor sich«, erwiderte Strike, »die Verteidigung wird erklären müssen, warum die Polizei ein Handy mit der Nummer einer nicht existierenden Sozialarbeiterin in Janice Bedeys Haus fand und die Evans ihre Nummer hatten. Die Cousins der Evans aus Leeds haben Janice Bede als die Frau identifiziert, die geholfen hat, die Wohnung auszuräumen. Gloria Conti kann das mit dem Donut im Kühlschrank bestätigen und dass sie und Wilma wiederholt Bübelkeitsattacken hatten. Und auch Douthwaite geht in den Zeugenstand.« »Ach«, Unas Gesicht, hält er sich auf. »Ah, das ist gut. Wir haben uns schon Gedanken gemacht. Ich glaube, er begreift endlich, dass er aus alledem nur rauskommt, indem er sich der Sache stellt«, erklärte Strike. »Er wird bezeugen, dass er Vergiftungssymptome hatte, seit er erstmals etwas gegessen hatte, was Janice für ihn gekocht hatte, und vor allem, dass Margo ihm bei seiner letzten Untersuchung riet, nichts mehr von Janice Bede anzunehmen.« »Dann haben wir noch Kevin Bedeys Aussage, dessen Tochter Bleiche schluckte, während Janice auf sie aufpassen sollte und der von seiner Mutter Spezialtränke bekam, nach denen er sich krank fühlte.« »Was noch?«, wandte sich Strike an Wobbin, hauptsächlich, damit er endlich seine Torte essen konnte. »Da wären all die tödlichen Substanzen, die man aus Janice Küche geholt hat«, übernahm Wobbin, »ganz zu schweigen davon, dass sie versucht hat, Commerins Tee zu vergiften, als er sie zur Rede stellte. Und dann sind da noch die vergifteten Lebensmittel, die man bei Irene gefunden hat, und die gerahnten Fotos, vor allem das von Joanna Hammond, der sie angeblich nie begegnet war, und das von Julie Woods, die in Crackton on Sea ertrank. Und falls die Ergebnisse bei Margo tatsächlich nicht belastbar sein sollten, ist die Polizei zuversichtlich, dass man in den Gabern ihrer anderen Opfer forensisches Beweismaterial sichern kann. Ihren Ex-Partner Larry hat Janice damals verbrennen lassen, aber seine geliebte Claire wurde beerdigt und wird zurzeit exhumiert. »Ich persönlich«, sagte Strike, der während Wobbins Erläute ohne die Hälfte seines Tortenstücks verputzt hatte, »glaube, dass sie in diesem Leben nicht mehr aus dem Gefängnis kommt.« »Das wär aber gut«, sagte Roy erleichtert, und Cynthia ergänzte atemlos. »Ja, nein, ganz bestimmt.« Die Katze am Fenster drehte sich kurz um und wandte sich dann bedächtig wieder dem Regen zu, während ihre Schwester mit der Pfote träge Strikes Pullover bearbeitete. »Sie kommen doch zur Beisetzung, oder?« wollte Anna wissen. »Es wäre uns eine Ehre«, antwortete Wobbin, weil Strike eben einen weiteren Bissen Torte genommen hatte. »Wir …« »Wir überlassen Anna die Arrangements«, sagte Roy. »Sie hat die Zügel übernommen.« »Ich möchte, dass Mom in einem richtigen Grab beigesetzt wird«, erklärte Anna, »dass man besuchen kann. All die Jahre wusste niemand, wo sie war. Sie soll an einen Ort kommen, an dem ich sie jederzeit finden kann.« »Das kann ich verstehen«, sagte Strike. »Sie wissen wirklich nicht, was Sie für mich getan haben«, sagte Anna zum dritten Mal. Sie hatte die Hand nach Una ausgestreckt, sah aber Cynthia an. »Ich hab jetzt auch noch Una neben Sin, die mir … die mir die wunderbarste Mutter war. Mom hat wirklich eine gute Wahl für die Person getroffen, die ihr Kind großziehen sollte.« Cynthia's Gesicht verknitterte, und Strike, wie Wobbin, sahen taktvoll weg, Wobbin zur Katze am Fenster und Strike zu dem Wellenbild über dem Kamin. Regen trommelte ans Fenster, die Katze auf Strikes Schoß schnurrte, und er musste an die auf den Wellen tanzende Lilien ohne Denken, spürte einen leichten Stich in der Brust, und trotz des schönen Gefühls ein gesetztes Ziel erreicht zu haben, wünschte er sich, er könnte Joan anrufen, ihr das Ende von Margot Bambrows Geschichte erzählen, und dann ein letztes Mal von ihr hören, wie stolz sie auf ihn sei. Denn schlichte Kunst muss immer weichen, wenn Kubits Flammen sich entzünden, doch treue Freundschaft kann erweichen, dass Achtsamkeit händ alle sinden. Ein Herz kann alles überwinden, wenn nur die Sehe regiert in irdischen Bereichen, der Körper wird in ihren Dienst sich finden, und Seelenlieb wird Lust stets übersteigen, so wie das Messing niemals wahrem Gold kann gleichen. Edmund Spencer, die Feen, Königin. Einige Tage später wurde Robin von der Herzzanne geweckt, die durch einen Spalt in den Vorhängen späte. Sie griff nach ihrem Handy und stellte verwundert fest, dass es 10 Uhr war. Sie hatte länger geschlafen als je zuvor in diesem Jahr. Dann fiel ihr ein, warum sie hatte ausschlafen dürfen. Heute war der 9. Oktober. Ihr Geburtstag. Edsa hatte am folgenden Abend am Freitag ein Geburtstagsessen für Robin organisiert. Sie hatte das elegante Restaurant ausgewählt und gebucht, indem sie selbst und Nick, Vanessa und ihr Verlobter Oliver, Barclay und Hutchins mit ihren Frauen, Max und sein neuer Freund, der Oberbeleuchter bei seiner Serie, sowie Strike und Robin essen gehen werden. Für ihren heutigen Geburtstag selbst hatte Robin nichts geplant, doch Strike hatte darauf bestanden, dass sie sich frei nahm. Gähnend setzte sie sich im Bett auf und betrachtete die Päckchen auf der Kommode gegenüber, die von ihrer Familie stammten. Das kleine Geschenk ihrer Mutter sah nach einem Schmuckstück aus, das zweifellos diesen Meilenstein unter den Geburtstagen ehren sollte. Gerade als Robin ausstehen wollte, piepte, piepte ihr Handy. Es war eine Nachricht von Strike. Ich weiß, eigentlich hast du rette frei, aber es hat sich was ergeben. Komm bitte um 17 Uhr zum Shakespeare's Head in der Marlborough Street. Elegante Kleidung. Vielleicht müssen wir in was Schickes gehen. Robin las die Nachricht gleich zweimal, als hätte sie ein Allesgute zum Geburtstag überlesen können. Er hatte ihn doch bestimmt, bestimmt nicht schon wieder vergessen. Oder glaubte er, dass er all seine Verpflichtungen erfüllt hätte, indem er bei dem von Inza geplanten Essen auftauchte und dass ihr eigentlicher Geburtstag keine weitere Erwähnung wert sei? Tatsächlich fühlte sie sich ein bisschen verloren, ganz ohne Arbeit und ohne, dass einer ihrer Freunde Zeit gehabt hätte. Aber das konnte Strike nicht ahnen. Darum schrieb sie mit äußerst gemischten Gefühlen zurück. Okay. Als sie im Bademantel nach oben ging, um Tee zu machen, entdeckte Robin einen großen Karton auf dem Küchentisch und dazu eine Karte mit ihrem Namen. In Strikes unverkennbarer, verkampfter, schwer zu entziffernder Handschrift. Max war schon in aller Frühe aufgebrochen, weil heute Außenaufnahmen in Kent anstanden und hatte Wolfgang mitgenommen, der unterdessen im Auto schlafen und sich später über einen Mittagsspaziergang freuen würde. Weil niemand geklingelt hatte, musste Strike Karton und Karte schon früher an Max übergeben haben, um Robin an diesem Morgen damit zu überraschen. Dies hatte ein Ausmaß an Planung und Mühe erfordert, das äußerst untypisch für ihn war. Zu alledem hatte sie nie eine richtige Karte von Strike bekommen, nicht mal als er ihr, nach der Aufklärung ihres ersten gemeinsamen Pfalz das grüne Kleid gekauft hatte. Von außen war die Geburtstagskarte mit der großen, rosa glitzernden Dreißig wenig individuell. Auf die Innenseite hatte Strike geschrieben, »Alles Gute zum Geburtstag. Das hier ist nicht das richtige Geschenk. Das kriegst du später. Keine Blumen. Alles Liebe, Strike. X« Robin starrte weit länger auf die Nachricht hinab, als angebracht gewesen wäre. So vieles gefiel ihr daran, das X für ein Küsschen und das er mit Strike unterschrieben hatte. Sie stellte die Karte auf den Tisch und hob den Karton an, der überraschend leicht war. Dann las sie den Produktnamen auf der Seite, »Balloon in a Box«. Sie zog den Deckel ab, und ein Ballon in Form eines Eselskopfes schwebte nach oben. Er wurde durch ein breites Band an einem Gewicht gehalten. Schwunzelnd setzte sie das Gewicht auf den Tisch, machte sich Tee und Frühstück und schrieb Strike dann zurück, »Danke für den Esel. Perfektes Timing. Aus meinem Alten war die Luft raus.« Sechzig Sekunden später kam die Antwort, »Gott sei Dank, ich dachte schon, das wäre so naheliegend, dass dir jeder einen schicken würde. Wir sehen uns um fünf«. Schon deutlich besser gelaunt, trank Lobbin ihren Tee, aß Toast und ging wieder nach unten, um die Geschenke ihrer Familie auszupacken. Sie hatten alle teurere Versionen der letztjährigen Geschenke gekauft, abgesehen von ihren Eltern, die ihr einen zauberhaften Anhänger geschickt hatten, einen von winzigen Diamanten eingefassten schlichten runden Opal, ihren Geburtsstein, der grün-blau schimmerte. Auf der beiliegenden Karte stand, »Alles Gute zum dreißigsten, Lobbin. Wir lieben dich, Mom und Dad. X.« Angesichts der ihmsten Ereignisse fühlte sich Lobbin vom Glück begünstigt, weil sie zwei lebende Eltern hatte. Durch die Arbeit wusste sie, wie vielen Menschen dieses Glück nicht vergönnt war, wie viele aus Familien standen, die unwiederbringlich zerrüttet waren, wie viele Erwachsene unsichtbare Narben aus der frühen Kindheit toben, wie sehr ein ihrer Erfahrungen und Überzeugungen durch mangelnde Liebe, durch Gewalt oder Grausamkeiten beeinträchtigt worden. Und so telefonierte sie, sobald sie sich bei Linda bedankt hatte, noch eine gute Stunde lang mit ihrer Mutter. Größtenteils war es belangloses Geplauder, aber doch erforschend. Seit Robbins Scheidung besiegelt war, fiel es ihr wieder leichter, zu Hause anzurufen. Allerdings hatte sie ihrer Mutter nicht erzählt, dass Matthew und Sarah ein Kind erwarteten. Sie wollte, dass Linda das Säbste ausfand und sie nicht in der Nähe war, wenn Linda ihren Zorn Luft machte. Gegen Ende des Anrufs erwähnte Linda, die Robbins überraschenden Berufswechsel stets missbilligt hatte, seit ihre Tochter bei einem Einsatz verletzt worden war, die anhaltende Berichterstattung über Margot Bambrough. »Ihr habt wirklich Unglaubliches geleistet«, sagte Linda, »du und, äh, komm, wenn.« »Danke, Mann«, Robin war ebenso überrascht wie gehöert. »Wie geht's, Morris?« fragte sie gespielt beiläufig. »Dem haben wir gekündigt«, antwortete Robin heiter, weil sie ganz vergessen hatte, dass sie ihrer Mutter auch davon nie etwas erzählt hatte. »Seine Nachfolgerin fängt nächste Woche an. Eine Frau namens Michelle Greenstreet. Sie ist fantastisch.« Nach den Duschen kehrte Robin in ihr Zimmer zurück, föhnte sich ausgiebig die Haare, aß vor dem Fernseher zu Mittag und ging danach wieder nach unten, um das eng anliegende blaue Kleid anzuziehen, das sie zuletzt getragen hatte, als sie Wiesels Sekretärin dazu gebracht hatte, ihre Geheimnisse auszuplaudern. Sie legte die Kette mit dem Opal an, die jetzt ihr wertvollstes Schmuckstück war, seit sie Matthew ihren Verlobungsring zurückgegeben hatte. Der leuchtende Stein mit dem schimmernden Tupfern wertete das alte Kleid enorm auf, und ausnahmsweise zufrieden mit ihrem Äußeren gilf Robin nach ihrer zweiten Handtasche, die geringfügig eleganter war als ihre Alltagstasche, und nahm das Handy vom Nachtisch. Ihre Nachtischschublade stand leicht offen, und ihr Blick streifte die Tarotkarten darin. Sie zögerte kurz, dann sah sie unter dem Lächeln des Ballonesels, der inzwischen in ihrer Zimmerecke schwebte, kurz auf ihr Handy. Sie hatte noch reichlich Zeit, bis sie sich um fünf mit Strike in der Marlboro Street treffen würde. Sie stellte die Handtasche wieder ab, holte das Kartendeck heraus, setzte sich aufs Bett und mischte die Karten. Dann drehte sie die Oberste um und legte sie vor sich ab. Zwei Schwerter teilten eine blaue Hose vor grünem Hintergrund. Sie schlug im Buch tot nach. Frieden. Die zwei der Schwerter verpräsentiert ein allgemeines Aufritteln, ein Ergebnis des Widerstreits von Feuer und Wasser in ihrer Vermählung. Diese relative Hohe wird durch die himmlische Zuordnung verstärkt, dem Mond im Zeichen Waage. Robin fiel wieder ein, dass die erste Karte das Wesen des Problems darstellte. Frieden ist kein Problem, mummerte sie. Frieden ist gut. Aber natürlich hätte sie den Karten auch keine Fragen gestellt. Sie hatte nur wissen wollen, was sie zum heutigen Tag, ihrem Geburtstag, zu sagen hätten. Sie drehte die zweite Karte um, die angeblich die Ursache des Problems darstellte. Eine merkwürdige grüne, maskierte Frauengestalt stand mit einem Schwert unter einer Waage. Ausgleichung. Diese Karte stellt das Zeichen Waage dar. Der Trumpf repräsentiert die befriedigte Frau. Gleichgewicht steht außerhalb jeder individuellen vorgefassten Meinung. Aus diesem Grunde sollte sie als eine göttliche Kraft verstanden werden, die den Wert, tobend, jeder Handlung festsetzt und sorgfältiger und gewissenhafte Genugtuung fordert. Robin zog die Brauen hoch und deckte die dritte und letzte Karte auf. Die Lösung. Es waren wieder die beiden ineinander verschlungenen Fische, die Wasser in zwei über grüner See schwebende Kelche gossen. Dieselbe Karte, die sie auch in Lemmington Spa aufgedeckt hatte, als sie noch nicht gewusst hatte, wer Margot Bambrough umgebracht hatte. Liebe. Diese Karte bezieht sich auch auf die Venus im Zeichen Krebs, die Harmonie des Männlichen und Weiblichen, dargelegt in ihrer weitreichendsten Dedeutung. Hier wirkt eine vollkommene und ruhige Harmonie. Robin holte Tiefluft, schob die Karten wieder in die Schachte und legte sie zurück in ihre Schublade. Als sie aufstand und sich nach ihrem Regenmantel streckte, tänzelte der Ballonesel an seinem Band. Unterwegs spürte Robin den neuen Opal in ihrer Halsgrube. Weil sie ausgeschlafen war, sich das Haar frisch gewaschen hatte und ein Gefühl von Leichtigkeit verspürte, seit sie den Ballonesel aus seinem Karton befreit hatte, zog sie erst entlang der Straße und dann in der U-Bahn die Blicke mehrerer Männer auf sich. Robin ignorierte sie alle, während sie die Stufen zur Oxford Street hochstieg und über die Regent Street zum Shakespeare's Head ging, wo Strike im Anzug auf sie wartete. Alles Gute zum Geburtstag. Er zögerte kurz, beugte sich dann aber vor, um sie auf die Wange zu küssen. Er roch, bemerkte Robin, nicht nur nach Zigaretten, sondern auch nach einem Aftershave mit subtiler Labendenote, was für ihn ungewöhnlich war. Danke. Gehen die nicht in den Pub? Äh, nein, sagte Strike. Ich will ihr ein neues Parfum kaufen. Er deutete auf den zehn Schritt entfernten Eingang von Liberty. Das ist dein eigentliches Geburtstagsgeschenk. Es sei denn, du hast dir schon selbst eins gekauft. Er hoffte nicht. Ihm fiel sonst nichts ein, was er ihr würde schenken können und was nicht gleich wieder Verlegenheit und mögliche Missverständnisse heraufbeschwor. Ich, äh, nein, sagte Robin. Woher weißt du das, weil ich letztes Jahr vor Weihnachten mit Ilsa telefoniert habe. Und während er die Glastür zu der mit Halloween-Naschzeug überladenen Süßwarenabteilung öffnete, erzählte Strike ihr von seinem gescheiterten Versuch, im vergangenen Dezember ein Parfum zu kaufen. Also habe ich den Verkäufer gefragt, aber der, naja, der hatte offenbar ein Faible für Parfums mit Namen wie ihr, keine Ahnung, nämlich hier und jetzt. Robin musste lachen, und zwar so laut, dass sich diverse Leute zu ihr undrehten. Sie schrenderten an Tischen vorbei, auf denen sich teure Trüffe entstapelten. Da bin ich in Panik geraten, gestand Strike, und am Ende bei den Palin gelandet. Jedenfalls schloss er, als sie unter die mit Mond und Sternen bemalte Kuppel der Parfumabteilung traten. Darfst du dir jetzt aussuchen, was du willst. Geht auf mich. Strike, sagte Robin. Das ist, pff, das ist so nett. Ihr nun, sagte ihr Partner achsezuckend, Menschen können sich ändern. Hat mir jedenfalls ein Psychiat an Bortemau erklärt. Ich warte hier, sagte er, und deutete in eine Nische, wo sein massiger Körper hoffentlich nicht allzu sehr im Weg wäre. Lass dir alle Zeit erwähnt. Robin brachte eine höchst angenehme Viertelstunde damit zu, Fakons zu betrachten, Teststreifen zu besprühen und kurz mit der hilfsbereiten Verkäuferin zu schwatzen, bis schließlich zwei Parfums in der engsten Auswahl standen. Sie zögerte und fragte sich, ob sie wirklich den Mut hätte. Aber es wäre doch bestimmt in Ordnung. Immerhin waren sie beste Freunde. Okay, es gibt zwei, die mir richtig gut gefallen. Robin war zu Strike zurückgekehrt. Ich will deine Meinung hören. Immerhin musst du damit leben, vor allem im Land Rover. Wenn sie so stark sind, dass sie den Mief im Wagen überdecken, dann sind sie für die menschliche Inhalation nicht geeignet, sagte er, nahm aber nichts, desto weniger die zwei Teststreifen entgegen. Der erste roch nach Vanille, was ihn an Kuchen erinnerte, und das gefiel ihm. Beim zweiten Duft dachte er an warme, nach Moschus duftende Haut mit einem Hauch zerriebener Blüten. Das hier. Das Zweite. Hm, ich hätte gedacht, du würdest dich für das Erste entscheiden, weil es nach Essen riecht. Sie schnubberte lächernd an beiden Streifen. Ja, ich glaub, ich mag das Zweite auch lieber. Es ist aber nicht billig. Hm, kann ich verkraften. Und so trug er einen schweren weißen Glaskubus mit dem wenig aussehenerregenden Namen Narciso zur Kasse. Ja, ist ein Geschenk, antwortete Strike auf die Rückfrage der Verkäuferin und wartete dann geduldig, bis der Preisaufkleber abgezogen und das Parfum in Geschenkpapier mit Schleife gewickelt worden war. Nicht, dass er selbst Werte aufgelegt hätte, aber er hatte das Gefühl, dass Robin ein bisschen Pomp verdient hatte und das Lächeln, mit dem sie ihm die Tragetasche abnahm, besagte, dass er richtig gelegen hatte. Gemeinsam schlenderten sie durch den Laden zurück zum Haupteingang, der von Eimern voller Blumensträuße gesäumt war. Und jetzt, fragte Robin, jetzt gehen wir ins Ritz und trinken Champagner, sagte Strike. Ist das dein Ernst? War klar. Dafür habe ich mir extra einen Anzug angezogen. Kurzer Robin ihn nur an. Dann streckte sie sich und schloss ihn in die Arme. Umgeben von Blumensträußen mussten beide daran denken, wie sie sich an Robins Hochzeitstag oben an der Treppe umarmt hatten. Doch diesmal drehte Robin Strike das Gesicht zu und drückte ihre Lippen auf seine Stoppe ein. Danke, Strike. Das beteiligt mir wirklich vier. Und das, dachte ihr Partner, während sie im goldenen Abendschein dem Ritz entgegenspazierten, war eindeutig die sechzig Pfund und ein bisschen Mühe wert. Aus seinem Unterbewusstsein stiegen die Namen Matsankow und Krupow auf, und er brauchte ein, zwei Sekunden, bis ihm wieder einfiel, woher er sie kannte, wieso sie nach Cornwall klangen und weshalb er ausgewegnet jetzt an sie denken musste. Seine Mundwinkel zuckten, aber nachdem Robin ihn nicht lächeln sah, führte er sich nicht bemüßigt, sich zu erklären. Eintrag C1451Z2E. Standort, äußerer Arm des Orion in der Milchstraße, zwei Lichtjahre vom Eifer-Zentaurie-System entfernt. Ein verlassener Minfrafter, Eigentümer, Stark Industries. Situation. Peter Coel und Rocket Falcon haben mit der Milano den ursprünglichen Kurs verlassen, um einem Notsignal nachzugehen. Bei ihrer Ankunft stellten sie fest, dass der Frachter von einer furchterregenden und tödlichen Alien-Spezies infiziert war. Den Bluten. Coel und Rocket konnten nur überleben, indem sie sich auf der Kommandobrücke verbarrikadierten. Auf maximal Fragen haben sie so kleine Haar-iere! Bewinner auch in Wärgen, oder auch in Löhren, nahe nach Fahch, nachechen, welchen Rauchen bewinner auch. Dach, bei war ich die Definition, bei Götz, kein Notruß, da hat man nicht in Wärme, als in Dach den K1 an den Galaxie-Joran erregelt hat, kaum die Nation entwannhaftes Schilder da gibt mir von Sprüch, ach, ich war die Bewinner in die E-Raum-Gehlen, denn mein Götz, dein, 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 nun, dein, Belli. Tch, sehr gut, ich hau uns aus einem Wort, eure Löse wieder aus, hier. Bum, süp, der Roboter, wir brämmiert ihn in so'n Affen. Juh, baren, auch, und was, könnte ein Kampfroboter sein, oder meiß, was hier basiert ist, oder sonst irgendwas über das Schäf, das uns weiterhelt, wag. Na, ru, aber ein Kachrober, ne, da weh, hielt ihn, Toro, gale, ihn, er auch, ihn, daunelt ja. Ich glaube, er leff, pingel, er hat kein Handy, um Rackenbier, entgegen, mein, klein, Kett, a dübken, ei, a seudas, ich, tch, 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 alp, beizt, sie kam, ich hör, eh, hallo, tch, kannst du mich hören? Ach, boh. Da, die raugend, de witt, a weh, sehrud, sie ist wach, das ist auch, sie, oder? Die aubi, sie haben des Lack, tch, a li, am de flert auch hat zun, oder do a s'n Schlag am Fall, obat, er, ab möglich, aber nein, bü, ha, sie, der was sagt, gud. Oh, sehrud, ja, so, obat, gud, 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 ja, gud, 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 ane, fü, genni, gud, die tale. Hey, ich bin ein riegelianischer Rekader. Ja, das bist so. Ja, komm, ich, ich ess hier hoch. Ach, als ein Ernst, sagst du, gud, 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 gud. Kein Problem. Aber mir aus auch nicht mehr alles ganz rund. Es ist normal, man twittet sich, wot, nur dachfach ab fünfzig, wer's glaubt, fünf zu jucken bis hätte. Hacke, komm, wer doch auf, wem willst du das erzählen, ne? Darauf erleichtest du so konsiguen, dass du n langsam verfaulender, sattmenschlicher Eberreste bist, ja? Ich bin Optimist und deicke positiv. Ja, und dann was, Warnfurt, auch mal, was zum Vlad hier passiert ist. Ich versuch schon allein den Hautdrechnern in der Wacht. Das hilft dir, krach. Äh, ja, natwärse, hai, äh, sind alle an Bord tot? Ich verstehe nicht, die Leute auf dem Quartner, wir sind an die der Binge-Skelette vorbeigekommen, also. Sind alle hier, die, ist die ganze Kuh tot? Dann tot. Sie und ihr Haustier sind, ah, ich will nicht sein Haustier, ha, 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 wenn Haugelung will ich sein Chef, okay? Also, well, ist er mein Haustier, denn ja, alle anderen sind tot. Fritz Iposen von den Blutgepresse. Ich hab Lagerfüll von den Blatt gemacht. Das ist ein paar ruhige Wallerwinne, ja. Ach, die gehört? Ja, desto eher. Mach, ach, 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 schon. War lieber das Systeme wieder hoch. Ich hab keine Lust, dass Filet-Häppchener Bröt geschützt sei. Äh, wo hast du dein Veroberschäte machen? T's für eine Kache. Okay, auch das ist der OV-Kampf, der und halt nicht im Rüchenbuch, der leh ich geirrt, der nur gerade weggerätiert wurde, der Buch hoch. Aber ich zeichne... Äh... Und wof? Audio, Video, Wärme-Deltaf und von. Außerdem, lokale, digitale und... Ich zeichne auch jetzt an diesem Moment. Okay. Äh... Und warum bist du beim Mienfrochter? Weil er auf Kurs zum dritten Planeten dieses Systems wach war. Äh... Aber... Und es bietet der Planet Erde weitreichende Möglichkeiten für meine Forschungstätigkeiten. Sünde so dort nirgendwo hin. Dannst du... Nach Hause telefonier. Ich befinde mich bereits lang genug an Bord dieses Schiffs, um als Verlust zu gelten. Anher haben mein Kommunikationsrelais abgeschaltet. Und warte, warum? Nee, komm endlich zur Sache quer. Ehe... Ihr wüsste da auswählen, was sie nasiertes öfter hatten. Echs wart, wie er ras passiert ist, aber auf meine Weise. Ich arbeite mich zärtlich, euch breche, oder? Ehe... Lass dich, wau... Was ist das hier? Wiedergabe, Audio-Referenz. Oh, oh... Was wartete seins furchteres, der heut was da im Mut? Na, sie wissen wollten, was passiert ist, habe ich eine Aufzeichnung abgespinkt. Ich will so rasnig... Hör... Mä... 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 »Ach, sieh viel. Ja, 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 waffelde, la. Ja, 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 waffelde, rach weidor, raflet, umbudech. Mache, es fällt, blib, die, ob...« »Fließ doch. Die Tür ist wieder zu. Alles ist um der Kotkon.« »Wirene dauert das hier noch. Du meinst, ein verkohltes, verrastetes Vereis, das Schiff wieder flott zu fliegen, das seit über dreißig Jahren im All treibt? Wut mir leid, dass ich das nicht in fünfzehn Sekunden schaffe, o großer, mächtiger Star-Lord! »Ich würde gerne die Geschichte der krauselmächtige Star-Dart-Pand.« »Nein, will ich's nur nieder, ey, was Sie ausreden. Werden Sie mir ihre Gästen gar gezei?« »Möckler. Oh, Mann, jetzt lädt's hochkarätig. Welchen da möchtest du hören, Sir?« »Puh, ich weiß gar nicht, wo ich anpannen soll. Da gibt's echt ne Mäne zu erzählen. Meine Geschichte ist so voller Romantik und Entbiegen und ein Brot des mutiger Heldenarten. Dann zu schweigen von den Tanzanlagen. Und wenn Sie nieder den Adler ernarben, »Nie bleib es, Fenty, dann nicht ein Fan, wie Sie mich gerickelt haben. Star-Nacht.« Abitel 1 Zeugen des Untergans »Wir sind vor allem aus einem Grund hier. Geld. Ja, das schöne, große Haufen Geld. Wir haben nämlich einen Ruf, weißt du? Ein Wubenruf für intergalakische Trastbote. Mehr ist gut, aber egal. Jedenfalls hatten wir nicht gewusst, wer unser Kunde war. Das ist eigentlich ganz normal. Wir hatten nur Uhrzeit und Koordinaten für ein Treff. Und so sind wir dann im Innern eines Schiffs gelandet, das eher wie ein Spuckschloss aus. »Wiedlechow und Wachnklackfrü. Ja, einfach nur. Wachnklackfrü. Ja, einfach nur. Wachnklackfrü. Ja, einfach nur. Wachnklackfrü. Ja, zauberer von oas. Ach, ich bin der große, schreckliche Oas. Ich will, wie unruhtes Gefühl. Nappi juckt's mich. Und ich juckt's gerade idde. Heizte besonderlich die Tür da in die leuchtende Kammer. Die Frage wäre wohl beantwortet. Es war wie eine Katekbal. Oder ein Museum. Ein Footballfeld. Überall waren so große Säulen und Pultlöschigkeit. Mit irgendwas drin, das wie eine Mischung von Hals, Kopf und einem Oktopus aussah. Und sowas wie ein Aquarium. Der füllt mit nicht schwarzem Wasser und einer Minigalaxie, die leuchtete und sich gedwetert. Ja, ja, genau. Und fertig die Sackle in mich. Erdampens doppel in eine V mit Waffen drauf. Und ich muck und tilgmeiften. Und ich lang eine irgendwie bedeutend aufs. Eins von den Teilen wird mich irgendwie gerufen. Eine kleine Harpe mit Seiten, die aussahen, als wären sie aus Gold gesponnen. Und ich habe etwas gehört. Die schönste Musik auf der ganzen Welt. Die Harfe hat mich regelrecht angefleht, sie zu berühren. Das Lied zu befreien, das in ihr defang war. Also habe ich meine Hand ausgestreckt und stoch. Was? Weißt du, was passiert, wenn du auf der heilbieden Waffe von Angels Edge spielst? Der heilige Harfe war. Als deine Segel wurd sich in mein Lied verwandeln, das auf immer und ewig det Instrument dujert, und zurückbleibten ur ein Leverkör. Oh, klingt rettlich, nahm er ganz cool, nah zu leben, nah dem Tod. Darf ich denn den Sonnenhaut buchen? Dann wäre ich gerne in 80er Jahre, klein Dackelso. Ihr sollt nicht hierhunget, wo's Zippo bürem oder Farb züchte. Also gut, es reicht jetzt. Wertlich, wer bist du? Ich bin der Konelekte. Schluss mit dem Versteckspiel. Zeitdick, oder die Hau wieder ab? Ihr bin ich. Der Konelekte, so's ne Frau. Zeiten ändern sich. Macht verschiebt sief. In meiner Sammlung befindet sich auch das Skelett von dem, den ihr einst als Konekter pattet. Du bist kleiner und violetter, als sie erwartet habe. Und du bist grauer und dicker, als sie gerdatet habe. Tch, ach, tueh, mich tut jönlich. Wie sah dieser Konekter aus? Äh, ach, eine lebendige Frucht? Siebt rund und lila. Wie wenig so ein Zug im Kokos. Erschreibe man mir wenig Färgen, erida. Bereibe tatsächlich selber Musik. Für Punkt ist, Konekter öde wirkt hat, als sie war. So erst hätten wir nur das gesehen, von dem sie wollte, dass wir's sehen. Weißt du? Zeig schön um mich, Mr. Lemonsiert. Wie, das sind unsere Gläsette? Wir sollten herrlich zu ich den Zabigfünsers. Außer sie tun uns uneigend. Dann finden wir ihn unvorstellbar quat. Nicht fahren, also wegen des Jobs. Du hast einen super Geheimtransport erwähnt, als hast du für uns. Seh dir das Ausstellungsstück da. Seh mal in den kaputt. Das ist ein unschätzbar wertvolles Relikt. Nimm ihn in die Hand. Wie, nur zu. Vorsichtig, ich sehe mein Spiegelbild ganz genau. Ich sehe die Erde, oder sie näher hin. Wie näher? Noch damit näher, die USA, Plains, South Decoder. Näher, Spiel. Berge, die Black Hills. Da war ich mal. Als Kind. Meine Mutter. Näher. Da ist er kaputt, an der Stelle ist er zerbrochen. Ja, aber was siehst du? In den Scharen. Nur in Wolpen, Mount, oder Mountain. Moment. Morweb. Es ist zerspittert. Es ist nicht ein Spiegel, in den du da blickst, sondern eine Karte. System. Und da, ja, den ich. Haben wir es geschafft? Ich habe geschafft. Wie ist ein Wiegen. Wie war es harsch? Schleim, so groß wie meine Hand, mit einem komischen schwarzen Rahmen, sah das hin gruselig aus. Das Spiegelglas war wie ein Start geboren. Lang und rechteckig, und der Rahmen war eine Figur, nein, äh, ganz in Schwarz mit toten Augen. Schacht, dass die Figur den Spiegel hält. Auf jeden Fall habe ich gleich gewusst, womit Wiss zu tun hat. Ja, nichts hast du. Klar habe ich es gewusst. Wie hat mich nur doengestellt. Er sagt, würde er noch mal ziemlich über so einen Tinde kommen. Wohin hat diese Karte geführt? Äh, zu einem Objekt von gewaltiger, kosmischer Macht. Nennt es den Schwarzen. Tz, ey, hey, da folge doch mal im Verrachten, du Idiot. Rägt dich nicht so auf. Nennen Sie ihn in den Spiegelzeiten? Die Kolette hat uns explizit verboten, davon zu entfernen. Und du steckst es in einem lebenden Archiv. Vernappsliedung bis woher youdleiz. Klar, du kannst sie dir gerne ansehen. Dabei ist auf der Milano. Das heißt, wir müssen erst mal unsere Ärsche von hier auf unser Schiff betreuen. Mir war nicht bewusst, dass der menschliche Arsch abnehmbar ist. Äh, was möchten Ihre Ärsche auf die Milano bekommen? Hast du schon mal jemanden mit einem abnehmbaren Arsch gesehen? Selbstverständlich. Und? Hey, hey, ach, wie du, Starlight. Sie nüssen Geduld mit mir Haare. Ich habe über eine Million Sprachen in meiner Datenbank. Doch die männlichen Feinden sind mehr. Da sie so oft nicht feindlich zu verstehen sind. Zum Beispiel, hey, hey, genug, der Fake braucht die Quatsch. Wir haben was im Rauch und schreit die ab. Hey, das ist kein Schiffskomputer, den man in Wurzel legt, wie du gerade. Das ist eine Person, also, äh, wie wenn sie ein Griff mit blinkenden Lichtern lehre, würdest du das anders sehen. Du lässt die Formierung aus den drei, du rier ihn einfach. Ah, Bocklet ist plötzlich, aber er hat kein Herz. Du bist doch lernfähig, oder? Das ist meine primäre Aufgabe. Zu lerne. Und? Kannst du auch Verhaltensweisen erlern? An mich anzukassen und nicht negativ aufzufallen, erlaubt es mir, meine Programmierungen sozialen Normen zu imitieren. Durch reine Emotionen ergreife aber die damit verbundenen Verhaltensweisen. Das nehme ich als ja. Sie ist du, Rockett, sie ist menschlicher als du. Erheilt. Sie interessiert nur, was du dächtst, was mir egal ist, deshalb machst du sie. Ihn meint niemand. Seid sicher, den komm aus. Also, buddy, versuch's jetzt. Trüb mir die Pfoten, dass es klappt. Viel Glück weiter, wie weh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, mach die dolly. Die autiet die-der-ifbete-kachtre-delasche-ern-hüften-eyn. Da-i-bei-wo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-was-is los. Ach, also z-pach-jää-kla-facht-la-flaho. Büh-oh. »Ich glaube, das System ist adbittend. Fragte, kragte, flach, flach, und das sei flach, der Chef, und die Brüder quillet die verfachen. Alles auch. Überlegen wir alles. All alle, was ist passiert? Du denk, lauf hier, der Dösker oder Eisei Giffes. Wir haben nur noch eine Option, und die heißt Blaster raus, strömmen wie meinem Rohrbruch. Sobald Sie durch die Tür kommen, ist dauerfreu angesagt, um wir Dich vielleicht durch die Lustumsschächte. Wrei hin. Ich wollte aus dem ganzen Schiff die Luftschleusen öffnen, um das Viehzeit loszuwerden. Und falls das nicht klappt, hätt' ich das Navigationssystem mit der Milano wie Corbett und sie zur Notflug gefärmlich steuert. Aber wir haben keinen Saft. Damit sind beide Ideen für die Torn-Aubittels und nicht die Fernsteuerfunktion in Deinem Handschuh. Ach, weil ich den Handschraf der Milano vergisst habe. Hast Du den vergessen? Das schwillt. Sam soll Räume ab in dem Rang der Länge. Okay? Der Handschuh tut beweh. Doch, das ist mich auch verliert. Aber verzeih, wir können uns nicht einfach durch die Wut durchballern. Das sind hunderte. Wir sitzen in dem Scheiß-Nest. Doch, et ich se wurd's mal einig. Wir sind auch... Was? Ne? Was hast Du gesagt? Na, Corbett. Bo, sagst Du das nicht live? Ihr Ansinnen war mir nicht bekannt. Solange ich mich in Gefahr bin, erlaubt meine Programmierung mir nur einerlei passive Teilnahme an Verlauf der Geschichte. Was soll das heißen? Ich bin ein Rekorder. Ich zeichne auf. Ich schreibe keine Geschichte, sondern beobachte sie nur. Ich bin eine unparteiische Zeuge. Floch, Sie sind fast durch. Die Kante-Liefe-Zelle sehe mich. Gott, Sie sehen, Sie kommen. Sie sind hier drin. Okay. Und wie läuft das auch? Signale der Milano. Sie haben nun ein Hologramm der Steuerkonsole. Geben Sie den Freischaltcode für das Schiff. Und da? Oh, okay, eh. Oh, oh, oh! Ey, erli. Ge. Scheiße, Sie trau'n. V. W. W. W ocht. reift nicht da zu nehmen wacht's doll sie büten die mir allein der uns des show an der standort sonnensystem erde in der nähe des planeten saturn an bord der milano im kieperraum situation peter quill rocket wakon und ich sind nach einem kurzen feierdefecht den blut entkommen hey was soll das du hast den sang ungefähr schon 7000 maig spielt da war der großartige zoom er ist klar in der viertelstolle dürfen wir die erde erweichen das schiff hat die strecke überraschend schlecht zurückgelegt auch überrascht sich das weil es schlecht gewartet und veraltet ist hey und immer wieder dieses verenden der gare schlacht das würde dir nicht anders gehen wenn du model entfanden hast du in feld geflogen wärst oder bei einer schlacht mit führung nicht offen weil na den leflat die gemäht ist sprichst du von der milano oder von dir die milano ist eine chance hier wegzukommen recht probiert passo bis ihr unrespekt er ich würde gerne mehr über ihre mission erzüblich des schwarzen vartext als die kollektor herr mission mission sind was für helden das hier ist eine haltherzige schatz souveräde es mit abenteuer die ehrbischen abenteuer der guardians auf der suche nach hausmitteln suchen bitte mit diesem ständigen gruppenpuscheln auffällern es nervt ist doch toll ja ja also jedenfalls war die nummer mit dieser kollektor eher erniedrigend als aufreben sei endlich stimmend der dänle schiff ui im grafisch der kaputte spiel ist da so eine karte ein teil einer karten niemand weiß wo sich der rest von ihr befindet und wenn man diese tate schreut was findet man da wenn man in einen spiegel blickt sieht man seine reflektio richtig die pate also die vollständige karte führt zu einem weiteren artefakt wie diesem hier im größe einem viel größer etwa so groß wären sagen wir einfach wie ein sack und der ist der schwarze wort der schwarze wortex ich glaube ich habe davon gehört natürlich kennst du den namen er ist teil von mythen und legend er ist eine batterie deren kosmische energie ein zur verfügung steht die sich ihm unterwerfen und was ist die wird hat ein partner der waschbär die nicht die einzelheiten meines angebots erklärt doch doch hatte pape ich aber das soll nicht meine frage ich weiß wieviel du uns zahlen willst ich will aber wissen was das dick wert ist quill das ist ein daumen wo das jetzt die frau ich bin doch nur neudierig du überlegst den vortext zu behalten richtig was wie denn nicht vielleicht auf dem schwarzmarkt zu verkauf auf dat einfach ist hier mister delicious sieht so wieviel auf die ausschiebert maunasen nicht noch nahe vorf erschreiret wird aber wie er diät if der beiden wird als dernz rr mister delicious komm wir um zu machen dieses sieser auf klar und geht ihr die halfbände auf im sockel rechts von euch ja lädt sie an die naht's nicht so wird schwuck wacht ihn einfach also ich wollte mal einen ohrring aber dann habe ich mir gedacht bis das wirkliche mit sie an auch den lehre fuhl den bier schuld an wie vor die und luft das ja ach wunderbar hatte dort jahre feige vertritt und so dass im kaiser da denn oder die aus silber oder nein üffet adamantien baumann muss ja platz sind ok also wir haben uns klar verkleidet können wir jetzt ein weitermache mit der gio ziehen fans im baisein zu pfrenen giozie er hat sich mit ihrer hilfe die laialität seiner untertanen gesichert denn wie er richtig erkrankt hat zwei zwieler bravo rollen durch die denn ein halsbrennt beäff nicht wahrstet ist auch haben denn schon der schliebendare deine schoßwunder der hat mühlen und die negate ach ich kann sie ähner essen oder ich kann euch von der leine ihr habt eine woche um den worte danach werden sich die heizbänder schlachachig zusammenziehen und habe der köpfe von a und b ach krumm das ist doch schwasseln wir halten unser wort es gibt kein mehr ist mein vertrauen leiner ihr seid nicht die ersten blüster für andere beerdete doch das war dein vater was moment du hast schießt so und bezahlt und den schwarzen worte ihn und seines lorderloids ja sie hatten einen gewissen ruf da als loser oder chance leucht und als männer die einen jobs gruppelos erledigen benötter umschreibe auf und oder eine massenvernichtungswaffe erwirbt man nicht einfach der tod folgt artefakten von großer macht auf schritt und tritt der schwarze vortex wird ebenfalls eine blutige spur hinterlassen was ist passiert was ist das man faute geworben ich hoffe das wirst du mir sagen können wenn die sache erledigt gisana die slaughterloids haben den schwarzen vortex offenbar von en schial gestohlen und auf die erde gebracht um profit aus ihm zu schlafen und so habe ich nach all den jahren noch immer nicht bekommen wofür ich bezahlt habe gut möglich dass dein vater längst tot ist aber falls nicht darfst du ihn gern für ein gewissen auf preis umbretten ich fragte nicht bereits warum sie den gleichen schlund hat ich dachte es wäre vielleicht ein zeichen ihrer gegenseitigen zuneigung so weit kommt's laut nein hier drücken unser zuneigung eher mit schwurzigen flüchen und pflegen in den näheren gegenden aus bächtern immer noch riechassen dass sie diesen drei zack hat er als hat hatten sie keiner die befeuern gefehle für ihren vater da rennen wir auch nicht rüber genau koa lassen wir das thema korra äh von wikode hä wie korra sie braucht ohne namen von der eier in jola jetzt geht das wieder los alles muss einen bescheuerten namen bekommen weißt woher die milano ihren namen hat von der schauspieler denn aus der fernsehserie wer ist hier der boss korra gefällt dir korra ja es gefällt meinen arsch sehr gut krache entzaubert und zwar genauso wird dem arsch reich mich nicht da rügnete versuche warum dies überhaupt nen namen die ich doch ebert wieder reg wieso denn das weil wir sie auf der erde hauswerfen drei sind einer zu viel kein möglich bei der ich verkenne de kleipi arti halcher wurschel sieg oder ihr tatisches scheitern auch tasche so ist doch sie kommen mit das ist keine sie das ist ein elf korra kommt und es ist nicht mehr als ein müllabelleten gesicht ich habe reichte und das weiß der rot dick du hattest du wie immer nicht akkrat und hattest du wie jemans recht tach willst du mich verarschen ich habe gesagt wir soll dem nordhof nachgehen du hast gesagt wir sollen ihn ignorieren dich durchgesetzt hätte hätte korra uns nie vor dem boot gerettet ja aber sie hat uns doch nur vor dem boot gelettet weil du unbedingt dem notruf nachgehen musstest genau das aber speich ich mit der wand und mit der idee den schwarzen bauter zu klauen da hatte ich auch recht da ist doch klar dass wir den von tesson klar oder dass immer das ding ist wir lernen es mich klauen paum schon seit wann machen denn bitte was man uns sagt seit ihr und unser leben auf dem spiel stehen was redest so denn da wir sind die guardians auf der gare zieht ach wir lassen uns doch nicht von so einer weltraum sammelkarten frau umkommen wir sind nicht die guardians of the galaxy wir sind die guardian von überhaupt nichts das schlaue uns nur irgendwie durch tritt in die ehratmosphäre beginnt gleich vermutlich ein doßen verteidigen uns einrichtungen anfunken weißt du nick fiore jetzt noch im leben an habe ich bock auf nen doppel cheeseburger mit bacon ein paar platten kaufen alte koppels besucher klingt super weil wir ja so viel freizeit haben wie lange ist es her dass sie die erde zuletzt besucht hann ich auch nicht so mit zahlen aber länger als du auf dem frafte warst auf jeden fall lang genug um sich zu wundern dass er noch leben dass eine parade geht und der garantie die schoss doch ist es niemand darf wissen warum wir sind erinnerst du dich ihr bleiben unter dem radar und machen unteren joch rein und wieder raus aber lisa melano noch lebt wo man als dänster wenn ich frage darf wer war denn der boss was der name der fernsehfender wer ist hier der was war sie der was das ist ja eben die große frage der ganzen serie man weiß nie genau wer der bosse platin so mein sich ständig veränderndes wachgefüge der heilige abruf friedlich und hatte war noch was was der händler stimmchen nicht ich bekomme nichts rein keine kommunikationssignale eine der tragung nichts ist der monitor kaputt nein der sollte ein ledig kvr ist nicht tippe wir empfangen keine signale ah sie ist letztlich was ist das eine warnung bei kein hallo keine vektorisierung für schiffemahnflug meine wahlung aus der äußeren atmosphäre dem orbitanen zettel wenn ich mich nicht irre stehen wir unter bundort planet erde situation fehlfunktionen und defahren bergern aber ich weiß auch nicht ob die überhaupt zugehen koach behörst du mich alles ok wo sind sauf der kohder direkt am fuß der black hills kohder sieg mir mehr nach arizona aus du musst dich ähm äh nein ich hab weh das ist ne wüste keine steppe alles nur totes altland einmal nicht verbläht oder maß da drüben ist man waschmoor ne verflatig scheiß frage hätt meine auden sind nicht mehr die besten ich weiß aber das da sind nicht die us-presidente das sind auf keinen paar washington jaffelsen lincoln und der roosevelt roosevelt doch willst du mir sag das ist du du erst hier bitte blind der kit als neu behauen worden es sind vier die sicht davon sagte du warst so heller ist hier passiert eintrag c1451 z2f standort planet erde im ehemaligen south dakota in den ehemaligen vereinigten staaten von amerika situation unsere ankunft lässt sich am besten mit dem wort desaströs beschreiben die milano und ich waren schwer beschädigt es war heiß und die vegetation ausgetrocknet unsere begegnungen mit den einheimischen endeten geweiht sei gescheiterter versuche fanden wir einen vermeintlichen verbündeten namens wet er versprach uns bei der flucht vor unseren feinden zu helfen und bot seine farm als zuflug gegenwärtig befinden wir uns in salokit und ich halten wache während cool handlungsunfähig schläft frage werden wir unseren verfolgern entkommen und dieser unbekannten person in dieser fremden welt trauen können was würden wir verwacht mal ich glaube ich will haben wir schon ein paar meilen da waren kaschelappen im dunkeln fürcht warten sie bis zum morgen kaum und es gibt die haare hier in richtländs hat feier dinge den mon nicht nachts begegnen will hallo groß ach ist der wettkwörter wie geht's quill war schläft der ball auf seinen karte aus das ist mehr als ein karte wird kannst du was eingesteckt und der flasche auf den kopf bekommen ich kann sie nicht übernehmen dass er diese erde verschlaufen will das ist eine scheiße einkehr wird will ey war auf wo achel ich will ne gehofften wo mach ich erzählung es und wundet an der wache ist aber wenn er schläft das eichen voll dritte nicht heiner ich hatte informationen die hilfreich fand äh na da mal rauf damit denn wie das fahrzeug anarbeiten gehörten geld sicher nicht dran nicht zu neuer diese hilfsschweckes hinter und zeh sind kann ich meine seismischen sensoren benutzen und peff zu stellen ob wir kathäglich verfahrt gab fritz sagt sie das hat man jetzt rack anhalter mann du netz mich weit sonst war's dass man bei einer großzügigkeit und ein pilziger arsch landet im taja ja 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 gut weit kipp mal auf die bremse seismische sensoren also was hast du sonst doch so drauf ich verfehle über 1000 aufnahmefunktionen soll ich sie aufzählen nein danke wach einfach den sensoren ey quill dreh dich um du schneis weichstaun und cora was sagen meine sensoren da draußen etwas kommt näher und das sind nicht die männer vor denen wir kapitel 2 die wistler hat's habt ihr eine ausrüstung weil er quillert sein helf und die boosterstiefel und ich habe einen blaster hast du hin was hohe tut ich wie in den scorer meine griffkraft beträgt zehn tannen und ich dann 450 kg stemme ich kann ihnen gerne weitere kraftdaten nennen bei du kennst du mir kofter zu nutzen sofern ich selbst angegriffen werde ist es mir erlaubt die bedrohung zu terminieren doch wenn nur sie in gefahr sind muss ich als zeigend zusehen ah ja dann hoffen wir mal auf option eins sag woher weht es war echt demütlich und so dein weg aber so lange hatte ich ungeduldig die weitestes der lopp ist so deiner farm siehst du den vierten mond am himmel ja wenn dir hinter dem beigipfeln mit den hauen und er untergeht dann sind wir da ah ja das hilft mir null aber tage trotzdem etwa 30 minuten was ich habe den lauf des mondes und unsere durchschnittliche geschwindigkeit berechnet 30 minuten ist die geschätzte zeit bis zu unserer ankunft vorausgesetzt wir werden nicht durch einen angriff aufgehalten genug zeugt um ich ins bild zu sitzen ich will genau wissen was passiert ist davor ihr mich und quillus erzähle geholt habt ah war schön er wir sind mit unserem schiff abgeschmiert dann haben wir uns die pfoten wundgelatscht wer über diesen sonnengebleichten noch und fliegt wo den du zu hause nennst dann hatten wir bisschen erder mausowassen 3 so blablabla und jetzt sind wir hier ende der geschichte korra ja wat quater ich hab das gefühl du kannst es besser das kann ich in der dmach einem anflug auf die erde wurden wir von einem abwehrsatellit erfasst und am arschhassen ob nach dem abdurz waren meine motorik und kommunikationssysteme defekt doch ich habe passiv weiter den ablauf der ereignisse aufgezeichnet wesentlich der diskussion zwischen starlord und wackel ob sie mich zurücklassen oder nicht ich lass sie ja nicht liegen doch das du's tun du lässt ens hier liegen meinig eis wir dulden ihr was ohne sie wenn wir blut vor toke hoch mann quell die ättest doch nur auf dir ist schon klar dass wir nicht bei mir ne woche haben um einen schwarzen ort als zu kollektor zu bringen bevor uns diese guillotine heißbänder die kreppfahrt säden oder wir lassen niemanden zurück ach jetzt verstehe ich darum geht's zu ja die vergangen meint es vergangenheit und sascholanne du kannst nichts land die männern das passierf ist niemand wird zurueggelassen oh nein 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 es dale und band ihn nicht auf einem blit wie hiebbreifte aber und so mikt bärjofs die heife karde wiebdecken hinterwicht die beine waren ausgedorrt und der boden kreideweiß die temperatoren stehde auf über 43 glad beim hals fühl sich an als hätte ich da heiße ameisen darin entlaub meine leber meine neber wutscht mir gerallt es bei ihm runter wird den netrales nur recht leicht und glanzlanzes ohne schöne drachen kredecki der kassor bedarmen prakne empfing wogget ein irdikonisches signal aus etwa 15 klicks nord-nordwestlich der abstrutsstelle fälle des signals schien eine einst blockerwill genannte kleinstadt zinsen darlort und schlocket entdeckten eine straße der sie folgtens feilt war bis auf wenige stücke versprachen am straßenland standen verlassene fahrzeuge in manchen von ihnen saßen noch ich weiß das obwohl ich es nicht sehen konnte denn starlort und schlocket würden niemals auf zu reden o maustwo vom maussitz proe nuken findest du bitte ohle mich leiden wann fangst wiederholten sie immerzu das ist unmöglich das ist unmöglich grisch und lang hörten sie auf es zu wiederholen vielleicht weil doch alles möglich zu sein schien wogget da wäre es doch für ziel für maas sie erreichten das alte ortsschild jemand hatte es übermalt stadt wolkerwell stand dort nun 13 kurz darauf näherten wir uns dem marktplatz er vernahmen eine stimme aus großer entfernung viele menschen hatten sich zusammengefunden manche hatten zieden und schleine dabei das ist du wein das kann nicht sein zunächst hielt ich das wort für eine mir nicht geläufige gefühlsäußerung dumm doch dann verstand ich es er der kott verflammte er wirst doch schwarz sein warum kassiert ein mächtiger und verrückter wissenschaftler deinem losmermens außenposten 13 segne karotten ein meia man könnte genauso abfällig über unseren eigenen abstieg lehnen nein wach das ist licht du nahe ist er das dahin ist er nicht leute doch bei dieses schrottige lautsprüchesystem einer seiner nicht lagsigen bewegung diese streichen gisten das ist ein stil du und jetzt du weit ach zum hänger sie auf der erde persönlich sagen weil ich mein gewinn nehme die büten nö die bösen jungs haben wir wollen man braucht sich doch nur umzusehen der boden ist völlig ausgetrotz schämele im reaktor strahlt der maßen dass die wildern nördlich wohl ihr grün und andetlan tücher vor mund und marse und nicht so viel staub einzuwarten also dumm hat quasi die welt verdorben ja so kann man es sagen verdorben doktor dumm hat uns ins verderben gestürzt das klingt beinahe beilte schule dumm hat uns ins verderben gestürzt ja genau dumm ohne heilen verderben dumm ist ein gefehl der ist ein mann und je nachdem wen man fragt ist dumm ein präsip dennt ein diktator ein bat holt ein treifel die zum fladvert jemand wie du überhaupt an für offene bland nicht schon einem land es gibt kein land mehr dumm regiert die wastelands so nennt man heute das was wir der mittlere westen und die quake plains war was liegt dahinter andere orte mit anderen problemen frage da ich nach arf den schlippi lag kannte ich keinen blick auf den dumm bad werfe wie sieht er auf wie eine mittelalterliche waffbühne form eines menschen und er trägt dann in uppenarm mit ner kapuze nur um einem klar zu machen dass sie eher der böse ist aber wie sieht du ihm unter diesen asthem af der da und hauseboot fragen wie ein schwert von innen aussieht ja aus wie einer zweibeiniger lebensfahmen denn aber einem er sieht aus wie eine waffe ist aber ein märcht mehr als das er ist ein länder tut er war schon immer einer der übelsten dikter und jetzt gibt es eine ganze amie von ihm dumm ist der übel er hat die wastelands in territorien eingetrallt außen posten 13 ist und in jedem territorium ist mindestens ein dumm bad statioliert äh und wo ist der echte dumm wo hat der sich eingenistet in dumm bad du meinst deadwood nein dumm bad es ist so zu sagen seine hauptstadt seine fabrik oder festdurm dann müssen wir da hin das geht nicht das habe ich kühlen auch schon gesagt sorry aber das ist keine wahl das ist so ne leben oder todsache weißt du ich werde diesen dikter tun sehr gerne treffel bächtiger und faftfiniander persönlichkeit keinen die ans bekannt machen naa zum flag quatsch du da ist in der platine durch die brach rauf zu schlein rach ach was rauf schön dass du wieder da bist der zähln wahl duwelle nirn wir gamelne fingernähte alles tut weh falls es dich interessiert wir haben die vor dem sich und tod gerettet du hundst du da hinten lebst du noch glaub schon hey mahl sie nebenbei die sichertest du dir dass sie dem kehr trauen können rötter ich gern nehmen frauen wie bitte ob wir dir trauen gar und kann wie ich mein ist ne berechtigte frage wenn man so mitten in der nacht am halter fährt ich halte euch auf meiner farm ja auch wenn hieften sind ickele und mir einen weckeren eintropf kochen rück 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 »Wanns? Etwas schnimmels? Die Goßt fürke da. Die Doßt rein. Luhal? Ja, und die, die? Wegen dem, von der ich meine Steuern nicht bezahlen? Die haben mir die Lieferung auf dem Weg zum Außenposten gehoch. Man, ich kann überhaupt nichts sehen. Quält man mal den Hämmern. Hat die Vierer hinaken die Klizifikationen ihrer Feinds. Starlacht, die Technologie scheint nicht erdig zu sein. Er plant hart hinter meinem Ohr. Beinleberigböße, unigerseller Dolmetscher, sauchter Fregolett-Sicht. Also was ich do? Zehn Uhr. Vierzig Meter Entherlung. Mehrere Feindkontakte sehen aus wie »Lasst mich warten«. Lampige Totenschädel aufs Gesicht gemalt und »Wiese schwarze Rüstungen an den Querten«. »Der Ende der Liste vergessen. Sie haben alle Pfeil und Bogen aufgezeigt. Zeitlos ballant nach ihnen.« »Nein, wartet. Einfach abwacht.« »Was wollt ihr?« »Die hat mich schon alles abgenommen, okay?« »Alleis«, bitte. »Was wird das verdalt?« »Bleit locker.« »Farmonaicht.« »Leute«. »Was?« »Ditzelten gerade ihre Beile an.« »Schweiße. Das haben wir da fragt, duft, gell.« »Inne da, ja.« »Er treibt's mir allein.« »Ich meck' gleich das.« »Ja, ja.« »Ja, da hat er plant gehaugt.« »Ja, und neuer Pärde.« »Dier, nimm die Feldflasche und hörsch das Feuer.« »Wird gemacht.« »Woah, okay, rachlich nicht gesagt.« »Ich regle das.« »Was soll ich sagen?« »Mein Finger abgehockt.« »Ich hab' ich mach' doch noch nein, topfors dir, du dämlicher Sprechner.« »Ja, ja.« »Ich seh' dir sie noch.« »Die Ghostfighter, sie.« »Die Hufe sprühen, blickte.« »Die haben Koyaksteine an, den Ufeisner mit's Fund.« »Nett hell fickt um den Leuten Angst, sie machen.« »Ich glaube ja, die haben Angst vor Rocket.« »Oder.« »Sie holen einfach ne Verstärkung.« »Kleib feiern.« »Ja.« »Ja, ja, ist ein bisschen eng, das Ding, für mich aufgebläht.« »Schön, wenn man es lockern könnte, wie ein...« »Gürtel.« »Jellis befinden, schneien ihn?« »Nein.« 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 »Das hilft nicht.« »Aber daher, und in Wabdau ist das ein Kasse ab'n Deck.« »Gut, woher guck, womit, woher hab ich das?« »Da, ich will überleben, die hier einlegen.« »Hau, mach einigen.« »Wie geil es dürfte.« »Nein.« »Ganz tau.« »Er ist ja, was jetzt noch fehlt.« »Ein Teller ist Speck mit Spiegelei, einem ne Tag und Toast, um die Soße aufzuwischen.« »Nein.« »Mathau, sag weit, dass erbode Sach- und halb mich bei Verstand bist.« »Kannst du uns bitte mal erzählen, was passiert ist?« »Was soll ich sind da, große Zäh?« »Ich hat gemacht, dass du wolltest.« »Informationen bescholft und Hilfe geholt.« »Hefe!« »Uch, hey, ich verstehe, dass Opa Wett und sein rostiger Pieck ab deine Vorstellung von Hefe sind, aber von Informationen sehe ich keinig pur.« »Ach, und was bitte hast du, wichtiges Gemach.« »Was ich gemacht hab, habt ihr?« »Oh, ah, nichts.« »Nur eine Diagnose zu einem Arian-Kommunikations-Interface erstellt, er spricht.« »Hallig, hat Platz gefunden, alte Telefone und Computer ausgebuttet, Kupfer und Silizium zusammengesucht und Kora wieder in Gang gebracht, und dann, als uns klar geworden ist, dass du nicht zum Kläffbogen kommst, weil du ja verhaftet wurdest, dir dich geältet.« »Ach, weil er es klingt nach Areld.« »Und wohl auch hilfreich.« »Wir können jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können.« »Sie haben nicht gehattet.« »Ach, Porei, wo es muss.« »Ich hab dabei nur an mich gedacht.« »Sie sind ein Geidchen of the Galaxy.« »Enau wie Starnacht.« »Ach, bitte nennen ihn nicht so.« »Warum nicht?« »Ja, weil es peinlich ist.« »Wenn ein dinsigende Barrett in Kona aussäße, ist er sich ja auch noch geig.« »Ach, wenn ich, warum muss er mir alles schlecht wachen, waag?« »Iss halt einfach, Mully's is.« »Wart's nur ab. Ich beweis euch noch, dass ich genauso gut bin wie früher. Besser, oder?« »Und zwar bevor das hier vorbei ist.« »Weißt du was?« »Nein, wie der willst, ist mir doch egal.« »Fass es, da er aus und hasten dreizehn, geschehen, Starlat.« »Dazu muss ich sagen, dass ich sehr durstig war.« »Extrem.« »Wurstig.« »Ach, welch ich, den Ampflat Dursten.« »Talern so sein, dass ich ein bisschen...« »Ach, du, äh, schnell an der Tonachnach, als gut, weißt du, wo du, schüchte.« »Selbst das anseligste Kaffee im Nirgendwo hat eine Kneipe.« »Also dachte ich mir, das ist der beste Ort, um Informationen zu sammeln und mir ein bisschen die Kehle zu schmieren.« »Und meine Kehle musste dringend geschmiert werden.« »Was darf's sein, Frander?« »Wo ist's?« »Hier, an den Schumabwa.« »Vielleicht fändst du ja ein, wenn du nashrängst.« »Ich hab hasset er wahr, derf ich sie gerne halt hier auf ihren Kälte send.« »Dank, der war auch so, sagt weiter, der Zufa.« »Ach, lag, u, ich schallt.« »Made ich begleitbern auf der Zufa mit Informationen.« »Sie ist doch eine Art, einer der Leitze.« »Szach da, ich, wie, ach, e!tl...« »Baron, an war ein echter Hempfda, an, bitte.« »Ich bleik, ach, noch wach.« »Muff ich ja voreheim, auf der Krampfdarmpaarne.« »Wed, was sagst du dazu?« »Ja.« »Wel ich dir ehrlich sein solle, ist das so ziemlich der Größte auf dem Mist, der mir begegnet ist?« »Sag ich im Frühjahr bei der Felder, denn der von der Arne, der Antante, endlich, sag mal, ich war im Rivalrecht.« »Ja, ist ja gut, Werd.« »Antlian steppte dir mal auf.« »Wie ist es wirklich passiert?« »Wenn die Steuern eingetrieben werden, ist die Bar immer voll.« »Dann ist jeder ja betrunken, das hilft ja, mich zu vergessen.« »Ja, deswegen war Jota.« »Aber ich war nicht nur wegen der Abgabenschricht gelaunt, so denn auch, wollte ich die gar nicht bezahlen, ich wurde ja auf dem Weg in die Stadt ausgerauft.« »Die hatte also ordentlich Brand, und die haben da einen Wring vom Fass, der in der Gegend ziemlich beliebt ist, und er hat es ordentlich in sich. Er heißt Schlangenbiss.« »Hinter dem Tresen steht ein ziemlich großes Terrarium, mit dem Zapfhahn unten dran, und in dem Terrarium liegt eine riesige, sechs Meter lange Alpinoklapperschlamme. Die Strahlung hat hier für ungefähr alles die Rehlei-Barstufen hochgedreht, also schlägt die Bar vor manchmal gegen das Terrarium.« »Dann spuckt die Schlamme ihr Gifte aus, und das rennt dann nach unten und sammelt sich im Zapfer.« »Ein Schuss so ist, geht er zu, und fertig ist der Trip ins Nürraswo.« »Ach, naja, das haben wir alle getrunken, als ich dir erlernte, aber wie Quill die Barkeeperin andigquatscht hat.« »Wo sind alle?« »Wir alle.« »Wir alle gut nehmen.« »Das ist los. Ist er dir für Abschaum, die uns zu schade?« »Starsart?« »Ich heiße nicht.« »Starsort, ich weiße.« »Ah, nein.« »Ich hätte es da.« »Darf hättest du doch gesagt.« »Ein mich habe mit hundertprozentiger Sicherheit nicht gesagt.« »Mein Name ist...« »Eher.« »Wo ist der Captain?« »Der?« »Wo ist schon?« »Den ich meine, der Captain America.« »Captain America.« »Der.« »Der ist ein Freund von mir.« »Ach, besser nicht.« »Der kann doch nicht.« »Der ist denn nicht wirklich tot, oder?« »Ich meine, der Captain Harry kracht.« »Di einfach.« »Ist ein Wendtem.« »Da ist von wahr.« »Faschisten.« »Its so ein Quatsch.« »Da hast du was durcheinander gebracht.« »Was ist mit...« »Kann ich sei.« »Tod.« »Heik.« »Komm.« »Ja, du Mau.« »Unden da andere.« »Greifen.« »Darren Simon.« »Wett Sky.« »Die Liste ist...« »Ein gut.« »Sinnhäule.« »Ein gut.« 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 Was hast du gesagt? Du bist ein Schurke, ein Böse-Dicht. Mit die Kleidermachst liefst du nicht mehr, Lache. Dafür werden die Leute hier schon Sachen. Oh, der Wunden hat dich ja alten Terniten und ausweiten, die ein Tier... Ach, weh, ich nur wie ein Alter. Was willst du denn, Wett? Der will dich bloß ein bisschen ärgern. Oder Starshot? Ey, Brüder, weißt du, ich glaub, ich brauch noch mehr Whisky. Sehr viel mehr Whisky. Ich muss trinken. Der geht auf mich, Kumpel. Zwar dir, du meinst, Wett. Tot. Wie können die alle Toterheit in der Maure? Du weißt, was bei Freunden passierte, ihr Maut, so weiter. Ja, ich will, ich will schon wie können. Doch, Mäck, ach, und die Blicke auf sich, und ich hab unbock, hier nachher aufzuräumen. Stoß mir an, nerven sie. Auf Wasser in mir anstoßen. Darf das Ende der Welt? Darf ich fragen, Baurida-Vieh? Werd, als Danart, ihr Sprache haben? Ach, ich kann mich nicht erinnern. Das Schlang und das Zeig hat mir ganz schön das Gehirn aufgeweicht. Ach, über das wohl, was zwei alte Knöcker eben sprüchen, wenn sie zusammensitzen. Die Vergangenheit. Was so passiert ist, was sich verändert hat, was wir verpasst haben, und da hat es wirklich einiges gegeben. Best dieser Tenner, Rattus, neigen Peter, auf die Telling. Steterweise sagen, dass du dich über seine Zähne lustig gemacht hast. Ja, aber nur, weil er den Kofferung gerettn lässt, dass du reirisch gehörnst. Aus euch übrigens, ich hab doch nie gesehen, wie einer seinen Bauwahls Waffe benutzt, hat Werdelsnake Piep mit seiner Wamper fünf Schlette nach hinten geschubst und gesagt, er soll uns in Ruhe leicherweise erfter zugeschlagen. Ja klar, aber nur, weil die anderen Tüten nicht ummüh wollten. Auwegei, jedenfalls gab's ne Schlägeleier, ich hab' die Fakke noch, und dann hab' ich den Barocker ins Tilarium geschuscht, aus sich zu brauchen. Ich mechern, ne, ach, hast du das Gesicht von Werdelsnake Piep gesehen, als die Schlange plötzlich frei war? Ach, ne, nein, aber ich hab' die Presse seiner Hose, ja, auch, und was hat er gesagt, ne? Mit der Volt sah wie Stahl, da hat er so hoch im Boden, weil die alle ihre Waufen da gezähmen haben. Tja, du, als er schiebleu, wie sie uns eigentlich verdern, da ist der Name frei vor Land und der nicht nach's Playlist gesungen, Jordi Kleisch, Alvis, Verklache, Leute halten aber die Wache, der hat er verhigned, Sä geht auch, dann im Ende, in dem Bibliot, Courack. Es ist eine digitale Übertragung, die an Endgaschleife gefängt er kehrt, Also ist das, wo er, wir auch hörst, wo bloch, vor eine wohl ich Blutput ... Schütter des Guna. Hey jemt, niverputz. Dasug und Mil hätten gesucht. Wir sind die Bösen. Wie sind wir, die Böse? Okay, was machen wir jetzt? Rüsten die auf und fahren weit. Da vorne ist die Brahm. Ich schlage vor, hier schlaft ein bisschen, es wirst. Und bereitet euch auf den Kampf. Eintrag C1451Z2G Standort In der Nähe der Black Hills, in der inzwischen als Wastelands bekannten Region. Situation Die 20 Hektar große Farm von Red Quarter war eine Oase in der völlig verdorrten Landschaft. Situation Die Doombots wiederholten regelmäßig, dass ein Kopfgeld auf die Verbrecher Peter Quill und Red Quarter ausgesetzt worden war. Nachts auf der Farm angekommen und wollten uns bis zum Morgengrauen ausruhen und dann eruieren, was uns in Doomwood erwarten könnte. Die rechneten jeden Moment mit einem Andriff unserer F- Weg! Bäh! Wenn der Schwarzwind auf den Schoß kann sie es in der Riffen. Ob wir wachen, nicht so gut aus, als wir realen was Ekliches getreten. Ich bleib an diesen Fenster, dass die Sonne aufgehe. Und wenn da draußen auch nur ein Erdmännchen rumsteht. Ach! Schlag die Scheibe ein und ballers auf den Boot. Die Doombots senden seit einer Stunde nichts mehr. Drum wird sie auch nicht willkommen, bevor's Höll wird. Wo erleichtert es? Die Nächte in den Wastelands machen ein Fertig. Außer dem bin ich ein alter Mann, die wissen, dass ich nicht abhauen würde. Hey, Quill! Kümper nicht mal um das Feuer. Klar, ein Tagsüber ist es heiß. Wo die Nächte sind kalt, aber das Feuer wärmt uns. Schon witzig, keine Ahnung, wann ich das zuletzt gemachte. Was meinst du, die ganze Nacht wach sein und darauf zu warten, dass er deinen Haufe Verrückter abschlachtet und dann die Doombots verfüttert? Nein, am Feuer sitzen und in die Flammen starben. Mit Freunden. Es gibt noch schöne Dinge auf der Erde. Ach, stimmt. Wir sind jetzt schon eine Weile unterwegs. Warum baut ihr nach Doomwood? Öh, können der Licht sagen. Wir sollten nicht. Äh, es ist was anderes, Wacket. Aber ich könnte vielleicht helfen. Wie wär's, wenn ich euch die Halsbänder abmache? Ich hab nen Arm-Nossel gewählt, aber die sind das Adamantium und sehr eng. Wir können mal nicht's mal. Ja, du hast uns genug auch helfen. Zerbricht dir nicht unseren Kopf. Das weißt mal auf, ich lebe hier seit Jahren unter dem Radar. Ich will, dass dich in den Westlands was ändert. Und wenn auf einmal die Guardians of the Galaxy ihr Auge tauchen, will ich wissen, warum und ich will ein Teil davon sein. Ich schätze ihr Vertrauen, Red Crutter. Ja, worin kannst du mir vielleicht sagen, was zum Hörfli beiden vorhaben, Cora? Ich schlage einen Austausch vor. Sie erzählen, was auf diese Clanipi passiert ist, und Quir und Wacket erzählen, äh, stopp, das entscheidest dich du. Will ich so schnell, Wacket. Cora hat recht, will es nichts. Wir brauchen mehr Informationen, nimm, wenn das sie durchziehen wolle. Ihre, die Zeit immer, was ich die ganze Zeit bei mir rumkett. Ach, spinnst du? Der ist schon, Herr Klee, wandert, denn du dir in das Teil zeigst, wätscht das früher oder schlädter so dumm aus ihm raus. Die Vötter, die mit den Westen lässt, oder schneiden ihn die Zähne ab, oder was auch immer man hier so macht. Siehst du die hier? Bevor ich draufgehe, gibt's zum Quäuerwerk. Jui. Danach wird's keine Unterhaltung mehr, die eben. Löff ein Blick in das denn hier. Na, wä. Was hat denn jetzt ein kaputter Spiegel damit zu tun? Das ist de gleich sein. Dat man siehst du mehr, ist dein fatiges Gesicht. Also gut. Statt, ich schi starre. Das ist keine Spiegelung. Das ist ein... Ja. Ja. Weg durch den Weltrad. Der riecht so eher, riecht nach Dakota. Der riecht zum schwarzen Vortex. Und du murdest laut den Koordinaten im Spiegel, das ziehe... Schatzkarte? Ja, äh, nicht für uns. Wir haben auftragen und ziehen. Die Heizbänder sie zu. Und ungeköpfe sind ab. Was ist dieser Schwabkürste, oberberühntes, supermächtiges, kosmisches Artefakt? Wenn du dich ihm unterwirfst, mach es sowas sehen. Gott, hast du... To... Ich hab deine... Die Diabli... Ich kürze diesen Tod halt. Ich hab doch vorgeschlagen, den Vortex auf so'n schwarzen Magzippa Courier. Ah, und ich hab... Nein, das sei... Vergiss das wieder. Aha, super. Die haben nen Job angenommen. Und den ziehen dir durch Appen ein, konnte er nicht... Oh, auf, klar. Ich hab die Lösung. Wir unterwerfen uns dem schwarzen Vortex. Nein. Börge, da lebe nur ich. Nein. Nein. Auf keinen Fall, ich solle nicht. Ich weiß da nicht, womit da jetzt draufkomme. Und so kaum, wenn mir der richtige, echte Guardians werden wackelt. Auch du, wenn ich die goldenen Seiten von Star-Lord zurückneig. Du, grün... Is I benighting? Nein. Nein. Is gop with dir und... Und die Erde letten? Nein. Marvel's Wastelanders Star-Lord Kapitel 3 Blutige Ernte Es wird bretel. Die meinten Kaupik. Ich will das Brot für die wegen. Na, er höll dich kein Katt. Ida Kaffee, lach sonst eine flüssig hat. Aber da gang, er nimmt es mit Sheikoi. Wart ich, wird ließ heute Woche sein, nur es hab ich nicht. Danke. Oh, wo rein, ma hat zu. Also, le schreit, du wurd echt, was Namensleid. So weit, ihr wisst, ja. Aber der spielt, leit kaputt. Uns kennt da also was Wichtiges. Kehlen, wie ich dir in deinen Bärten abends mal ein Mollrei. Das einzige, was wir als Bärten durch ihn gönnte, ist der Blackhawk-Pick. Das ist der höchste Punkt, des Lichter Rackis. Leer, der ist zu weit weg. Da, oseiter ist der Spiegel, ist das Dumbo-Zig-Wunder der Vollesse. Na, der Berg wurde so stark gebiegt, gehellt. Vielleicht fährt mir er nachher sein. Nein, okay, gut. Kennst du die Slaughter Lords? Slaughter Lords. Nie, ihr lötzt vor, mit dem Damen passen die ihr perfekt in die Gegend. Hier. Gnagmann. Die Werküte, sie werde die Anstierheit-Geschichte erfahre. Stimmt, das hab ich gesagt. Wie viel Zeit haben wir noch bei Sollauf-Gandits los? Bis dahin kannst du uns wohl die Zeit vertreiben. Bööö. Schlaufe wird es heute nicht mehr. Es gibt einen davor. Ah, an sich nicht mehr endest davor, denn nichts anderes als die kaputte Welt von heute. Ich erinnere mich sehr gut. Manchmal ist es das Einzige, was mich am Leben meldt. Wringel, die Regenböden in Gärten machen. Fahrrädern, gegrüne Maisföllere bis zum Holz und Football-Spiel entbrechend. Pan-Stahlien, ich würde es sagen, dass damals alles besser war. So blind hat mich die Nostalgie nicht gemacht, aber es gab ne Menge mehr Schönes. Kind war, ist ein Tonale durchs Zufahrts gezogen. Mensch schien die Sonne und im nächsten Augenblick hatte der ganze Himmel seinen zmerkwürdigen, geisterhaften Grundtum. Ein Baum in unserem Wohnzimmer, unter der Nachbarn war weggeschladert, in eifern Sekunden, Mann, nichts wie vorher. Alles war auf den Kopf gestellt. Auf links, genau so hat es sich auch vor dreißig Jahren am als schöne Agrarfirma gearbeitet. Nutzpflanzende Forschung. An dem Morgen war meine Tochter bei mir, Magna Fier. Also noch nicht in der Schule. Immer gern mit ihrem alten Hermunde, hatte ihre Malbücher dabei, spülte am Radio. Wir haben hier Erschütterung im Inneren des Pickups gespürt. Es war aber keine Explosion mit Feuer, sondern einfach nur jede Minute Dreck, der da hochspritzte. Ich konnte den Krat aus einer halben Mein-Inferno sehen. Ein riesiger, großer Haufen schwarzer Ehre, zwei Gestalten aus dem Quartner, zwei von der Elite, so haben wir sie später hier in Dakota genannt, hin und her gerast und haben sie bekämpft und aufeinandergeschasse, brachen alle Gesetze der Physik. Es war ein Kampf zwischen. Katan trug eine rot-goldende Rüstung. Sie funkelte und glitzerten. In dem Moment wusste ich, das war dieser Stark. Iron, noch nie ein von der Elite gesehen, außer in den Narv-Bahn kümmlich immer Leute, die es nur irgend woanders gegeben hat. In wen er kämpfte, weiß ich nicht. Ein Kerl mit einem roten Oman. Da sah aus wie ein Dämmann. Wie eine Schreckensgestalt aus der Bibel, fürchtest es auch nur meine Erinnerung, die mir das Streichel spielt. Dann folgte eine riesige Explosion aus poher Energie, und die beiden sind abgehauen. Außer, ich habe sofort am Autoradio einen Nachrichtensender gesucht, weil ich dachte, da berichtet jemand darüber, und so war es auch. Wie, ich ran fürchte, hatte ich dein Schlagfeld. Männchen, läuchten wir die Achigen, oder Linden, der Limmeldeck. Es passierte rebal. Was ich gesehen hatte, war nur ein kleiner Pampf. In einem vielicht Ameriker, er hat drin, an der Lerichal-Fold, wo er euren Mann ist tot. Toa, ich beruf wird gedignet, der Koch, so bin ich, wenn sie nach Hause kam. Hab die Badewanne mit Waffe gefüllt, lebendmittelgelbhaucht Männchen, Munitionsvorrat überpucht. Die Ladung Saatgut auf dem Pickup, hat sich in dem Moment wie Gold angefühlt. Tiefe Männern wusste ich, was auf uns zukommt. Ganz in der Nähe ist ein Atomknotzeug, der Chamberlain-Reaktor. Am selben Nachmittag ist das gesamte Stromnetz zusammengebrochen. In Chamberlain ergab es Notstromaggregate, aber die reichten auch nicht ewig. Die Handkmetze, der absolute Supergirl. Da Toa begann, der Himmel rot und grün zu leuchten, es war der Anfang, der Wastelands. Morgens mit meiner Tochter hatten wir also noch blauen Himmel und fühlten uns sicher, wie er die Avengers passend schon auf uns auffielt. Die Mutanten, die Fantastik, froh. Und all die Atomknot, aber als am selben Tag die Sonne unterging, waren alle tot. Vielleicht nicht alle. Oder noch nicht alle. In manchen Regionen gingen die Kämpfe über Wochen, aber man konnte es spüren. Man konnte ganz deutlich spüren, dass das Leben hier nie wieder so sein würde. Wie vorher liebte ein ziemlich bekanntes Lied, in dem geht es um den Tag, in dem die Musik strahlt. Ein bisschen so ist es gewesen. Dieses Gefühl, als die Helden starb. Situation. Der Moby begall ereigneslos. Wacket weite unverzüglich Abreise, doch Quilde stand darauf, zuerst verteidigungslas Lannel zu Schutz der Farn zu erwischbel. Als Dank Freds Hilfe. Tja, soviel zur Abreise im Morgengrauen. Das ist wirklich nicht nötig. So stellt es uns sichtlos weit. Riecht lieber auf, solange ihr noch könnt. Meine Meinung kennst du ja. Läuft dein Held etwa weg, wenn sein Freund in Gefahr ist? Ach, jetzt sind wir Weimar wie der Held, wo kannst du dein Welt Signalstoff verwitten? Da bohrst du jahrelang die dünnsten Blätter, die es gibt, und dann wirst du aufgerechnet in dem Moment, in dem wir den Kopf quasi buchstäblich in der Schlinge haben, einen auf die Geruhelmacherin, dich die Guten gewinnen immer. Das ist sowas wie ein Gesetz. Verzeih. Wettquartas Erzählung widerspricht diesem Gesetz. Alles wird gut, vertraut mir. Quill, ich finde es ja super, dass du dein Herz am rechten Fleck hast, aber diese Wiedergutmachung-Scheiße wird uns alle, wie wär's, wenn wir das unterwegs besprechen. Ratschla, okay, Dabbelt. Wir gehen mal Beteiligung, dann Lagn einrichten. Du meinst prallen? Gant genau. Ich muss doch das Schieffüttern, bevor ihr die Luft brennt. Dann mach das. Verholt los, Gaudienfgau. Verses lief unser Schlachtwurz. Aber er könnte es sein. Willst du mir auf der Farm helfen, während die zwei Clowns da ihr Ding machen? Es wäre mir ein Verklügel, ihnen zu helfen. Dann pack mir mit den Hühnern an. Hör mal, Cora. Ja? Nur für den Fall, dass ich draufgehe, Typ, nachdem ihr in Dungrot parken müsst, heißt Sebastian Rohr. Ich hab's quitt schon. Musst es aber dreimal wiederholen, also, sag ich es dir lieber auch noch. Ich werde es euch ja. Wird schieb, nachdem ihr in Dungrot prahnen müsst, heißt Sebastian. Sehr Sebastian ist Jäger, Trapper und Brandenküroer, kiellt so gut wie er. Wenn das mit dem Spiegel stimmt, und ihr noch diesen Mount, ähm, Mount Moriah, wenn einer den kennt, dann Sebastian Warn, sagt ihm, wie euch schickt, dann wird er euch helfen. Woher kennen sie Sebastian Warn? Ist ein Dight of Freunde, ist ein guter Mann. Manche kämpfen nur für ihre Ideale. Es gibt eine ausständische Bewegung. Ja, dann Teil davon. Sind ja meine rummerigen Hühne. Kannst du die Tür hinter dir schließen? Ich warte, da hol sie die Schüler für Teich, denn sie glauben, dass ihre Farben wieder gebacken. Aber sie Hummer haben, weil diese kaputte Welt mich etwas... Man kann selbst die schrecklichsten Dinge über... Die Nagel also hart nun. Ich versuche nur, die imste Seite zu sehen. Wer die wie mir der Leitei? Sagen wir, wenn ich glaube, es kann nicht mehr schlimmer werden, dann stelle ich es mir einfach schlimmer vor. Eine Farm brennt. Der Mond explodiert, ich pisse schwarz. So was eben. Schlazer auch will, ist wie die Tfilis, eishaft bedenklich. Genau. Und wenn ich mir dann wieder die Realität ansehe, der gehe ich mir, so schlimm ist, so soll es gar nicht. Stimmt's, Brody? Das Leben ist doch gar nicht so übel. Solltest du mal ausprobieren. Lier Schierletti, der Fahrt zu stellen? Njaja, zum Beispiel, dass sich Ameisen in deinem Körper einnisten und jedes Mal, wenn du sprechen willst, quälen sie dir aus dem Mund. Das wäre bedauerlich. Ja, es wurden sich Jahre lang dieses Stück Land gepflegt und wir meine Familie gesauert, doch dammer, als sie durr um das Hundeziefer die Ernte ruiniert haben und auch als sie Dunbots mit den dir Winden abgeknüpft haben. Sogar noch, sogar noch, es war ne Frau und war ne Tochter an dem Krebs gestorben, sind daher überall wütet. Ihr Verlust tut mir leid, weit Quater. Weißt du, warum ich euch mitgenommen hab, die ich quill und diesen schrägen Waschbären? sei meine Antwort auf der guten oder der schlimmen Überlegung basieren. Versuch wohl beide. Sie sind ein guter Mensch und wollen helfen. Und die, schrägte Seite, sie wollen uns hier festhalten. Wir werden jeden Tag auf den Feldern schuften und die Hühner melden und abends müssen wir zu ihrer Belustigung tanzen und unsichtige Darbietungen vorführen. Siehst du, da geht's dir doch besser, wenn du weißt, dass das nicht der Fall ist, da da keine Kolonie von Mundameisen zu beherbe, sollten uns beeilen. Warum? Meine seismischen Sensoren deuten auf sich nähernde, galoppierende Pferde hin, in einer Meile Elton. Da ist es jetzt wohl so weit. Zeit zu kämpfen, nur zu stark. Minut bis später hatten die vier uns wieder bewaffnet und in Mets Hütte verschanzt, mit freiem Blick auf die Straße, wo Rocket und Quill die Falle platziert hatten. Föhn bis ansieht, die Günderschaft. Da hatten du Wetten, dass er so gut wartet sah. Du hast schon warten, ach, der dunkle Streifen auf den Boden. Pass auf, was passiert, wenn die Pferde überlauchten. Jetzt! Was war das, da um die Pferden zu über wie angeholt sind, der in die die Pferde? Ich habe den Boden magnetisiert. Das hat die Pferde auf der Stelle gestabt. Die wussten ja nicht, was es erwartet. Ein Doom-Board oder Lorano-Westland-Cowboys. Aber beide haben Eisen an den Beinen. Wie hast du denn den Boden magnetisiert? Hinterfrag nicht meine Genialität. Gehen wie es einfach, da der sich gestern sturzbesoffen war. Aber den Typen kenn ich doch, oder? Aus der Don-Snake-Pie da unten und von den Fenstern Licko-Klechütte hat die Gebalken da kam keine Kuhn-Krache. Die Fämoni-Könu-Föke so die gute Söte. Der Hau der Blutwunste die Idioten ist besser als ein Doom-Bot. Die Schächte, die werden wahrscheinlich unsere Überreste kochen und essen. Ihr Welfen-Daten hat Linn-Bett-Eiter-Mann am Raut und Däne. Soll ich Ihnen die Aufsagen der Männer in Autark spielen? Ja, entweder das oder sie sollen lauter sprechen, wenn sie uns beleidigt. An dir, Ewina, D-D-D-Mann du Kora, solide Lautklecher. Erhelle, wie ich da rein dich war, mit Musik zu verdanne. Lauten meine Eken abort, gebt lagenet Ewina, acht lagenet Karpf, und geht weiter an labligen eignen Horden macht, wie Linn-Ninne gerade bespüren, zieht euch sehr entmüssiert wort, zweit in der Hand der Neide bacht, das auch dir, die Saasch, hat das gar, hat das trau loelt, das ist so nicht so schwind, ab, du und pfacht, die war, euch an den Haus, die Hütte sieht aus, als würde sie brennen, die Zunder, die Hütte von Nech, ab, auch der alte Räte hat rennbar von Neff werfe von Waffenhaar, gestern sind sie nur weggelaufen, dachte ich mir, Frauen, die, du eweichst mir, alter Mann, das Bein sieht aus wie ein Teller hohes ab, beträchtest du ihn nicht, wenn ich sie's warnen können, wo ein, bricht in dort, schwüß, für den Boden, die weinen uns das Fell über die Ohren ziehen, und du kommst im Warnschuss, naja, also, die Guten lassen das nur bei so, blühten, warte ich mal ein bisschen Musikallig, die Kerle reffen, wo dann der nede, puh, bein, haf, koniert, beart, e, geölsch, und, da, beart, die, ed, zyld, du, baller, bock, e, e, bach, noch, sie, e, 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 dantort, pferdestall, situation, nach allen zehnminütigen feuerdefecht, flohen die fünf zum teil schwer verletzten Männer in die Wastelands. Ihre Pferde mussten die zurücklassen. Wackett und ich haben die Tiere getränkt, gefüttert, gestriegelt, und für unsere bevorstehende Reise vorbereiteten. Ja. Ist alles in Ordnung? Ja. Mir geht's gut. Alles bestens. Ich's nur wegen dem Stroh hier im Stahl. So, das Pferd ist gefuttert und geputzt. Kannst du mir mit dem Sackl helfen? Netter. Ach, Lockett, Sie haben gerade Blut... Äh, ja, ist stimmt. Das Entwunderungsdatenbank zeigt drei weitere Husten. Na ja, ganz toll. Vielleicht ist es nicht das Stroh. Also gut. Erzählt viel nichts davon. Okay. Okay. Ich will die Sache hier einfach zu Ende bringen. Den schwarzen Vortex finden und abliefern. Die Bezahlung kassieren und sicher sein. Das für ihn gesorgt ist, bevor ich, na ja, bevor ich bewollt mich auf den Weg mache. Sind Sie traurig? Ich? Nein, nicht wertlich. Angebt ist. Ja, Zawa bin ich. Es ist eben so. Wenn man lang genug lebt, wohlt einen der Tode irgendwann ein. Okay. Aber komm, Quillen, Weichrasse. Ich darf's mal feierlegen. Wacke, da hinkbeit, ob man im Herd. Ja, 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 ja. Ach, weißt du, wie dich teuer und von dem Ding funktioniert? Na, halt einfach die Placke und mach die Glöte Tür auf. Trö? Die Pfülle sind nicht gut behandelt worden. Die Leute stehen raus. Auf ne Stelle in der Maul. Es tut ne Weile dauern. Trauen. Ja, ich kann alles steuer nachdem, dem ich ausbewerbe. Schwie war ich da, wenn deine Beide? Ja, ein Duwitte über meine Größe, maß meine Lache. Ach, auf damit, Leute. Ich fluss. Bevor ihr loshattet, würd ich aus nur... Ja, dieser Wollröhr war man meinem Kot. Ach. Und an mir. Ach, jetzt kenn sie dir. Ach. Ja, ohne irgendeine Art von Weichspritze, macht ihr's da draußen nicht lang. Dann zu. Nimm sie in die Hand. Mann, das sind echte Schmuckstücke. Dornierter Strahl. Sandelholz, Cliff. Drehst koal auf. Eigentlich mäßt er hier sein, ne, ich kann die nicht an, und er muss zu sein, ich büchtee da rauf. Ach. Ach. Woher denn bald? Na, ach, du Mut. Dürft ehrlich, seit denen zu zeigen, ich ne. Doch, so um ehrlichke Reihen, da darf ich noch einige Situationen, und wir haben uns immer noch haftige Ballheile. Stwoch zum große Typen, wie der Ritz. Dabei, der wollte in Dooms zu Hause spazieren, in sein Hauptquartier. Wer betreibt dabei, gleiche, die sich quer durch die Black Hills-Pristendung, denn denen die Elendmetalle abgebaut werden, dass die in Hafeterie, die das Erz anbrechen, Stahlwerke verbreiten, die Waffen und Wegsmaterial ausspuppen, die Hochhilfen vermatt schon bei, wenn weit entfernt riechen. Et misst den durch und durch hässliche Orden und Fahle. Stiges Fee erlief. Wenn ich für mich, der in der Albträume hier entdeckt wäre, hinter der Dose getätten, hat getinkt für ihn mich letzt machen. Euer Kontakt, Mann. Sebastian Warn, das ist der Typ, den ihr finden müsst. Ich warte dem Herr verband, er feiern aufheben. Eben enthält bei er. Seine Lieblingsschweite. Wie gesagt, der. Er in die Black Hills besser als jeder andere. Und er kann mich nicht nur helfen, wenn die mal vertrauen. Oder jetzt einen anderen Kerl vor dem, ihr euch lüten solltet. Gwriven. Gwriven der Jäger. Wo jennt sie? Na den Mann. Die Wastelands kümmen dich auf hundert Schaschinerarten anbeugen. Aber ich steht ganz oben auf der Sicht. Er ist dumm's voll Stricker. Seine rechte Hand. Wie old Dan Fäff war ihm aber doch auch kein Problem. Der kümmern uns schon um den Tüten. Nein, nein, das werdet ihr nicht. Der Tüttet nicht nur aus Vergnägen. Er bricht deine Lebensart. Seid Berufung. Und die Wastelands sind sein Jagdgebiet also seit vorsichtig. Rein und wieder aus. Da wenn Gwriven erst mal eure Spur aufgenommen hat, so hätte sie die nächsten Kadaver in seinem Schlachthaus. Da gedacht, ob du uns aufmutterst, Wade. Bist du sicher, dass du nicht mitkommen willst? Würde ich gerne. Aber ich hatte eine Fahrtwildung mitten im Doom-Boot. Ich muss die Farben beschützen. Und vielleicht konnte er ja gar nicht. Der Elkwang, Doom hat die Wastelands nicht ohne Grund in der Hand. Die Leute haben Angst. Und damit sich das nicht ändert, wird er ein Exempel an mir statuieren. Noch ein Grund mehr nicht zu kommen. Kleine Sorge, ich werde nicht unfertigst anhand warten. Ich behalte den Laden hier für einen Schocktraum vor. Bitte lustig, ja. Leider habe ich Zeit sehen. Als ich nicht mehr daran begnungt habe, habt ihr mir Joss zurückgegeben. Auf noch. Und übrigens, er, vielleicht, sollte dir lieber hierbleiben, als das Fisch Weichbegleit. Auf keinen Fall, der den Job nicht erledigen, sind wir tot. Dann fannst du ruhig, Bob. Nur so hat's wie dir. Der Planet könnt euch gut gebrauchen. Ey, Kor. Ganz und passend, natürlich. Danach wird das. Merebrochenmusik, hör die Reise. Wie wir eigentlich schon mit dir. Ist doch, der Leichtsehne, außer weim anderem. Wichel, wir passen. Doch, ne, als aufwärts, blacherte ich bei. Die Straßene, kommschan, erweigar, erziena, erheirte Eurikon nach Gravely. Eintrag C1451Z2H Standort Die Wastelands Am südlichen Ausleifer der Black Hills Auf dem Weg nach Doomwood Situation Wir verließen die Farm von Wettquotter am frühen Lorben. Wacket bestand darauf, vorauszureiten, um nach potenziellen Gefahren Ausschau zu halten. Ich frag gerne hohen Germ, aber wie weit ist es noch? Die Infernum ist variabel, Starlight. Sie hängt von der Rute ab. Wuhm, so ransom ist mein Arschwurmfe. Und außerdem hab ich das Gefühl, dieser Halsdinger mit jeder Meile, die wir erweiten, wird wie deutlich einer. Sie haben noch vier Tage, 22 Stunden, 35 Minuten und sieben Sekunden bevor Ihre Mission und Ihr Leben enden. Sag ich doch, die Zeit läuft, weil so weit ein etlich schneller Richtung Doomwood kann ja nicht so weit sein, wenn wir die direkten Weed nehmen. Meilen. In dem Tempo werden's gefühlt 20 sein, da er genau dieses ständige blöde Zickzack rinset und es ja so vorsichtig leben. Mein Leben. Was ist mit seinem Befalten, das hat er zu mir gesagt, während Sie für drei Minuten und siebzehn Sekunden von einer Klippe urinierten. Du hast es gestoppt. Ich zeichne alles auf, wie er grug auf der Leitung Siegme wie früher, Gare. Solange Quill beschäftigt ist, ich hab mindestens drei Drohnen gesehen, seit wir die Farm verlassen haben. Die Gegend ist zum größten Keil abgeholzt, nur noch Baumstümpfe. Wir sagten, dass offene Gelände meiden und in den Weid schön im Schatten bleiben. Die dürfen Quill auf keinen Fall erdickt. Der Auflärme, äh, wo er recht hatte. Auf mich ist sein Kopfgeld ausgesetzt. Da sollte trotz die Büchderleibgur raus. Die Luft stinkt irgendwie nach Verbrauch. Ob die jetzt die Schwüllen. Auf das in der Strahlemen. Laut meinem Geigerzähler betraten die aktuellen Werte zehn Millirem und neukommene Eif. Bon, was ist sie üblich im Untergrund? Branum der Erde liegt bei einskommhaft. Wunder, super, ganz toll. Da werden wir so langsam begrillt. Also hätten wir nicht schon genug Probleme. Apropos, ja, Starlard? Oh, 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 ich hab dabei ne Frage. Ich höre, ich höre immer, genau darum geht's. Also, worauf ich hinaus will, als wir dich gefunden haben, auf dem Min fragte. Ja, wenn ich nicht spinne, hast du gesagt, du wärst von Alpha Centauri aus unterwegs. Das ist korrekt. Was hast du da gemacht? Was ich immer mache, aufzeichnen. Und wie heißt der Planet, auf dem du aufgezeichnet hast? Siege Centauri. Siege Centauri. Hab ich noch nie gehört. Vielleicht war ich den Namen verwendet, den die Rigelianer hingegeben haben. Verstehe, du warst da also stationiert. Aber wieso bist du da weg? Warum der Kurswetzel und was wirst du auf der Erde? Nun ja, ich... Meine Arbeit war Erledigung. Ach, Wacke. Also, wenn ich mich hier unsehe, die abgeholzten Hügel und dabei weiß, dass Doom die Wastelands regiert und alles kurz und klein schlägt, dann muss ich so... Was denn? Die Rigelianer. Du hast sie ausdrücklich als Imperium bezeichnet. Ach, Imperium, Und das in Verbindung mit einem Planeten namens Siege. Der Lagerung. Klingt das? Ich weiß auch nicht. Dann klingt das einfach nicht richtig. Ich bin wie Fan. Klingt es denn falsch, denn die Rigelianer sowas wie Planetenfresser? Und bist du ne Kundschafter denn oder so? Ich mein, ich mag dich. Du hast uns bisher nur geholfen, aber ich... Ich bin einfach misstrauisch geworden. Das heißt, ich je gesehen habe, wie gut und böse einfach vertauscht wurden. Traum. Von Ad, was sie darunter verstehen, Stab... Äh... Ich wusste nicht, dass es die Optionen glissleinig ihnen sage, dass die Rigelianer diese Welt ver... dass die Bestrebungen des Imperiums seiner Ressourcen und Entwicklungen zu teilen, gutmütig und altruistisch. Keine Ahnung. N' Imperien nicht immer so'n Zeug. Bevor sie ihre Flagge hießen, das Land übernehmen und die Bewohner ermorben, hat sich die Erde ohne Aufsicht einer wohlwollenden Macht positiv entwickelt? Es gibt keine Natur mehr und nur wenig Hoffnung. Ich war drei Jahrzehnte lang auf diesem Frachter gefangen. Während dieser Zeit wurde meine Verbindung zu den Rigelianern getrennt. Man hat mich aufgegeben und vergessen. Nau wie sie und Wocket weiß auch ich nicht mehr, wo ich hingehöre. Und genau wie sie und Wocket werde ich dennoch weiterhin tun, was ich für richtig halte. Die Versprechen neuer Welten aufzeichnen und festhalten. Äh, so, äh, will ich ja vor, dieses Deutwoch hierzuwerden. Los. Na, dann werde ich an ihrer Seite bleiben und die Rettung dieses Drecklochs dokumentieren. Na los. Undefinierbares Geräusch. Wer? Oh, da bitte vier. Raub dir ja. Starlord? Wer? Mir ist an ihnen und Wocket etwas aufgefallen. Wenn sie alleine sind, ist ihr Tonfei ernster. Was? Na, äh, leg überhaupt nicht. Sie machen weniger Unsinn. Ey, macht Wurz dem Unsinn. Pass auf. Ha, 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 ha. Wicke so. Und schlagtet, ist an ihrer Abwesenheit auch weniger wütend. Wie willst du das? Er ist immer wütend. Ey, sag ich doch. Weg, roll da herz, wie er rülder Adach. Roll da hoch. Wer ist immer sauer und ungeduldig und enttäuscht. Das ist ein Ding. Sein Ding? Es macht ihnen Spaß. Er tut's gern. Meine Beobachtungen legen nahe, dass sie ihre eigene Sprache und Gepflogenheiten ha. Als Wackwei. Ach, er ist weit, die Umwege, war Umwege, der zerstes Eilid. Ey, der ist schon klar, dass unsere Zeit abläuft. Denn du mir nicht zuhörst, sind hier noch schneller tot, als du denkst. Wer meinst du das? Komm, sieh's dir an. Da, gleich hinter der Biegung. Ach, da los, Pfeizung. Ja, na, komm, der Däver, du gehörnest. Die Erd, der Däver, hoch, das ist echt deiner bärblicher Cowboy. Das liegt am Blut, du Pfeife. Was? Das Pferd hat Angst, weil es ihr nach Blut macht. Ach, der Russchei. Ab zum Vornerweile gerochen. Kann man nicht herweg. Es ist ja wieder leer. Tröchen sieht aus wie Jagdhofe. Boah, das ist eben tote Menschenzelt. Ganz genau. Und ich bin dir nicht sicher, dass sie schon tot waren, als man sie so, so, na ja, du siehst so schnutschleun gut. Angesichts der Temperaturen an der HW-Sorg, betze ich, dass diese Person in etwa drei Tage verstarb ist. Und da fänd nicht alle. Seht euch mal den Baum da drüben an. Und den da. Und den da hinten. Wie viele sind das? Feine Ahnung, es geht immer so weiter, brach, brach, bis zu dem Eingang von den Canyon da vorne. Öch, krok, und deswegen müssen wir umkehren und einen anderen Weg finden. Der himmlische Erfliegen bürfelt mir ein. Ich habe ehlich keine Fliege mehr erschleiden. Und sag ruhig, wenn man den kalten, insektenlosen Delkom vermisst, uns der Planet definitiver war's. Wer ist dafür verantwortlich? Ich sehe nur eine einzige Spur. Schuhgröße 49. Denn die Größe ist das eine, aber da ist noch ein Detail. Die Abdrücker. Keine Schuhe und das in diesem Geländ. Die müssen vor einem ganz besonderen Exemplar sein. Einen echten Hauptkreven mutmöglich, nachdem das Weltans erzählt. Nicht nur nämlich, was meinst du? Wie bei Tagung. Eine Art Nachrichtenprogramm. Ach und? Hören Sie? Wieder ge... Willkommen, treue Döger der Victor Lenscheinern. Neuen spannenden Ausgabe von Haupttierjagd. Mein Name ist Brandon Best. Ich berichte live aus Dumut. Und die Jagd hat begannen. Ich sitze zwar im Studio vor den Donenmonitoren, aber ich sage euch, selbst von hier aus spüre ich farmlich das Adrenalin, denn Dumut enttäuscht einfach nicht. Totem Hill ist zu berstenfrei mit Pakrioten, die sich nach Gereiftigkeit sehen. Böhren dir mal, was sie zu sagen. So hört sich das also an, dein hummeliger Haie Blut im Wasser Witter. Ich habe hier einen Bericht von Lord Dung persönlich vorliegen, laut dem die heutige Beute ein Mitglied der Untergrund- Terrororganisation namens Second Dawn ist. Ja, ihr habt leider richtig gehört. Es ist enttäusend und abstoßend, dass diese Aufrührer nicht zu schätzen wissen, was wir hier in den Victorleins genießen, nämlich Sicherheit und etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Und wo wir schon beim Thema sind, sollte sich irgendjemand in unserer agmosartigen Gemeinde verdächtig verhalten, dann bitte, 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 denn tölkert nicht, dass dem nächsten Dombot zum Mäden. Hat die Person einen merkwürdigen Argesrhythmus, beschwert sie sich häufig über ihren Dock, benutzt sie für unser großartiges Land, die Victorleins, den abfälligen Ausdruck Wastelands. Das sind klare Anzeichen dafür, dass er oder sie nicht auf Eilerseite ist. Es ist einfach eine Schande, dass manche Menschen nicht so schätzen wissen, wie viel Glöd wir haben. Und davon haben wir ganz schön viel, oder etwa nicht? Wir sind auch unermesslich gesegnet, wenn man mal darüber nachdenkt, was außerhalb unseres Teletroiums vordeht. Wir müssen nicht mit Gesetzlosigkeit, Armut oder Unterklempfen, wie anderes, täglich tun. Und zwar, weil ein Mann getan hat, was er tun musste. In Zeiten von Chaos und Not hat er sich erhoben und nicht nur die Kontrolle übernommen, sondern auch die Verantwortung für uns alle. Denn Doom sorgt für uns. Also vergesst nicht der Leiter da draußen. Doom sorgt für uns. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, was in Totem Hill abgeht. Du, wie da hat viel Kraft ist, wache Flähen. In Weitem an konnte ich ein paar Worte mit unserem fleißge erworbenen Raubferjäger per seimlich weg sein, dem gefährlichsten Raubtier, das die Welt je gesehen hat, Craven, der jegt. Ich durfte ihn in seinem Verhause besuchen, umringt von Tausenden von Feldteppichen, Profinhörnern und präparierten Tieren. Später senden wir das Interview in voller Länge, aber jetzt erst mal dieser kurze Assschnitt. Nun, Craven, können Sie uns Ihre Empfindung zur heutigen Ausgabe von Daubtier mitteilen, hämpfen Sie für Gerechtigkeit, möchten Sie die Terroristen unter uns bestarfen, ab oder einfach nur ihre Violität gegenüber beweisen. Heute Morgen auf meinem Wald schwitze Gankan die Gesicht war Violet und durch Wohen die Erbrochen legte an seiner Wahn oder vertieft. Dann war bis zum Knochen in Borken. Ich die Bokobacken, der sich in den De versteckte. So groß wie ein Hund erkauerte im Fatten eines Gebüts und wartete darauf, dass ich wieder gehe, steppte Ruhw und in größeres Haupt die Achselst den Menschen. Der Gorpion hatte den Knochen durch Anerließ gewinnt, hatte sein Opfer aus einem Versteck, denn im Hinterhalt mit seinem Gift den Dachelchen gegriffen. So zuck ich mein Messer Obst erscheide. Ich bohlte den Skorpion nicht Böten, nur Flaschstimme. Mit meiner Klinge schlug ich ihm den Schwanz ab. Milchiges Blut wurde. Der Skorpion versuchte vor mir zu fliehen. Dors knippte das Schrein der zappelte Tiefe über eine Meile zu einem Feuer Eisen bü die D zwo Brust rat. Da dicken Bö wacke ich die Ameisen Böten, Wilden. Bin ob da in den Ur T Besicht des guten Mannes hatte ich die kalte Gleichgültigkeit des Universums gesehen und im Den Fühl der Feuer Ameisen erkannte ich, dass es keine natürliche Gerechtigkeit gibt, nur die, für die wir selts zaubten. War das wapf bast gönn und lasst es in hohe auf er schwirken lade. Lasst es röf er schwar. Ein Hevor reste in unserer Mitte, ein Mitglied von Second Dawn. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, dass das ein unterhaltsames Match werden durfte. Warren wiegt von nur lächerliche 86 Kilo und Craven stolze 113, aber er hat in seinem Leben so einiges an Blut vergörten und kennt sich in den Black Hills Gold Ars. Im Schnitt vergehen Art Statistik von dem Moment, in dem Craven ins Hauen stößt, bis zum Tod seines Gegners 10 Minuten und 15 Sekunden. Mal sehen, ob's heute Länge tat. Die Best in Warren bekommt wie üblich einen Vorsprung von 30 Minuten und durfte sich Henne Waffe aussuchen. Messer, Deutsch, Schwert, Axt, Pfeil und Bogen oder Armbrust. Er hat sich für die Armbrust geladen mit einem Bolzen entschieden und ist im Vollspend in Richtung der südlichen Hödi geland. Natürlich waren unsere Drohnen die ganze Zeit dabei, da nichts entgeht. Und beides schachte es dort technisch eine ganz Meile durch unlegsames Terrain vor Treven ein Seilbahn Veed. Es weiß nicht wie dold der rei jäle mal ein prägnend ein Jag agress egen schie Hensen hat. Die Ems nach als war auf me wo hat. Und Treven macht die Art auf Sebastian Morn. Ja, ich hab's auch gerührt. Los, wir müssen von hier verschwinden. Das Weizkumpel unser Kontakt unsere Chance den schwarzen Vortix zu finden. Will, du wirst gesucht. Wir stehen hier in einem Sendarten aus Leichen und du willst dem Feind direkt in die Arme laufen. Da draußen ist ich do Quäven, da sind auch Dorn. Mein Helm. Was ist damit? Wenn ich den Entrage werden sie mich nicht erkennen. Es ist auch nicht nötig. Wenn du quäven in die Klerik kommt, schlachtet er dich zum Spaß. Ach, es wird schon. Ich hab dabei nicht Schießreisen. Au, meine Boosterstiefel. Au, bitte. Erf Wachl, ihr habt Lust der Stempfe. Sie boosten. Nein, du in Wustli, die naum an, die sind du alt, in Naurigo. Ein letztes Mal hat die Erne ist gewohnt ein Arm war gerorren. I in er aus tot klob der in a klach den klob er ist wie das macht da jetzt. Frau auch das ist wie Gott sagt klack auf. Weil es unsere Drohnen Videotrafik habt, ihr bestimmt gesehen, dass Kraven wie immer Barfu ist. Selbst mit Schuhgäußer 9 Hanf glotzig ist der Flüster leise unterlegt. Allerlies trägt er einen neuen, sehr figurbetonten Lenden Also schalten wir wieder zu unseren Kronen und sieh mal, wo unsere Breite zwischen Erk hat Erk Und da haben ihn Sebest zum Mo nach wie vor schnell unterwegs, aber ein besierrisch reposter. Er leert sich der Schlucht der Schotten, vermutlich will er die dortige Landschaftsformation als Verteidigung nutzen. Tja, da ist er wieder der Erste noch der Letzte, der den Versucht. Ach, er klärt die Wände der Stuft hoch. Mit Stück für Stück zieht er sich nach oben. Ach, die Armbrotzt wird auf den Rücken geschlungen. Er nutzt Bozeln und Risse im Pelz und sich immer weiter nach Ulden zu arbeiten. Er stuft wohl ein Müt Botei. Ey, meine Damen und Herren, es sieht danach aus, dass er hat eindeutig einen Felspuff in die Sier. über den Bodenschätzes mal. Ach, vermutlich will er von dort auf Graven schießen, aber das weiß nur er genau. Gut, vielleicht hat er dadurch wirklich einen Vorteil, aber wir wissen ja, dass Graven ein Tilt nie befährt. Ah, wo wir gerade bei Gravens sind. Sehen wir doch mal, was unser Jäger Gerd hat es und kall. Er bewegt dich schnell und zügig. Seine Augen suchen ihn weit ab und erfassen jeden Hinweis, jedes Spur von zu seiner Beute führen wird. Jetzt erreicht er ebenfalls den Canyon, die ich lock der satten, von der wir ja wissen, dass Sebastian Wollendorp auf ihn lauert. Boah, mh, öpp, hat geradeaus weiterzulaufen, geradewegs in die Schlucht entscheidet Graven, genialer weiter, möchte ich sagen, den anglänzenden Hündel hinauf rennen. Nein, es war keine Gedanken lesen, aber wenn ich ernten müsste, würde ich sagen, Graven will Worns Vorteil in einen Nachteil verwandeln. Oh, hey, verhältes Publikum, Graven nähert sich jetzt dem Rammt des Lucht langsam und vorsichtig, der erst spähte die dunkle Tiefe hinab und ins Scheil, das Wornum gerichtet hatte, reißt die Angus nach oben und Easton N-Wirten, wie in Stanny Möldlichsteid, das ist doch nicht verfassend, Graven ist getrauben, Metten ins Ge- Er hat versucht, den Zoss mit der Hand abzuwehren, aber Seind, Moment, ins Glaug, Resiste, ich glaub's recht, Raven hat den Bolzen hell ausgezogen, ist dein Gesicht des Blut verschmiert, aber ich glaube, die Wunder, oh Gott, sei deint, die Wunder ist nicht tief, Geiger zur Sage, Gravens Reflexe sind so unfassbar schnell, dass er den Bolzen abgefahrenen hat, einen Armbrustbolzen, der auf seinen Kopf Tug log, das wäre Tudelis gewesen, sag ich reich, und Craven hat ihn im letzten Moment mit der Hand aus der Luft gesnappt, ich darf an dieser Stelle daran erinnern, dass Craven keine Rüstung trägt, und auch keine Waffe, außer seinem Bowie-Messer, wenn er selbst ist die Rüstung, er selbst ist die Waffe, die ultimative Waffe, aber was sehe ich da, Warren will einfach nicht aufgeben, er springt vom Fiskor-Strum und landet auf dem Boden, Warren ist am Hoden der Schlucht, schwert vor, als versucht die Banons zu finden und sich aus den Sturm zu machen, die Jagd geht also weiter, wir se waren nicht da Römerle, okay, da unten landet der Darm ein Licht rar, selbst und verdrohen haben es schwer Warren zu verfolgen, aber Craven ist da neben Wlan und zwar oben am Rand der Schluchnen, der Zitren Buriemens und magt sich zum Baufball ein, aus vollem Laub Wie es aussieht, wurde Warren am Bein getroffen, er lebt am Boden des Lauf, die Drogen fügen jetzt ein besseres Bild, der Oh meine Leute, Warren geht wirklich nicht auf, er schleppt sich hartnäckig weiter, trotz der Verletzung, jetzt er deinkt er nach dem Messer in Seiden Twa Tja, wie es aussieht, dieser Wunser hört, denn Ravens bring aus einer Höhe von ca. 6 Metern zu ihm hinab Ihr müsst das nicht nachen Ich meine euch da draußen Habt die die zu Hörd und zu wehen Keiner von Leuten muss das wachen Ihr lebt in einem Käffeld Es ist doch immer wieder traurig zu sehen Die jemand seinem Tod ins Auge blickt und einfach keine Reue zeigen will trotz seiner Verbrechen Die Zeit verfeckeln und ist gekommen Ein weckt sich langsam auf Worn zu Zweifellos genießt das einem im Grunde geahnt vierten Sieg Die Pfeiter Säckeln Oh als ist das denn noch Invers ist jetzt los Ich hatte deine Arm was sie da spielt Beut da Lach dich Au Da flieht jemand auf unser Kau da hinten zu und zwar finde ich schlecht wenn ich das sagen darf kein Rund dieser jemand Wair sein die Kontrolle zu verlieren greift die Wand erschlucht und fängt sich da drüber erst gewaffnet der Mann hat einen Revolver und er schießt auf Draven vielleicht ist er eben was ein Terrorist wie es aussieht benutzt der Raketenstiefel allerdings ist Funtinium einer Verre und schon wieder verliert er die Kontrolle und am dies den Boden und dann noch mal die Wand zählt Raven scheint nicht ganz sicher zu sein wie er darauf reagieren soll der Typ fuchtet wendt mit seiner Waffe rum und schießt er nahe was was hätte gesagt was war das hat er auch der stören flieh schwebt jetzt knapp über dem Boden und signalisiert zu best in Zutau Raven hatte das dagegen und kräftig bruch der rakett blüht erst darung und teilt wieder gegen ein Brust und ist jetzt prällig aus erkannt Jens Lörs de la Branche schwebt sich in Väden Spiralen durch die Luft raus aus der schluft durch den Wald und ist das ja dass das war aber die merkwürdige und völlig ineffektive Unterweichung scheint ein Ende gefunden zu Craven quittiert alles mit einem Schulter zu und das sollten wir auftun denn nun nähert sich und Kerch hat es wieder geäst kraft liebes Publikum innerhalb von Minuten einfach unglaublich mit was für einer Kerft und Geellüssenheit der mal wieder gnadenlos zugeschlagen hat das lässt sich kaum ich meine ich weiß nicht das lässt sich schwer in Worte passen dann wisst ihr was darum übergebe ich das Wort an euch da st und zwei hören was unsere Fans auf den Straßen und den Traut im Hell zu sagen haben immerhin sollte Quayben dort Dadell treffen wir sind natürlich alle geswacht welches Facherteil er sich des war als Tophäe ausgesucht hat aber unnagel liegen die immer schon da reit und unsere Gemeinde ns Sicherheit ach raub je ach Dituation zlanzig Minuten später Workit und ich fanden Quill als er gerade von einem Baum stieg in den er gestürzt war da karl ist der Lord dumm rock das fragst du mich mehr klar ach du willst hier die menschliche flippertudel ach da sind nur ein paar Quatze an die zum vorbeiden gut ach ich meinte schon zu kräuer dass diese halt könnte irgendwie die okay ist bloß das als es atmen klar sie die ersticken die es schon klar dass du eigentlich tot sein müsstest wer war eigentlich saudumme aktion ganz im ernst wenn die in dowut sind können wir uns sowas nicht leisten aber so mache ich das nun mal wenn jemand Hilfe braucht beläuf ich also gemacht hast du da gerade gar nichts außer vielleicht dich selbst zum Affen ich die will nicht kaputt wär ein besuch und wir zart fest mal uns selbst zu retten okay ohne es kap harten am besten du guckst dich mal jemand nacken konzentrieren wir uns auf unsere mission wir holen den vortex und verschwinden von ihr aber sebastian one ist tot er war uns weinst die Spur hei was du nicht saß ich weiß so wie ich das sehe haben wir wohl keine wahl wir müssen irgendwie ein duo und Freunde finden äch Freunde finden hast die Psychopathen im Radio nicht gehört ihr gibt keine Freunde es gibt überall gute Menschen wir müssen nur so hübsch skokken feindlich und gut verlegt vielleicht zeig du dir versuch let il zu sprechen ach ja es bei das klappt schon wir gehen es einfacher die Stadt ach verstehe wir spazier jetzt einfach mal an die Stadt weil du dich da ja so gut auskennst oder was wann warst du das letzte mal hier in 5 6 6 oder da bitte entschuldige zeig uns den Weg zu den Spielzeug läden oder Baby nach ich hab nämlich einen Plan erst von Minowen de Gokot dann gibt Sympathie Minigolf und zum Schluss Brut Bier für alle Das ist und mich auf einen Stuhl setzen war das lustig siehst du was du angestellt hast Quir eine Dummheit des Lernen steckt ja jetzt pass mal auf der Plan lautet wir teilen uns auf betreten einzelnen unaufverlitt die Stadt und treffen uns dann später wieder weil das ja in Außenposten 13 schon so gut funktioniert hat ohne mich du läst jedoch eh nur wieder volllaufen und fängst an zu quatschen kein trocken mit meiner lippen benetzen wacher großes ehrenwort ehre leichter dich ernst zu nähen wenn dein Bart liet voller kiefernahle näher chor äh wie sind deine audiokapazitäten in vollen wäumen sagen mir mal hundert leute hat viele gespräche ohne probleme gleichzeitig verfeibel so brach dann gehst du in die beliebteste bar der stadt was und stelle an den leiten viele fach nein du hörst zu einfach nur zu bei was soll ich zu hör menschen denen bars um zu nörgeln anzugeben und geheimnisse zerteilen denn das happy hour bisschen zu riss könnt uns ein bild von unseren potenziellen entfalten und freud du kannst sie nicht einfach in der bar schicken man die reden von der stadt in der man zum spaß menschen jagt na wir passiert schon nichts mir passiert nicht der glaubt sie ist viel zu naiv erzähle einfach niemand und dac beinen umften er wir sind oder was wir hier wollen ok rick court jetzt benden sie ernst zu dir sicher dass wir ihr trauen gelten hallo quill ja ja absolut wir können ihr vertrauen standort das heaven and hell fire die größte und beliebteste schank wirtschaft in dum wood es besitzt zwei eindinne einen mit der aufschrift himmel und einen mit der aufschrift hölle situation ich betrat die bar durch die himmel schier da sie mir freundlicher erschien man bereitete mir keinen warmen zahn hallo ich bin ein regelianischer rick bader wer sende das als antwort du plastik roboter danke für ihren speichern ich verwende dir in einer geserz china brennende probe um sie auf auswärmen von giftstab rührer organismus zu testen war zur rührer dann spreche ich mit jemand anderen ach hallo große fahr und mit einem auge ich war zu ich nicht voll wapp ist dich mein name ist kohrer ich bin ein regelianischer rickader es rei plasi mal auf du will einmal mit bein mach dich vom acker bevor ich auf mich auf der kohle rot der zeitbar leise zeit ihm sein vringal auf kreben auf eine weitere erfolgreicher jahr kreed die fikt die knut verdie ich unfairen sein sicherheit so sie wartet er teige auf keiner an wird es war präte sagt du den trägst boch ich erhebe mein gelap die ja eintrag c 1451 z 2i standort die wastelands in den black hills kurz vor doom wood die stadt liegt in einem gewundenen tal umringt von kleinen bergen sie ist geprägt von einem industriekern aus bergwerken zahlreichen fabrieten einem sägewerk und einer raffinerie situation wie geplant betraten rocket co und ich die stadt getrennt und sammelten informationen drei stunden später trafen wir uns auf einem gebirgskamm mit blick auf die stadt weißt doch willst du ich wäste gerne acetal fänden star nacht ich bin betroll dass ich unsere namen gehört habe in doomwood die leute sprechen über uns man spricht über die guardians auf der galaxy was ist daran toll das heißt wer bläzir scheib auf doomwood ich weiß ich konnte sebastian won nicht retten was hab ich versaut aber ich hab trotzdem geholfen da liegt was in der lucht hoffnung es liegt eine übertagel um bernuft was meinst du eine dümbad streich sage die milano wurde gefol na ganz toll großartig warm schwing bin ich gleich kopf immer von der klippe und verteilen unsere gehirn auf den felsen da unten die sind nämlich sowieso schuld hey jetzt reik doch mal an die leute irak stell dir vor du sitzt jahrelang in im dunklen loch und plötzlich fängt deine kerze an zu leuchten das sind wir diese karte ne kerze eiter wenn du ne kerze wärst dann eine aus dem scherz hat die geladen mit furzgeruch und so du weißt dass ich rüchte ich weiß dass du nicht mehr alle kerzen auf der trotter hast jetzt pass mal auf die dubot sind hinter dir hier die milano ist schrott und beschlagnahm und in drei tagen säbeln uns diese halsbänder hier den kleiden es sei denn wir fehlten den schwarzen hervortex und ich und wer repitiert ach das wird schon schief glatz hervortex klingt das für dich etwa vertrauen erweckend nein aber wir haben doch alle gesehen wir sind jung aus hüberem die gasse in der die hunde leiche gefressen jahre inder mit blumen kohl pörmigen kumoren am hals hunderte von menschen die durch die stwallung blind geworden sind ja hier hab ich auch alles gesehen der dreck aus den raffinerien und das selge wert das den letzten rest weit auffrisst ich hab gesagt ich hab es gesehen die brauchen uns weißt du was ich nimmst zurück was meinst du ich weif rache was schon auf du malst mich so ich weißt nicht mal mehr wer du bist ich bin wie ein baum alter freund ein standhafter baum ein stand ha was zum flack soll das wau heißen sieh dich doch mal um sieh dir den schwarzen wald an all die bäume wie in die nadeln blätter abfallen und trotzdem leben sie doch äh okay stell dir das innere verneim dieser bäume vor da ist kernholz des baums da wachsen die ringe aus richtig und diese ringe erzählen eine geschichte an einem kannst du ne dürre erkennen am dächsten ein weidband auf schlechte jahre folgend gute aber das kernholz bleibt kernholz und star lord bleibt star lord von deinem grauenhaften song oder so nein also vielleicht ja will ich nie hören okay und jetzt komm stecken und zwar schnell verstecken acht helden verstecken sich nicht ich weiß ein versteck für stanak okay und wo bitte wenn ich flagen darf ich habe bereits alles organisiert organisiert das leute ja damals spin der auch hab ich gedacht in der rohrot auf die klick und der her was hast du getan eh damit auf mich zielt solltest doch bereit sein zu töten ich seite dach freindach auf die klee hier ist einer klee doch hin und einschieße ähm sorry was hast du gesagt ich hatte mich tratzen mein finger am abzug hat gejuckt ich sagte auf den boden die du doch auf den boden du fetter klapp he 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 wow wow ganz ruhig ganz ruhig klassen uns alle mal tief lücher da und wieder aus entspannt euch mal alles sein zum bell soll die waffe runter ne wie das feld knäuel zieht dir das fell über die o hey jetzt kommt schon cool bleiben lass das erst mal drüber reden warum bist du hier was siehst du von uns die weiße königin hat euch verlangt wer die weiße königin kapitel 5 have them and how fire standout ein verlassener bergbergstollen in den black hills situation nach einer schimpfortreichen auseinandersetzung stimmten quill und schockett fließlich einem treffen mit der weißen königin zu mit hilfe eiler drei seele gelangt ihr zu einem unterirdischen der heimen treffpunkt unter dummut ich hab gesagt der bringt uns zu einem geheimgang der zum heaven and war feier führt ist das die baul in der du warst es ist die hoch berätigste schank wirtschaft in ganz dummuten und sie wird betrieben von der weißen königin der schönsten und mächtigsten Frau der wastelands sie ist ein wichtiger geschäftsfrau und besitzt die fähigkeit gedanken zu lesen so wird sie von den menschen beschrieben sie sagen ihr anblick sei in die sonne zu sehen und ihre stemmel sei so wult und wie früste sahne auf einem Pfirsich es war als man sagt ihr körper müsse in bronzer gegossen werden um seine perfektion für alle zeiten zu erhalten ich weiß wie du sie war war ich habe ein gotes def über die so war wie aus rige wohn gar nicht sie hat mich gefunden zweites stockwerk das heaven and hell fire im Büro der weißen Königin sie saß hinter einem kunstfeuer die schnitzten Tisch um uns herum waren überall Käfige voller Singvügel unten in der bar hast du fragen über mich gestellt ich mag es nicht wenn fremde fragen über mich stellen also was hast du in meinem lokal zu suchen seid ihr eine schurkin ach was für eine eigentümliche frage was ist eigentümlich an der frage es gab eine Zeit in der mich mancher vielleicht so bezeichnet hätten aber nein ich tue nur was richtig ist für mich soweit wir bis slum beobachten konnten befinden sich nur menschen mit fragwürdiger moral und niederträchtigen tendenzen in macht positionen und mit wir meinst du dich wockelt und quill das ist korrekt ich befinde mich in einem raum voller käfige bin ich damit selbst auch in einem käfig nun eins solltest du über käfige wissen schätzchen all diese vögel würden da draußen nicht lange überleben deiner programmierung wirkt mir vorsätzlich naiv du scheinst nicht zu begreifen in welcher gefahr du dich befindest ich stoße auf friedrigkeiten ich bin nicht im stande angst zu entfelden sei so gut und wirf einen blick aus dem fenster hünen beängstigenden blick auf dummwurt mit einem schwarzen belag verschwotzt bin starb du musst das fenster öffnen da ist sie matschige straßen gesäumt von zerfeinen häusern bevölkert von gebrochenen siehst du die Drohnen durch die luft flieten siehst du die schornsteine die aussieht wie eine fabrik für albträume und die wagen voller erzt die aus den verbrannten schwarzen hügeln hinunter kommen siehst du wie dumm alles hier verflungen und verdorben hat ja ich sehe es dann mach dir klar dass er auch dich verschlingen wird willkommen in dunwood danke das war satt kassnutz schätzchen auch in diesem lass mich dir erzählen was du nicht sehen kannst du siehst weder die strahlung aus dem chamberlain reaktor in der luft noch die leichen die jeden tag an die schweine verfüttert werden oder die spione die ihre augen und ohren überall haben und du siehst auch nicht die festung in den högeln in der dumm lebt die gefahrt die uns droht ist das das wovor ihr uns beschützen möchtet erst ja aber ich habe sehr viele fragen was hast du im heaven and hell fire zu suchen verderwöhnlich muss ich mich auf so einen ermüdenden austausch gar nicht einlassen kann in die köpfe der menschen genauso leicht hinein blicken wie in die vogelkäfige hier der könnt in die köpfe der menschen blicken ganz genau ihr wollt damit sagen dass ihr eine tene paten seid ich bin so viel minger als das schätzchen aber ja niemand erinnert sich wer starlet und wocket waren niemand außer euch wart ihr ihre feindin oder ihre feinden lass uns bei fragen bleiben die ich dir stelle ein verstand mir ist alles was ich über quills und wockets anwesenheit hier in do oder oder ich verfütterer euch an meine schweine der aufzeichner verdammt obit so er sechst du wo so ist tipp vor freundet da füttert ihre freunde nieder schweile die sind da und wo ist da los ab auf die plattform die tag beruh der die feife rei schwabel mein freud hat den freile gestellt wo sind wir im keller vom heffel in hellfire volle altier fässer flaschen tanz cabernet chardonnay whisky wo wodka gin elchbisse äh elchbissen was soll das sein schwarz gebrannt aus der gegend hier mal es ist elchbisse äh mein komische zeut die arabokalypse fingere vermeide rohe wie ich denk na also hoch weiß du darfst geh das hat ihr sicher die zwei ton was man ihnen sagt nicht wahr quern kein lied versprechen nicht wahr quern kennen wir uns er ist erwaffnet weil ich sagte du kannst gehen wie ich ende de stich du so stier nach etwas ich na wisse nur sie bet wie ich begegnet damals aber du best dem na te zeigen quern bast die karte die zum schwarzen vortex füllt ich auf kent fall du bist kein weg gehalten du sie ist in deinem rucksack hol sie raus und gib sie nicht quill die bad sagt mit de stich karte ich hole sie sofort aus dem rucksack sie ist du die karte quill der spiegel stern ich glaube das ist keine gute idee also ich soll das anders ich stehe mit dem richtigen end da bann ich tue das wirklich mich gamm bär ja das to st to den was ist das ist schrecklich am in ton i put wo le eb ich gemob glauf sma z dada die ich moche kor und tr eh quell wein den eh nicht ob mit sie er wird mo er t dich and da f aber don z do hoff te den besten freund frühen mit wich knittelt um tion damit selbst der blott wenn ich stelle dem und die wo mit zu posten forst nur dann das klar is wir sind die guten warum bekleunst du der pflicht dir sind die 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 ihr seid nur zut weit eh nur ist der west der guardians die 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 sind der brach schwicht mell drach hau zu ok leiden mitten sie sind got jetzt höre ich dich auf selbst wenn ihr euch immer als den gardien sind seid wir dreißig war be zu spät wud not was ma in mein glas der brennt dir bleiht das letter nub der fress lady die wo die waffen weggesteckt sind können die die unter haltung fortsetzen ohne weitere ablenker wie klingt das gut dann werde ich meine bitte jetzt wiederholen die karte qu schön wie seltsam ja siehst du werde ich immer weiter und weiter und weiter führt bis jetzt man hier ankommt den dom aber da endet der weg ihr wisst nicht wo der rest der karte ist nein also wisst ihr auch nicht wo ihr hin sollt wieder richtig die black nules sind wie ein schweizer käse selbst da wo laut geologischen analysen keine bodenschätze sind gibt es bergwerksteuen mit anderen worten dom lässt seine leite manchmal einfach nach nichts graben äh das kann nicht sein nach irgendwas wird er schon suchen natürlich sucht er nach irgendwas das wüsste mir schon seit geheimer Zeit und ich will es vor ihn finden der schwarze vortex gehörten mir nur sorry hexe da wird leider nichts draus die hand job und sind die schichte wäre den schwarzen vortex nicht finden und abliefert naja der letzte teil ist noch nicht ganz geklärt ein fähig unterwerfen mich dem ding der blich und bekomme dann einen haufen ziemlich heftiger kosmischer super super kräfte damit rohe mich dumm aus dem weg und weiter die wölten ist ein kinderspiel unterwerfen sagst du das ist doch etwas das wir gemeinsam tun könnten oder nicht wenn die das konzept der unterwerfung zu gefällt ich es ist alles in Ordnung wir fahren den nur es geht über was anders ihr müsst mir kommt schlä ich bin beschüchtigt kräven ist hier er ist hier er will mit euch spreche vorüber über quirl das ist sehr unpassend frage müsstet ihr das nicht alles bereits wissen ihr sagt eine tennepate so wäre eine omigalere tennepate ich sagte ich war abgelenkt beuge euch komme ob er weiß dass wir hier sind das werden wir sehen wenn ich ihn über reden kann wieder zu gehen führen wir dieses Gespräch hier weiter und wenn nicht dann sind wir alle so gut wie tot standort der keller des heaven and hell fire situation während immer und graven sich unterhielten stellten quill wogget und ich fest dass man uns eingesperrt hatte wir waren gefallen was war wir waller das schloss an der falsche rett und versuche unser glücker in mien war dann gehen dir hoch und feuern aus arrohr wir bleiben einfach genau hier äh du wirst jade rumsitzen und unser schützer der weißen hexe überlassen begreifst du's nicht as jetzt komm schon sie hat spione und geheingänge sie ist eine telepathin macht leute besoffen und hört zu wie sie ihre geheimnisse ausplaudert und sie will den schwarzen vortex fortum finden und afrast gehatschus heck ent da äh ich weiß nicht man ich traue weder der idee noch dieser ist eine person sie ist wie eine person außerdem sind wir wegen diesem ding das du person nennst in einem keller eingesperrt sie hat nur gemacht was wir ihr aufgetragen haben und verbindete gefunden mrrr korr ja stannard kannst du rocket bitte davon überzeugen dass du auf unserer seite stehst keine schaust situation das büro ver enna fast versächt steupti wiedergabe auf der anderen und du bist einfach blind links durch die stadt spaziert hast du hier vielleicht jemanden gesehen der so ist wie du die tomb bots dung hat licht umsonst alle bliecher vermahnt und im umkreis von tausend mile jenen roboter verschrottert und durch seine eigenen ersetzt er will nicht dass die menschen von intelligenz beeinflusst werden erst recht bicht von einer künstlichen davum habt ihr mich in diesen kläfig gesteckt wenn will und jockey sie genauso umnachtet verhalten die du dann müssen wir sie auch hier jauen und zwar schnell bevor sie verhaftet oder detötet werden wenn ihr versprecht sie zu beschützen werde ich sie hier her bringen du wirst ihnen nun über loyal steuern sie irgendwie deine programmierung nein warum dann star ist ein wit mit dem potenzial Geschichte zu schreiben du magst deis aufbunden ich mag sie nicht mehr als ich verbrecher mag in meinen direktiven ist verankert mich den mächtigen anzuschließen darum habe ich Fragen über euch gestellt Emma Frost weil ihr eine der mächtigsten Personen in Dunwood zu seid fort du bist also queden sack von schrauben der aufzeichnung leun es wird viel versprechend da wird kundrabe na ich weiß nicht ich kann bestätigen dass dem nicht so ist ach und woher willst was wissen echt wann sie hören du kannst bitte was ich schwere sowohl Emma Frost als auch Quaven er saß an einem Tilt und wartete als sie sich zu ihm setzte zog er ihren Stuhl zu sich verland sodass sie dicht beieinander meine Mikrofonsensibilität erlaubt mir selbst leise Gespräche die im gesamten Gebäude stattfinden zu erfassen ach er war mit der riet wohl gesagt du musst spiel ab lass mir man wohl du verein es war und zusieht bei was bei einem spiel sie spielen an tun fiel namens knapp an in tisch ist eine fleffe wat gar ne zwei schnachs gläser und eine weiße gläser nur wie kannst du das alles nur durch Söhndes durch füren nicht nur üben sondern allen zu außerdem erfasse ich in faffan und seismische schwingermann der wurden hier eine basurig brill gift wo vergiftete leute lalle vergifte die welt versuchten rufragin nur mag die rasse der glabafländer zu bewüben und wenn es nicht muss man finden wenn doch muss der andere trinken und will sich tun bezwanzer nach mit man hat die hassen verfehlt sobald ich es verstanden habe hat kreben die hassen verfehlt beturist an le tritt blut dackte dieses spiel agade da mal schon sein messer gezogen ist damit die schlanne durchbohrt und an den tiff geräftet ein liter weise gif darf ich diese wohnheit nicht kakao verlehrte zum beispiel diese wodka fliffe auf den boden werfen dann sehn ganz so von ab ob du mir sagt was ich wissen wie die 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 ab zweis behaupteten du bist den als aus weiner bar es stieb das goeich die dackte hier mit der bögelchen die in der zwischenzeit etwas vorsing und du mir nicht beflacht lacht der an rie un stop einen bögelchen gu ich wieder um er wirst du millier in li da o 10 eintrag c 14 51 z 2j standort doomwood im heaven and hellfire in der wohnung von emma frost situation emma frost hatte quill rocket und mich aus dem keller über eine geheime treppe in ihrer wohnung im zweiten obergeschoss geschmuggelt sie sagte sie würde hilfe holen und bezeichnete uns als ihre ehrengäste allerdings schloss sie auch die tür von außen ab als sie glat nid alles okay man wir droh auf er warst parfüm rein bis zu bercht ich aus die riet so rosenbeet wo flaschig und bram raus geht wo es zu der hol wir zum gräser raf mich ord und ich jetzt wo so ei »Ja, genau. Und warum sind wir dann ja eigentlich mehr abbruchten?« »Sie beschützte uns waag.« »Bei man ja ab, da wo uns machst, Tarnath, da ich mal ne Sekunde drüber nach.« »Sind wir hier dödlich eingesperrt? Oder hat man die anderen ausgesperrt?« »Ah, vergiss es. Mach ich mal die mit, aber nachzudeckt, Tarnath.« »Dürfte ich einen Terbes ist in Chor.« »Haffdrasenart, gestreißenen Ziernen, Pantefettig, 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 Fai...« »Ah, dann schieb mal deine Kiste zur Seite und was mich sehen.« »Welche Kist, Gold? Was siehst du?« »Bei ich schütz mal so 30, 40 Leute. Soll ich dich hofe Ebene bedeuert, was siehst, weil's bichtierst doch heikwurrihene Eauleimach das Schrodi-Di-Di-Dak-No-Bi-U-A-Bi-E-S-Wer-B-U-A-B-I-S-Wer-B-U-I-S-Wer-B-U-I-S-Wer-B-U-I-S-Wer-B-U-I-S-Wer-B-U-I-S-Wer-B-U-I-S-Wer-B-U-I-S-Wer-I-S-Wer-B-U-I-S-Wer-I-S-Wer-I-S-Wer-I-S-Wer-I-S-Wer-I-S »Mann im Ernst? Die haben von dem Aufruhr in Außenbosten 30 gehört. Und mein Nante war auf Train. Die haben gesehen, dass die Guardians zurück sind. Und jetzt trauen sie sie auf die Straße. Weißt du was? Genau, wie ich diese Art alles als Wunder zu glorifizieren, verlieren wir halt unsere Köpfe. Und das N-47-Stan-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G- »Dönde denken Sie? Nein! Dies wot sie mal. Das wird michgotassέgeben. Wieso sagtожет du das? Das ist Prosatid. Trastner te ich werde die Geräuche für sie verstümmen. Der ist es nur ein Tutport. Fantanne nicht alle farf. »Warum machten die denn nichts? Ich weile, steinig weiß, lo, dat bäck denn, so, wim? Deine Hände, siehst du die Hände, wort nid, wimber, rülsen, blei, seh, ganz dem, äh, ach, ha, lo, die deine, was gleich passiert, verhehlensan, eine Formste leuchten, und sie erzeugen je, den is'n es unternehmen, wort. »Nein, steck diese Wolle, aber den is'n den, her, ich muss auf was gehen, was sie tun, peis, eb dich, zwicht järfst, er wird wirklich, meint.« »Er hab dich getötet ab.« »Wiese Band, gut, ab wie gut seid's.« »Vertrauen, Zylbo.« Standort, das Heaven and Hellfire, im Büro von Emma Frost. Situation. Nachdem der Doomboot die Demonstranten getötet hatte und ihre Leichen an die Schweine verfüttert wurden, beschlossen Quill und Rocket zu fliehen. Vielleicht, weil der Anblick von so viel Trot ihren eigenen Greifbörfer machte. Was soll das heißen, sie sind gegangen. Sie sind aus dem Fenster geklettert und über das Dach gekrabbelt. Dann haben sie sich von der Rinne auf die Straße fallen lassen. Ist dir klar, wie unverantwortlich das war? Damit bringen sie nicht nur sich selbst in Gefahr. Denn jemand gesehen hat, wie sie aus diesem Gebäude gekommen sind. Dann ist alles, was ich hier aufgebaut habe und wofür ich kämpfe, verloren. Ach, du wirst mir jetzt sagen, wo sie hinweilen. Sofort. Sie haben mir ihr Ziel nicht mitgeteilt. Nicht genau. Was haben sie dir denn mitgeteilt? Sie haben sich getrennt. Rocket sucht einen Weg, die Guillotinen-Halsbänder zu entfernen, die sie in zwei Tagen töten werden. Haben die denn nicht begriffen, dass ich ihnen genau dabei helfen wollte? Ihr habt bislang nicht offen über eure Pläne gesprochen, Emma Frost. Deshalb trauen sie euch nicht. Aber ich traue den beiden zu, den Vorsprung, den wir gegenüber Doom haben, zu verspielen. Und Quill? Wo ist der? Bull sucht nach dem schwarzen Vortex. Der Trottel wird nicht lange genug leben, um ihn zu finden. Hat er etwas verschiegen? Hat er weitere Hinweise? Das hat er mir nicht gesagt. Aber, ja, warum wusstet ihr nichts von ihren Plänen? Ihr seid eine Telepathin. Quill ist nicht der Einzige, der langsam eid wird. Ihr wollt damit sagen, ihr seid nicht mehr so mächtig wie einst. Früher konnte ich mit nur einem Wimpernschlag dafür sorgen, dass im Umkreis von zehn Meilen jeder Mensch bewusstlos zusammenbricht. Ich wusste nicht, dass man das mit Wimpern machen kann, einem ... Die wissen etwas verloren, sonst würde ich meine Zeit wohl kaum damit verschwenden, einen Sack Schrauben in Form eines Menschen auszufragen. Keiner von ihnen war redselig. Und sie sind immer sehr redselig. Es gab keine Witze und es fielen auch keine Beleidigungen. Was auf der Straße passiert ist, hat sie sehr getroffen. Aber du bist noch hier, Schützchen. Ich bin noch hier. Warum? Ich darauf antworte, habe ich eine Frau, als ihr klappernd gespielt habt und Craven die Schlange verfehlte. Habt ihr da betürlich, habe ich da betrogen. Er wiegt fünfzig Kiel. Ich lasse mich doch nicht von so einem Tier in meiner eigenen bauen. Warum spielt ihr dann, wenn ihr wisst, dass ihr nicht fährt? Der Mann ist wie ein Blutrausch. Immer auf der Jagd. Immer auf Ärger. Er ist Dooms Waffe. Er kann tun, was er will, ohne Konsequenzen. Wenn er das Heaven and Hellfire betritt, in der lässt er fast immer eine Leiche. Ich bin die Einzige, die imstande ist, ihn nicht nur herauszufordern, sondern ihm auch die Stirn zu bieten. Ihr habt ihn getäuscht. Habt ihr aus Wocket und Star-Lord getäuscht? Du meinst, dass ich sie zu ihrem eigenen Schutz eingesperrt habe? Das war vielleicht unhöflich. Aber keine Lüge. Ich sagte, eure wahre Gestalt. Vorsicht! Als ich mich über euch erkundigte, sagten die Menschen, ihr werdet die bemerkenswerteste Frau, die man je gesehen habe. Ich sagte, Vorsicht! Beispiele! Wiedergabe! Die Beine von Emma Frost. Die Gehirn in Form 4. Joch! Pff, bitte, das war schwindlig, wenn ich wünsche Tönke! Doch das sind keine zutreffenden Beschreibungen. Weil deine verdammte Klache reif endlich, deine verdauerte Klappe! Ach! Ich würde dir ja einen Drink anbieten, aber ich habe leider keinen Böhlen. Die Magd, die euch erlaubt, Gedanken zu lesen, erlaubt euch auch, Gedanken zu verändern. Habe ich recht? Anwesender ausgeschlossen. Ihr kontrolliert, wie die Menschen euch sehen? Eine visuelle Lüge? Es ist eine Lüge. Sondern? Pff, ich war vieles, was ich heute nicht mehr bin. Das ist der Lauf der Welt. Darauf trinke ich. Du bist übrigens auch nicht besser, Schützchen. Deine ganze Erscheinung ist nur Tarnung für eine Röhre voller Silizium und Platin. Ihr habt gefragt, warum ich noch hier bin. Ich bin noch hier, weil ich ein Test bin. Starlord und Jockit müssen wissen, ob ihr wirklich vertrauenswürdig seid. Vertrauen ist ein Luxus, den wir uns in dieser Welt nicht leisten können. Dann habt ihr den Test nicht bestanden. Um Himbezwehen. Wie hätte ich den bitte bestanden, wenn ihr wirklich eine Verbündete seid, wie ihr behauptet, und keine Verräterin? Dann werdet ihr Craven hierher bringen. Das letzte Mal habe ich ihn wegen euch rausgeworfen, und jetzt soll ich ihn reinladen? Holt ihn her. Sodass Wirkit und Starlord sich in Doomwood frei bewegen können, ohne dass sie damit rechnen müssen, auf der Straße von Craven getötet zu werden. Und was soll ich ihm bitte sagen? Ihr seid eine kluge und mächtige Frau. Ich bin mir sicher, euch wird etwas einfallen. Mein Vorschlag wäre, nach ihren Regeln zu spielen. Was meinst du damit? Panik. Fiedergab. Seid gegrüßt, meine Leben vor ein Bürger der Victorliance. Der Monat sind gut an. Die Quoten bei den Darkbows in der Bild, und alle Außenposten haben die Steuerziele. Er reicht mich der Erste sein, der euch arztlich kartuliert. Für diese Produktivität werdet ihr natürlich entsprechend entlohnt. Und zwar in Form von Loyalität und Schutz durch die Hand unseres Lord Doom. Als Dankeschön bekommen alle eine Zwei-Liter-Extra-Wasser-Ration. Ihr habt richtig gehört. Und noch etwas. Nach den bestürzenden Nachrichten über der Voltieren der Aufstände in unseren Straßen, stellt ihr euch sicher alle die gleiche Frage wie ich. Wie sollten ihr dafür, dass wieder Recht und Ordnung einkehren? Nun, da kann ich euch beruhigen. Lord Doom kümmert sich bei Leitz darum, und Craven auch, ganz genau. Liebe Burger, Craven ist wieder auf der Jagd, und dieses schmal heißt sein Opfer, Peter Quill. Und was genau soll ich da nicht anfangen, wie der Jäger? Steht eine Falle auf. Ach, um lächelt ihr, weil ich gleich gute Nachrichten ach, vorher wisst. Ach, du hast doch nicht etwa vergessen, dass ich eine Telepacke... Die Antennen in meinem Kopf funkt sind trotz meines Alter, uniziert mit jemandem außerhalb, die... Seit ich weiß, dass Quill unworket, genießt du nur meine halbe Aufmerksamkeit, Schätzchen. Le-Ri-Va-Ri-Vum, komm ein, Joanna. Eure Ruheise, rü-G-Ri-Büch-Ur-Jü-Pfache-Wor-G-Auf-Dich kann ich immer rasehen. Wür ich da... Ach, bitte sehr... Ach, lass das Vieh nicht wieder ausflitzen. Du verdammtes Stück Dreck. Darfst du wirklich, dass du somit nur umgehen kannst, du um eine Haarze, Ratte... Atte? Aufgerechnet du, Klaus, dass du mich damit beleidigen kannst. Wirf mal einen Blick in den Spiegel. Was bist du überhaupt? Ha, 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 hat deine Mutter einen soffen Dummbombe daraus... Da solltest, Joanna, vorhersch, lieber nicht verheilwerden. Ich mach mal Diabelle sehen, wie sie mit ihrem mechmanischen Arm einen Baum aus einer Ressour... Wow, einmal zudrücken, hat dein Schädel ist super. Ach, sie kreiert... Nun zerstört... Alle möglichen Dinge... Fuck, Captain. Soll ich ihre Hesse hinlösen? Nein, lieber nicht, so bist du wegen Beihilfe dran. Ich würd nämlich diesem Fortsting sofort den Blecharsch aufreißen, du und zwar bis eures gehen. Kaum den zu reichst, wo er ältre... Darf ich gehen? Ich muss mich um dringendere Angelegenheiten kümmern. Wenn du die Weiden im Auge behalten würdest... Es besteht ja, wie wir nun wissen, Fluchtgefahr. Ach, ich hatt besseres zu tun, als Babysitter für ne Ratte und nen Roboter zu schee. Wie so erwart... Ich weiß... Aber Craven ist auf dem Weg hierher. Craven? Ja. Und deshalb sollten wir diese ganze Angelegenheit... Lieber für uns... Okay? Ruhe. Standort. Das Büro von Emma Frost. Situation. Joanna Forge bewachte Rocket und mich. Sie war 1,90 Meter groß und wog 178 Kilogramm. Das lag an den Prothesen aus Metall, die 63 Prozent ihres Körpers ausmachten. Joanna Forge? Darf ich frage? Ich und nicht. Au. Dann nicht. Gut. Ich werde nicht faden, ob Sie sich selbst als kybernetischen Organismus so sachlich nicht anquatzen. Hör auf Sie. Bei ganz unendlich genauere Gut mit nem Industrieofen quatschen. Wenn die Klappe aufgeht, kommt bohrheiße Luftraut. Wie fühlen Sie sich, Wackett? Machst du um meinen verletzten Stolz keine Sorgen. So war die Frage nicht gemeid, die Perfell. Die ist es... Da kann man nichts machen. Sie seiten den Staten und sagen... Nein. Ich meine, was soll das bringen? Er wird wissen, weint, dass sein bester Feind stirbt. Na, nein. Das ist das Letzte, was er braucht. Er hat ja noch nicht mal verarbeitet, was mit den Anderen... Mit den Anderen, meinen Sie? Ja. Drecks. Gemurder. Gut. Ich war auf der Suche nach Hilfe. Ich wollte einen Weg finden, die verkackten Halsbänder loszuwehren. Da bin ich zur Raffinerie. Aber dann hab ich Kunststab gerohren und ich bin meiner Nase nach. Am Stadtbrand fand ich dann einen Laden. Eine Schmiede mit Gieserhai. Auf dem Schild stand Forge die Schmiede. Ein offener Bau mit Blechdach. Alles lag im Schatten, aber ich konnte das glühende Leuchten des Schmiedefeuers sehen. Und den Umriss einer Person, die sich davor befiegt, nachdem ich mich reingepflichten hatte, da hab ich erkannt, dass es ne Frau war, mit der Statue von nem Kleiderschrank. Sie hatte ne dicke Lederschürze um und schwang ihren fünf Noren und als wär sie die Dirigentin von nem Death Metal-Oklästern. Also hab ich angefangen, in der Wertbank rumzuschnüffeln, auf der Suche nach irgendwas, womit ich dieses verpfammte Ding abkwieg. Es gab begroste Auswahl. Laserschweißgelet. Nimmer mit Diamantspitzen. Im 500 Kilo Ambers. Und die Esse war so hieß, wie die jahrelle Sellerzeile durchgedangen, während sie beschäftigt war. Aber wie du dir dänzt, wusste ich irgendwann, hoff's. Kordern, die du kleines Tier. Ich fand nicht, ich wohn nur was. Ach, zweifelnd, das war. Dich, und nachdem sie nicht gepafft hatte, war's das dann auch. Ihre Heid ist nämlich das Stahl und potzumiert wie Trauliches. Was bist du? Der Lalli Gribbelwetsch. Na radioativer Ratte oder so? Ich laff mich nur hart. Ah, du kleine Ratte, oder? Ach, sehr Ratte, sollst mich loslassen. Loslassen? Ach, ist ein gefährlicher Einemchen einer Schmiere. Ach, hättest du es denn, Jan? Müh, dir. Müh, über die Feuer? Nein. Nein. Nein, du auch. Statt, statt. Nein. Ach, jetzt sehe ich auch, dass ihre Schnurrhaare eingesenkt sind. Das ist nun Spaß. Übertrat nicht so, Ratte. Ach, halt dich da raus. Der hat vergessen zu erwähnen, dass er mich mit dem Hammer K.O. schlafen wollte. Das von Not wär. Es gab da sowieso kein Werkzeug, mit dem man defahlos Adamantium schneiden kann. Die sind woanders. Das Schlagader hättest du dir aufgeschlitzt. Ach ja. Und wo sind die dann? Befeilt die Regeln der Weißen Königin, dann erfährst du es vielleicht. Böö. Was soll es heißen? Wenn ihr uns helft, helfen wir euch. Wie habe sie ihre Körperteile verloren? Du meinst vor er, wie ich an die Verbesserung gekommen bin. Ich bin in beiden Fällen neigierig. Genauso wie die meisten ihr sterben. Durch den Krebs. Jedes Mal, wenn sich ein Geschwür oder ein Tumor bildet, schneide ich ihm raus und baue mir eine Prothese. Sie sind nicht der Cheap-Mensch, der sein Schicksal hinnimmt. Nein, das bin ich nicht. Sind Sie darum ein Kein der Second Dahn? Was weißt du denn davon? Ich wüsste gerne mehr. Naja. Doom hat eine Waffenkanne. Die haben wir auch. Verlagdachtier. Sie ist in ihrer Vivake, William. Wie ist es mit Craven gelaufen? Darüber will sie mit ihr schwöchen. Kriegt die da auch. Ich? Der Plastikeimer? Ja. Ich pass auf. Den Waschbären auf. Mein Name ist Rattet. Ja, ja. Übereid euch, siehst du. Ach, meine König. Schämt mir bitte etwas Wasser. Natürlich, Hohet. Trinkt. Dann ruht euch aus. Ihr müsst euch erholen. Danke, Schätzje. Fert ihr es bequem genug? Oder die Merkissen, um euch zu stützen? Nein, nein. Ist alles gut, Sir. Warum seid ihr so schwach? Emma Flost. Es mich viel gekostet hat. Redet ihr? Meine Fähigkeiten sind nie... Wenn ich mich über... Zahle ich den Preis? Was ist geschehen? Ich habe euren Test bestanden. Das ist geschehen. Erzählt ihr mir mehr? Siehst du nicht, dass sie müde ist? Schluss mit den Fragen. Ist schon gut, Joanna. Was habt ihr mit Craven gemacht? Ich habe euch Zeit verschafft. Wie das? Ich habe ihn... gebrochen. Er war hier. Im Heaven and Half Fire. In genau diesem Zimmer. Und er stand unter meiner Kontrolle. Eure Antennen sind tatsächlich Licht kaputt. Ganz und gar nicht. Er schwankte irgendwo zwischen Klarheit und Verwirrung, als sich die Tür hinter ihm schloss. Das ist von meinem Parfum. Es hilft, den Gestank dieser Welt zu hören. Das meine ich nicht. Ich euch heute hier. In diesem Zimmer wein. Er war ein kleiner Junge. Zehn Jahre. Es geschah hoch im Norden. Eltern waren Biologie-Professoren an der Universität von St. Petersburg-Zeitstudie in der Nähe des Polarkreises durch. Eines Tages kam ein Eisbär aus dem Nebel. Verwüstete das Lager und zerfleischte seine Eltern vor seinen Augen. Damals war er noch nicht Craven. Er war einfach nur Sergei. Und Sergei floh. In die eisige, weiße Wüst rief und lief. Nur das kurze Auftauchen der Sonne über dem Horizont wies ihm den Weg nach Süd. Vier Tage war er völlig alleine. Aß Schnee und Flechten und baute sich notdürftige Schlafstätten aus. Da holte der Eiswehr ihm eine. Er ist das einzige Tier der Welt, das aktiv Jagd auf Menschen macht. Der Bär hatte ihn den ganzen weiten Weg verfolgt. Akt des Blutes von Sergeis Familie noch auf Dett. Ohne es zu wissen, war Sergei in ein Ölfeldgestolper. Zufällig war ein Geonoge mit seinem Team vor Ort um ein Entlüftungshof. Der Mann erschoss den Eisbären. Und rettet sprach der Junge kein Wort. Angst und Scham fraßen ihn innerlich regelrecht auf. Statt seinen Eltern zu helfen, war er geflohen. Statt sich zu verteidigen, war er hingefallen und hatte geschrien wie ein Säugling. Wo schwor er sich, niemals wieder die Beute zu sein, sondern immer der Jäger. Wo ist Kraven jetzt? Kraven ist nirgendwo. Zurzeit gibt es nur noch Sergei. Dafür habe ich gesorgt. Er ist mindestens einen Tag in seinem eigenen Kopf gefallen. Vielleicht sogar zwei. Momentan liegt er eingerollt in seinem Bett, zittert vor Angst und Hilflosigkeit und klammert sich an sein Messer. Das Messer mit dem Knachen greff. Dem Knochen des Eisröp... Es reicht jetzt wirklich. Ihr müsst schlafen, Miss Fodder. Hü-ho... Hü-hü-schlafen klingt gut. Aber sag mir zuerst, Korra, denkst du, ich habe den Test bestanden? Immerhin habe ich Kraven überwältigt und Quill etwas Zeit verschafft. Ich würde sagen, das habt ihr. Dann wirst du dasselbe für mich tun. Wie? Joanna? Schnapp sie dir. Bach. Hört sehr gern. Watt? Ich verstehe nicht. Es scheint, dass du einen Schutzmechanismus besitzt, falls jemand versucht, deine Systeme zu übernehmen. Das ist korrekt. Zum Glück wissen wir, wie man den umgeht. Siehst du das kleine Teil hier? Arbeit dich schon eine ganze Weile dran. Wir wollten es direkt gegen die Doom-Bots einsetzen, aber du bist das ideale Versuchsobjekt. Eine hasenesgroße Mischung aus Spionagetechnik und Sprengstoff. Und die stecke ich dir jetzt in den Hals, Prupe. Bitte glaub mir, dass wir dir nicht wie tun wollen, Schätzchen, aber wir sind uns auch nicht sicher, wie es mit deiner Loyalität aussieht. Wirklich auf der Seite von Quill. Und er dienst du dem Rigelianischen Empir. Ich riskieren, dass ihr mit dem schwarzen Wort. Also schneiden wir mit, was du mitschen. Und wenn uns sich gefällt, was wir höher abbetrachte, ist, als Vertrauensüge... Eintracht C1455Z2K Seitliche, grüßtreue Bürger der Victorlands. Ich bin Brendan West, und ich sage euch, es gibt zwar immer einen guten Grund, morgens aufzustehen, aber der heutige ist besonders gut, denn es regnet, und Regen ist etwas Wunderholles in unserer Welt. Ein wahrer Segen. Allerdings gibt es leider auch weniger erbauliche Nachrichten. Touristische Aktivitäten in Dumut nehmen weiter zu. Ich habe euch ja schon von quer über weit wegen gebundeten Gräben erzählt. Über in Bäume geschlagene Eisen, biese und losgebundene Pferde. Doch der gestrige Anschlag, der hat alles bisherige in den Schatten. Die Terroristen haben eine Ladung Baumstämme in Diesel getränkt, Becker sich dann durch die Leibung am Sägeblatt entzündet hat und bei ein paar Heeren des Feuersorgte, angefangen zu regnen. Wäre vielleicht das gesamte Sägewerkabgas, ist noch nicht alles. Einen Abend wurde ein Kutzer, der eine Ladung starttransportierte, übervermutet die Ghostweide hinter dem Angerf, da der Mann und sein Pferd von Pannpfeilen gekauft wurden. Vielleicht drohnen Aufnahmen des Überpfeils, doch ich warne euch. Das ist keine leichte Kopf, falls Kinder anwesend sind, und hattet ihn mit ihrer unschuldigen kleinen Öhrchen und um zu und. »Wie sind Putt, mein Lieben. O' White und sein Peer sind beide tot. Soweit wir wissen, war Paul ein guter Hilfsbeleiter und anständiger Mann, ein loyaler Patriot. Das ändert aber nichts am Diebstahl der Ladung. Wer weiß, was damit passieren soll. Ich will es mir auch nicht vorstellen, aber wahrscheinlich ist er Stahl für Waffen, die man gegen uns einsetzen darf. Nun, ich persönlich kann nicht umhin eine Verbindung zu sehen zwischen diesen Gewaltausbrüchen und der Ankunft von Peter Quill, dem Terroristen, der sich Stahlort nennt. Aus diesem Grund verhängt Lord Doom eine 24-stündige Ausgangssperre. Ausgenommen sind nur die Arbeitskräfte in den Bergwerken, den Stahlwerken und dem Sägewerk. Natürlich werden diese vor Ort mit Essen versorgt, um ihre wertvolle Produktivität nicht zu beeinträchtigen. Was alle anderen geschätzten Bürger angeht, so kann ich es nicht genug betonen. Melden, 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 zuvor, wenn ihr etwas Verdächtiges seht oder hört. Finden wir Peter Quill. Dehlen wir Recht und Ordnung wieder her und beenden diese schmerzvolle Phase der Un-Kapitel 7. Ein Funkgesprächten. Standort Doomwood, im Heaven and How Fire Situation Das Heaven and How Fire war während der Ausgangssperre geschlossen. Wackett und Joanna Foitch waren auf dem Weg zur Waffenkammer. Joanna Foitch weite versuchen, Wacketts Heizband zu entfernen. Zuvor hatte sie einen Transponder in meine interne Organzentrale implementiert, sodass sie und Emma Frost jede meiner Bewegungen verfolgen konnten, befügte mir keinen Schaden zu. Doch er zeigte, dass Emma Frost und Joanna Foitch mir nicht vertrauten. Offenthaltsort von Peter Quill war nach wie vor un- Das fühlt sich falsch, und ein Lad, mir diesen abzuschl- Eine Bar ohne Gäste ist wie ein Bienenstock. Wo ist das Sommen und Brummen? Wo sind die Stiche und der Roh nicht? Ernstchen, wie lange werden Wackett und Joanna Foitch brauchen, um die Waffenkammer zu erreichen? Ungesetzt weiß Stummen, vielleicht länger bei dem Eigen. Es bleiben nur ein Tag, vier Stunden und siebenundzwanzig Minuten, bis die Guillotinen-Heizbänder Star-Lord und Wackett terminieren. Dann sollten sie sich besser beeilen. Seid ihr sicher, dass Foitch die nötigen Werkzeuge hat, um Adamantium zu schneiden? Wackett wird nichts passieren. A Silent Foitch tötet ihn. Wichtestes versenden würde. Wie schwer ist seine Krankheit? Sein Herzschlag ist abnormal, und seine Numenfunktion lässt stetig nach. Und Quill weiß es nicht mal. Wach, die Dummheit und Sturheit von Männern überrascht mich immer wieder. Mensch und Waschbär haben viel gemeinsam. Was habt ihr bei Buckett wahrgenommen? Er möchte lang genug leben, um Quill zu retten. Frades sich anständig, die Gedanken von so vielen Menschen im Kopf zu haben. Woher, als ob ich verrückt wäre, in anderen Momenten. Ja, Böden. Z'alles hier ist schrecklich ermüden. Seid ihr noch immer geschwächt von eurer Interaktion mit Craven? Ist es zu früh für einen Drink? Ihr wart dabei zu erzählen, die es ist, fremde Gedanken im Kopf zu haben. Ach, so tiefkundig ist das nicht. Jeder will das Gleiche, weißt du? Auf der animalischen Ebene. Essen, sich fortpflanzen und Schutz. Aber Menschen sind nie zufrieden mit der Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse. Sie wollen mehr. Sie wollen Glück, äh, ja, was auch immer das bedeutet. Reichtum, Macht, Ruhm. Sie wollen nach etwas streben. Immer etwas noch Besseres haben. Aber hier in den Wastelands ist das unmöglich. Man kann sich hier nicht verbessern, egal wie hart man arbeitet. In den Victorlands gibt es nur einen Gewinner, und der heißt Doom. Es sei denn, es sei denn, es sei denn, es gibt keine Dohmeer. Du solltest vielleicht aufmachen. Hallo, es tut mir leid, Ravanos besuchte Knurr. Sie hören für ich. Woch Platz, wenn meuten Morgen gesen, ritt sie in Bruch. Vielleicht disse sie es lang nicht, aber es raff eine Ausgangssperre. Allort ist drauf rei gefahren. Ich habe sie nicht erfrennt. Du huu, unlügig und leunete. Alles alter Bord. Sie sind ein alter Mai. Es lag er an dem Hut. Er hat ihr Gesicht verdeckt. Äh, gefällte der Herr. Hab ihn im Besoffenen geklaut, der in der Gasse gepennt hat. Da riechen das schon komisch, aber tut, was er soll. Verdeckt mein Gesicht vor den Drohnen. Und ich hab den Bubi gewacht. Cool, oder? Ach, kühlt sie ist doch wie ich so glücklich. Bordge. Fuh, zog ihn, riech sie doch hin. Äh, ich war komplett in Kortnitokore. Du weißt schon, Cremen kann nicht jagen, was er nicht findet. Äh, die war doch ne Himmels und ne Höltje. Ja, wer ist dir aufgefallen, dass ich an der Himmelstür getwopft hab? Mach eng am Habit-Stor. Ist das schon? Nein, ist es nicht. Was hält er dich auf, so laut zu sein? Erwagen. Du siehst. Anders aus. Du meinst Eid? Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen und reift. Nein, Eid überhaupt nicht. Wirst du verrückt. Dann war das ne Illusion, ja. Hab mich schon gefragt, warum du nicht gealtert bist. Mehr eine zionische Rüstung. Eine Thame. Wow, aber die ist mir im Moment so anstrengend. Ach, komm, hör auf. Ich finde, du kannst sie ruhig weglassen. Klisch, es ich meine nicht, dass die jetzt. Jogging Hosen tragen in einem Miniver. Waren soll's? Echt nicht. Irgendwann, und es siehst fantastisch aus, Ebber. Karl zu Bernst? Kein Scherze. Ja. Da haufteilen geh ich. Ach, oh. Und ich seh nur so aus, wenn ich erschäfft bin. Aber die gute Nachwicht ist, dass Craven vorüberliehend unpässlich erst heißt es. Hast ihm irgendwie mit deinem telepathischen Jujutsu das Hirn verkläutet. So kann man's auch sagen. Apropos, das erinnert mich an gestern. Ich hab euch zu eurem eigenen Schutz eingesperrt. Für Jahr kann ja sein, aber das läuft, da wird's trotzdem nicht mehr, okay. Wir arbeiten zusammen. Wie? Ja, das geht klar, Herr Melanchter. Ich bin nämlich hier, weil ich auf dein... Dann hast du wo's, Warket. Und zwar Mieiser. Wo es, wenn es nach Kleinverläuft, wird gerade sein Guillotien halt... Gut. Wenn die nur ein Teil sagen, auf das Warket das Ding schon schaukendert. Ach. Ja. Bei... Warte, mein... Lieber nicht. Ich darf mir nicht den Kopf verdirben, wenn ich das hier durchziehen will. Ihr müsstet mal durch die Stadt gehen. Alles voller Tumpads. Niedergebrannte Gebäude, die im Wegen vor sich hin qualmen. Ähm... Protests, Grafitis und den Äußerwänden. Ich hab so eine Tumprobe aus Eimen und Dosen gesehen, die an dem Geiden hingen. Es lodert unter der Oberfläche. Ist das das Werk der Second Dawn? Nein. Nein, ich denke, das warst du. Ich? Ihr Meid Star-Lord? Wenn Helden vom Himmel fein, ist das doch ein Zeichen für etwas Gutes. Oder... Äh... Absolut. Ich bin hier, um was wieder gut zu machen. Die Second Dawn waren schon immer mehr eine Idee als eine Widerschansbewegung. Eine Handvoll Leute, die zusammenarbeiten und ein Waffenlager aufbauen. Ich weiß nicht, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben. Den richtigen Moment vermutlich. Und der könnte jetzt gekommen sein. Vielleicht hat der Rebellion nur ein bescheuerter Cheerleader gefehlt. Ich glaube, das Wort, das du meinst, ist genialer Heldentyp. Das sind zwei Wörter. Du hast ein Feuer entfacht. Mal dann lass uns schnell freckeln, bevor es wieder ausgeht. Was hast du vor? Ich hab's rausgefunden. Ich weiß, wie wir den schwarzen Vortex will. Ihre Geschichte wird Wagenmesse. Ich hab hier den Gamechanger und du willst das Jugendbord. Leert sich. Die sind hier gefragt. Ach, da, das kann nicht sein. Glaufte, du warst unsichtbar, nur weil du einen Hut aufhattest. Eins bleiben, zehn, zig, gut. Über ihn. Wut, doch, aus. Ich wepp. Doch, ich nix nicht stirbt. Ehe, nie wollen da wep nicht bringen. Nun sich den, als. Ui, unten. Und ich warst du knaff. Bei dir ist es sein, was ich ja an knaff. Wannsach, ich will kein Arsch sein. Ach, rum, wach so, und du bist du gut darin. Ist es sich eher Zeit, was zu unternehmen, Ebba? Als ich halb mich im stillen Gämmelchen zu verstehen. Dann erzähl doch mal von deinem teuren Plan. Ähm, wie hast du dich gleich selbst genannt? Du genialer Hedentyp. Der schwarze Vortex ist mein Plan. Ich hol mir kosmische Kräfte, werde zum Otwati von Gäudien, erledige Du und Bo. Alles wieder geil. Du einfach ist das? So einfach. Und wird dein Plan wieder so perfekt funktionieren, wie damals auf Lordem Novis? Frage. Was ist auf Lordem Novis passiert? Verschwinde aus meinem Kopf. Ich wollte nur, dass du dich erinnerst, dass vorschnelles Handeln einen Kreis hat. Bitte. Äh. Entschuldigung, aber wovon genau spreche sie? Ich spreche ihn von den Guardians of the Galaxy. Aber jetzt nicht mehr. Nein, ab. Aber mal im Ernst, Quill, hast du mal daran gedacht, dass du bei dem Versuch, dich abzugreden, und wenn ich es mal so sagen darf, deine humreichen Tage, die da aufleben zu lassen, mit dem Feuer spielst, wird kaum ja ein Verrücker, ich schaff das. Dann überzeug mich. Also, wir wissen, dass der schwarze Vortex gemauzt worden ist, kurz bevor die Welt den Bach runtergegangen ist, bitte ich. Und Bedwood war für seine Goldkläber und Outlaws bekannt, da hat von Leuten, die imstande ist, irgendwo einen Schatz von kosmischem Ausmaß zu bunkern. Arschlöcher eben. Und Arschlöcher sind grundsätzlich auffällig, die taufende Zeitungen und Polizeienleitung genaufst, und mein Vater, Gisorn, war ein Weltmeister von dem Arschow. Jetzt kann man natürlich nicht bei einer Suchmaschine einfach A-S-C-H-L-U-C-H eintippen, also hat ich ne gedacht. Daneben Outschur. Und bin in die Bibliothek. Dumut hat keine Bibliothek, ab der eine. Man kann sie zwar vor lauter Efeuer in den Mauern kaum noch sehen, aber es gibt sie. Okay, Shane, aber es gibt keinen Dicher näher, du hat eine verbrannt. Aber nicht die Bibliothekarin. Die Bibliothekarin? Agatha Blackwater. Ich kenne keine Agatha-Otos, so als ob du jenen kennst und alles weißt, was hier je passiert ist, aber diese alte Oma hast du ignoriert. Diese alte Oma ist ein menschlicher Computer. Werke, dass Sie mich empfangen, Mrs. Blackout. Barmen Sie sich doch erst mal bei einer Tasse Tee auf. Hier, Königskerze, aus meinem Garten. Ach, ist so scheitwild. Ja, bitte. Ich freue mich, Gesellschaft zu haben. Ich freue mich wirklich, Sarah. Besanst habe ich ja nur noch meine Wuhren zur Beschäftigung. Ich ziehe Sie auf und sorge dafür, dass Sie mir die Zeit dann zeigen, die mir noch bleibt. Sie waren also die Bibliothekarin. In Deadwood, bevor es Doomwood ist. Ja. Und außerdem war ich die Vorsetzende des örtlichen Historikervereins. Wow. Da müssen Sie ja wirklich alles über den Ort hier. Ich kann nicht behaupten, mich an alles zu erinnern. Mit jedem Ticken dieser Zeiger hier wird es ein bisschen weniger. Die Ohren sind gute Gedächtnisstätzen für mich. Ich kann sie nicht ablaufen lassen. Denn wenn Sie ablaufen, wenn ich weg bin, dann, höchst, ist die Bibliothek endgültig verlorössig oder dumme Freude. Aber haben Sie zufällig Zucker? Nicht erinnern, wenn ich zuletzt etwas Süßes geschmeckt habe? Ja, Nachbar der Tee ist trotzdem sehr schmackhaft. Die Königskerze ist aus meinem eigenen Gamm. Eilen sollten Sie bereits. Und Sie möchten gerne mehr über Deadwood erfahren, ja? Ja, ich suche etwas, etwas unfassbar Wertvolles. Um hat es eben Förstererfock gesehen. Ach, ach, ein Ich-Atsuch, also auch, tja, hier in den Black Hills war der Boden schon immer voller Reichtümer. Sie können mir so helfen. Ach, wofan das Problem war. Sobald ich das Gespräch ein bisschen lenken wollte, ist sie abgeschreift. Wissen Sie, wer? Ich hatte das Gefühl, sie ist randvoll mit dem Kommissioner. Und ich müsste nur dem Harnot bei, dass den weißen Siedlern hier wurden, wie ich nanzet, wie irgend von den Ureinwohnern, die ihnen flach. Und dann, echt, was, tja, wild beer. Was, ich mich, sorry, das war beim Pokerspielen. Osa, hoots, Farber. Hm, ich weiß noch, wie ich Leulonas Geschichte erzählt habe, als ich bei ihm eingeladen war. Womit? B-was ist denn, mein Lieber? Wer hat sie eingeladen? Twig dort rum, natürlich. Warum haben Sie das nicht früher erwähnt? Und, wenn ich es vergessen hatte, roh, das erinnert mich an einen Kinderrein, den meine Mutter mir immer lennen sie alt. Ach, nein, 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 bleiben die beim Thema. Du, äh, wir sprechen vom Du. Was ist denn mit ihm? Erzählen Sie mir von, äh, weiß nicht. Sein Haus. Nun, es ist weniger ein Haus, eher ein ganzes Anwesen, direkt in den Berghahn geschlagen, als er nach der Revolution hierher kam, eine Residenz hoch oben auf einer Klippe zu errichten, immer auf die Babone herunterblicken kann. Wenn Zweifel an seiner Autorität aufkommt, wissen Sie, in diesem Popart wuchsen vorher wunderbare Wildblumen, füllen Sie, dass es ein Unterhahn hat, als er sagt. Aber was soll mit dem Besuch in Du ist ein Wesen? Können Sie doch von jetzt her. Tja, also, ein Dombott brachte einen Wagen zur Bibliothek. Ich sollte nur die Bücher über die Geschichte und die Geologie der Gegend ein, die anderen wurden alle verbrannt. Sie waren alles, woran ich denken konnte, die brennenden Bücher. Ich konnte nicht aufhören zu weinen, als ich in dem Wagen saß. Mit einer Straße, wissen Sie, eine Straße, die niemand außer den Dombott benutzen darf. Es ist nicht, wie es heute ist, aber damals standen überall angespitzte Pfähle. Die Schritte, vielleicht Pfähle, auf denen man Leichen aufgespießt hatte. Ich sehe ihre verrotten Gesichter noch vor mir hinaus, als würden sie grenzen, als würden sie übermicheln. Ich erinnere mich an eine Tür. Eine Tür, die direkt in den Berg führte, war viel zu groß, als wäre sie für einen Riesengemachlich. Eingemachlich schien aus dem gleichen Material zu bestehen, wie du umsägst. Stahl und Schrauben. Ich glaub, ich hab mich noch nie so klein gefühlt. Überall war das Geräusch von Humann und Bohrmaschinen zu hören. Das Anwesen befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Bau, wilde, das noch tiefer in den Berg gegraben. Er war noch dabei, seinen Anspruch auf diesen Ort. Zu fett willkommen. Seine Stimme, Bibliothekaren, erfüllte den gesamten Rahnin. Die gesamten Blackhacken. Bei ihrem Klang schrumpfte ich. Ich fühlte mich so, wenn's in eine eigene Tasche gepasst hätte. Dann betaten wir eine Art Kommandoraum, so den Beschwämmts. Erste, was mir auch fiel, war natürlich er selbst. Dom, und auf einem großen, eisernen Treuer, der Hüt im Raum stand. Itter über dem Boden. Ich musste meinen Kopf in den Nacken legen, um ich Knie. Es war sonst noch in dem Außertische, auf denen Karten ausgebreitet waren. Und Sterbeweise, Quartmophon konnte keinen genauen Blick darauf werfen, aber sie waren von den Wastelands. Ach, wie ich meine, von den Victors wollte er von das Gleiche, was sie auch wollen. Ich dachte, wenn ich etwas Falsches sage, würde er mich verbrennen, so wie er meine Bücher verbrannt hatte. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich dort war. Es führte sich an wie Tage, wie Jahre. Ach, was hat er sie gefragt? Nach Verbrechern. Ich weiß noch, dass er vor allem Fragen über Verbrecher stellte. Fall zum Beispiel. Aber auch über Prostituierte, Opiumdealer, Mörder und Räuber und Weltraum. Wildwumpirat, was ist mit Weltraumpiraten? Was war das mit dem Bild? Nun, darüber hat Lord Doom auch Fragen gestellt, über die Weltraumpiraten. Und waren natürlich, weil sie einer langen Reihe von Verbrechern angehören, die die Black Heroes als Versteck not in Darkwerks steuern und die lange Geschichte der Gesetzlosigkeit machen diesen Ort zu einem Idealenversteck. Ach, sie waren Teil der Revolution. Sie erhoben sich gegen die Helgen. Aber keiner von ihnen überlebt. Keiner hat überlebt. So viele Tote. Diese Weltraumpiraten. Esichslote Loth. Das klingt vertraut. Ja, ich glaub schon. Woher wissen Sie das? Bleiben Sie bei Ihren Erinnerungen. Gehen Sie zurück in den Kommandoraum. Der Raum. Ja. Sie sind dort. Sie sind jetzt dort. Ich bin dort. Ja. Ich stehe vor Lord Doom. Und er? Ach. Wollte, dass ich... Dass ich mir etwas ansehe. Etwas auf einem der Tische. Was sollten Sie sich ansehen? Einen Spiegel. Was für ein Spiegel. Eine Scherbe eines Spiegels. Wo hatte er die Scherbel her? Ich weiß nicht, woher. Oder hat er es gesagt? Einer der Totendorsen. Eine der Leichen auf den Ptäen. Sie war frischer als die anderen. Der Mann war geföltert worden. War es einer der Piraten? Zerfah etwas in dem Spiegel. Was haben Sie in dem Spiegel gesehen? Als ich genauer hinsah, fand er peratslich etwas Könntwaches im Spiegel. Da. Au je. Diese Uhr geht vor. Agatha. Dasm Reich. Nein. So geht das nicht. Um Sie Agatha. Was war in dem Spiegel? Der Spiegel. Der liegt der Spiegel. Der kaputte Spiegel, den du ihn getfeigt hast. Ich schächte. Ich weiß nicht, vor wann Sie sprechen, mein Leber. Ernst Soft. Aber wir haben gerade 20 Minuten über der Ich-Ur-Sier-Seet. Mehr habe ich nicht, dass Sie herausbekommen. Aber das ist ja auch genug. Dann hat also Doom den Rest der Karte. Und wir werden ihn klauen. Ach, einfach so? Das ist dein Plan? Ja, genau das ist mein Plan. Äh, ich wünschte, Wackert wäre hier. Wisst ihr, ich habe mich mal als weiblicher Betun verkleidet, um die Schwesternschaft zu entfittieren und die Könige zu stützen. Ich war voll rausgebrüht, weil ich weiß, ich als Leitendjahr Betun zu verknämmen. Nein, aber wir müssen in Dooms Anlage eindringen und den Rest der Karte holen. Und der einzige Weg, wie wir das hinbekommen, ist, einen Dubat zu halten. Standort Unterhalb der Black Hills in einem geheimen Tunnel, der in einen größeren Arm des Bergwerks mündete. Situation Johnny Loomis, ein Verbündeter von Emma Forst, führte uns an einen Ort, an dem wir die Kontrolle über einen Dunbot übernehmen konnten. Obwohl er blind war, bewegte er sich zersicher durch die Dunke. Es ist nicht mehr weit. Wir sind in einem Nebensteuern, aber so ein hundert Meter beginnt der Hauptteil des Bergwerks. Lieb doch, eines hat blühen, wird wegen, ich hab nur so berichten, gübben, mit die Brenn zu fügen. Er hat die Geduld, die Traben, und zwar reich. Ich kümmel dich direkt für zelbst du nehmen. Der hier ist sicher. Es ist ein Daheimweg. Und die Dunbauts können nun sie nicht hören. Im ganzen Steuernsystem ist wo ein Dunbot stationiert, und er kommt die Intrat zur gleichen Zeit an derselben Stelle wobei. Er ist aufgefallen, dass hier viele Wentschu glint sind. Inna wie sie, Johnny Loomis. Ja, man sagt das Lieder der Stwaller. Aber ich kann hören, riechen, fühlen. Die anderen seine Föhn, diese Lecker. Deshalb hat man nicht in die Miene geschickt. Und deshalb hat die Weiße Königin mich auserwählt. Wie hat die Quenngen sie aus erweckt? Sie ist im Traum zu mir gekopiert, wirklich ein Traum. Ich konnte sie ganz deutlich vor mir seh. Ziemnengel. Sie hat mir den Erzsiebz, und ich habe ihr den Erzsiebz. Das arg, wie sie ihr denn erzählten, ist möglicher. Aber ich spreche nicht immer in Worten mit. Mal rede ich einfach in meinem Kopf. Wenn du verstehst, was ich meine. Sie hat mal ein Foto gesehen, das jemand aus seiner Zeitschrift rausgerissen und an die Wand gekentert hat. Das war, bevor ich mein Augenlicht verloren habe. Es war ein Foto von Captain America. Der stand auf einem Schutthaufen, mit einer Panen, der hat... Im... Das klingt sie in der Rieb. Das Bild ist mir im Gedächtnis geblieben. Ist Schwänzrat, Lerner, aber... Ich habe mir gewünscht, dass er mein Vater wäre. Und mein Freund, und... Und ich wollte wie er sein. Alles auf einmal. Ich weiß, es klingt dumm, aber... Nein. Das Bild nicht so... Das die uns halt so... Die weiße Gwinnigin sagte, dass sie vorher auch ein Held war. Dass sie Captain America persönlich gekannt hat. Äh, dumme Wäure hier. Und wo ihr? Äh, ich hab ihn geblieben. Dann gab's ihn fertig. In Echt? Ich hätte es nicht ausgedacht. Mö... Er... Wied mit Wäldern zu. Es bitte schwirrend, wenn der ist ne Erfindung. Klient einfach zu gut, um wahr zu sein. Wälder, ne. Ich bin mit Wäldern, glaube ich. Und nicht wollen wir... Wälder, ne. Wälder, bin der Gewohnheit, doch ehrlich. Könnte täglich der Tat, der da hätte gewohrigend. Zweiler, zwei Jahre. Ich wälder, wo net jemand an der Däpna. Ich die Trau, die... Und mein Tymle, das Leben füren. Wälder. Hierbäld. Hier, du hüldens die. Da, das ist der Eingang zum Hauf da. Wen können näher die. In Att... Phutz. Mehr einfach, bis ich teile wie Zorg. Wälder, die deklaun like steht. Vieltasse. Sein dachte, der vorbeigut, wir möchten weiter. Hatte das gericht? Einse die Frage, Mr. Starlard, aber ist das sicher keine Bonde? Das ist ein EMT. Lippo-magnetisch halt und wohl ist. Doein hervorz, hat ite baut, dem da ausgelöst wird, der da alle Elektrofensignale im Umkreis waren zehn Metern, da redehend ihn du dort, die nicht dort. Genau wie mir, wenn ich nicht auf Abstand leibe. Sind Sie wirklich sicher? Ite mein nur, so ein Steuern kann einsturzen, und wir haben hunderte Meter des Strein über ots, verriegdlend. Der lefüste, det werden nausnes buchentbegde. In unter per zehn Schritten kommt eine Kreuzung. Der kommt der Duombotz auf seiner Patrouille vorbei. da cod 합니다. upps. Eintrag C1451Z2L Standort Die Black Hills 5 Kilometer außerhalb von Doomwood Situation Joanna Forge hatte einen Überwachungssender in mein System integriert, doch nicht bemerkt, dass sich die Frequenz invertiert und das Gleiche bei ihr getan hatte. Es war Joanna Forge gelungen, Wockets Guillotinenheizband zu entfernen. Die beiden waren zu Pferd unterwegs und hofften, Kohl am Bergwerk abzupassen und ihn zu retten, ehe es zu spät sein würde. Warum waren diese blöden, wehr doch, kleine Nigrobruster. Wurft dich ja das Wehrzeugding dabei? Hast du schon mal gefragt? Ja, aber du hast dies nachgesehen. Hattest du nachgesehen über richtigen Fragen? Hey, hoh, jirren, unzerflieden, die gleiche Vibraniumlasersäge, die ich bei dir benutzt habe. Äh, was, wenn jetzt für Spätsinn? Wenn du uns mit der Urtweit verschallt war, gibst du eigentlich nicht mehr den Harten klar. Ah, entschuldige, dass ich mir es worgen um meinen Volk mache. Ah, was ist das? Der Sender. Der, den du Korra verpasste? Das ist nicht gut. Wie gut? Was soll das heißen, Nigrobruch? Mach das Ding so... Das ist ein Notsignere. Es wird ausgelöst, wenn der Träger in Gefahr ist. Da muss irgendwas passiert sein. Das Teil ist doch ne Art Wanze, oder? Schreib mal die Übertragung an, mal sehen, ob wir was hören. Nichts. Ich hier gar nicht. Ach, ja, hey, was soll das? Warte doch schneller halten. Bitte weiss auf, weil ich hier raus. Wer? Darab ich eben. Marvel's Wastelanders. Star-Lord. Kapitel 8. Begraben. Standort. Unter den Black Hills im eingestürzten Bergwerksstollen. Situation. Peter Quirr, Johnny Noomis und ich waren unter Tonnen von Gestein begraben, das beim Angriff des Doom-Bots heruntergebrochen war. Joanna Forge und Lockett suchten nach uns. Ach, Buchwaldschweinenkompass, ich wolle meiner Nase. Etlei war ich die Gernäume. Ich des doch mehr erst, scherzte. Nen. Eid, was ich noch mehr erzähle, als von einer Million wollen Schweine zermattbrennen. Was? Nervende Meibar. Wä. Er wird aber jetzt schon, dass ich dich gerettet habe. Du bläubt die Zeit nach vor. Wä. Belebt ich trotzdem nicht getötet, aber dann wirft die das Nilspaunt. Also bitte mal. Wagen ich sie ja nach. Er sei sie in Kurschen in meine Hand. Um nicht die dich ab. Und ich bin ein bisschen durch. Aber Verletzion, gut, dass ich dir den Dänder in den Hals gesteckt hab. Wä. Sonst wärst du wieder erst für deine Sorte. Ach, bin ich klar. Ich kann. Wä. 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 Du. Demnachleiter sagt. Wä. Wä. Jetzt schön auf der Hohenzollstehre und der Nase zu proben. Hälfte. Wä. W. 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 Irgendens wird Debut. Dantort, die Black Hills, Annie Creek Falls, sieben Meilen entfernt von Doomwood. Die geheime Waffenkammer der Second Dawn befand sich in einem Höhenensystem hinter dem Wasserfall. Situation. Joanna Forge verabreichte Quill angesichts seiner Verletzung in ein Betäubungsmittel. Anschließend brachten wir ihn und den beschädigten Doomwood in Sicherheit. Okay, okay, ganz warm, langsam. Wo bin ich? In sich er gehörst, was siehlt hin. Die ist ein Berg auf den Schädel, der Feine, und das Heizband hat die fast erwürgt, da sie frissen. Ach, an der Riech für mich, als hätte mich ein Last folgend überfahren. Hier, ab, letz dich hin, ich, le Junge. Le Junge ist, da, tir war fast nur ein Kind, und le ich, ja, bin alt und nutzlos und, sch, und atme, macht bürsens nicht fährt. Wer, die Überleben sollen dich, ich, dich schon wieder, let zu, du hast getan, was du von deit. Dei, lai, da zabe je, dich, die. Komm schon, Mann. Du hast es vergessen, ob da, wie ich will, dass ich verdaff. Fallen Sie nicht, Herr Gäffels, da, nacht, her, nicht jetzt, Korra. Warum nicht? Warte, und nicht jetzt, Wackelt. Wackelt hat die ganze Zeit die Wahrheit gesagt, Korra. Ich bin kein Held. Ach, komm, ich quatsch dich zwar mal für du an, aber das Heil, der hat sie allein gelassen. Wie, trat, quillt, Korra. Eine Mission. Da hat's Fatz gehen sollen. Ein Profikiller namens Wucke hatte eine ganze Eiserfamilie umgelegt. Ein nach dem anderen. Eines heruntergetaucht, und wir sollten ihn finden. Es gibt da ein System namens Rotem Novis. Genau. Rotem Novis. Dagegen sind die Wastelands wie ein Picknick im Park. Das Zentrum ist keine Sonne, sondern ein riesiger Planet, der von einer kleinen Magma-Sonne hochkreist, verzerrt er, da ist alles auf den Kopf gestellt und auf links gedreht. Da lieg die unter an die Zeit. Ja, so war die Zeit, und dann, dann dient's ja diese, diese energetischen Auf- und Entladungen immer weg, so da in Konjunktion, die das gibt. Und dann, und dann, verzerrt sich die Zeit. Verzerrt, es dreht. Was meinen Sie denn? Na ja, alles läuft schneller, und dann, ja, es langs schneller, und viel lang. So, das ist einer der Dründe, warum der Planet ein so gutes Versteck ist. Er ist voll mit unterirdischen Hangars und Bunkern. Unter der Erde ist alles super, aber in der Oberfläche ist man im Flux ausgesetzt. Und da hat es sich so gut, Kaffee. Wenn er für eine Führung auf den Aufschritten rein brauchte, aktiviere Schub und Gäffraufsetze. Schub auch hier aktiviert. Asparti verschlüpft, wenn da hat wir. Hab ich längst geäppelt, wo Gott fliegt mit. Eine Minute, das ist so schön, da. Oder weit? Wuck? Auch bei dir, da, Moe. Na ja, ich weiß nicht, wo er auch wills. Da wird wohl gern, wo er soll er verdient. Ich hab keinen Diskofür, bei der Sasse. Ist das nicht immer so? Ey, mach das mal auf. Kommt schon. Du möchtest so tief, Herr Karte, wo's wird da aus und, ey. Anke. Hörf ihr's nicht sicher, Herr Renn, der Rucka mit nem Fick auftritt, Hausloff nur den dann starten? Das hat ein Literal ist schon, du wirst gern ne Woche dauern, das ist gefühlt ne Millionen Jahrhund. Brastige Dolchbeine von nem Zweijährling, heißt er das? Glaub mir. So ist es cooler. Dädenhaft und klar. Laut den Messdaten haben wir noch zehn Minuten bis zum nächsten Zeitfluss. Dann den fünf sind wir wieder draus. Dizzy, peasy, let it squeezing. Oh, blickte, sagt er's nie wieder. Okay, Guardians, die Belane fliegt in ihr Faked-Tempo. Die mal läuft die Rampe auf, ihr geht raus. Und wir kommen hinterher. Alle bereit? Ach, äh, gut, doch, äh, brei, hake, kröch, äh, lef, bade, du, kröch, rott, mich, ähn, ja, äh, ja. Ich, äh, alle kot, dass du gut bist, weißt, wir sind drin. Masken auf, äh, teut dir an die Ohre. Das ist für ein koscheliges kleines Schlopfloch. Die Chancen stehen gut, dass er den Typen entschlafen, zuvor der Glotze erwische, keine Wölft, ich schlache, rach, zähl, saft, röf, gar so lech, fragt ihr mal hinterher, gufft, war das sieht das immer, da? Sag, bä, ja, wat, das garte, dat home, ja, ist niche, doz, her. St, fah, im Kot, liegt bei, gauß, woß, schröck, hab ja gesagt, facht, joch, gib, äh, scheiß, sein, sass, is, wucht. Wacht, es, wäß, de, da, schkort, drüch, o, ihr anga, ich schießt auf uns, wie auf ihn, zäugelt, tsch, un, dat, jem, dat, bausen, o, wat, net, wo's, der, quah, ist, die eik, wo, und sa, nase, wenn, des, zu ende, in, hinein, vier, breibens, schlieb das Hangator, und bleib da an, o, wat, dä, hierin, ja, Flux, hier, dicht, und brünt, aller, haus, hibbing, stöpft, da, breit, rett, ich, dir, denk, da, danken, auf, ab, hin, passiert nicht, wir sie gleich wieder da, war mir aber nicht, das ist geschehen, er hat mich ausmanövriert, n, kosmik, bald zu verfolgen, des, ungewehr, so, als ob er ne Biene mit den Händen fande, uns bieb keine Zeit mehr, er mussten abhauen, wegen dem Zeitflux, für uns war es nur eine Stunde, aber für sie, auf Mortem Norris, war es ein Jahrhundert, schlieb, sie, wie Guardians, die echten Guardians sei, wurde das Hangator beschädigt, sie haben es nicht zubekommen, der Flux hat sie ja nicht, schulde, am Tod meiner Freund, es verzeiht, dass Trag Zetan das nicht einfach vergessen gesagt, sondern akzeptieren, wenn ich das kann, kannst du das auch, sie waren auch meine Freunde, es geht nicht um den einen Tag, es geht um alle Tage, es geht um das, was ich will, mein Pfarr, nein, 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 du bist nicht dein Vater, du bist die Chisoyers ein Killer, ein Verbrecher, Mr. Leif von den Sloteluft, die ich aber zgetan, das Gegenwärts sein, aber dicht bin genau, wie ne er dummst, klemf, tak wie er, u bent denn die Chede, du isst nicht wie er, ok? Kahn, bauchte meit was scheiße, aber, aber doch ist da zu groß wie n ganzer Planetenbe auf, hat da bitte zwei Sekunden an die Klatte. Darfst du, Cora wäre hier, wenn's nach mir gegangen wäre? Ich hätte sie einfach auf der Möhre schmissen, und wer hat seinen Arzt riskiert, um Sebastian Worn vor Kräbel zu retten. Puh, da war ich auch dagegen. Ich meine, du machst ständig so'n Scheiß. Gute Takpen. Ich weiß, ich bin nicht der Typ für tiefsinnige Dichpräge, aber ist dir eigentlich klar, dass du die ganze Zeit das Gegenteil von dem machst, was auf Morten Noves passiert, last übersehen, das schrug ein, da und zwar, ja, aber seit denen siehst du nur noch mehr die Guardians. Amerika ist nicht mehr Amerika. Wir müssen einen Weg finden, die dir, um, scheiße, ich weiß auch nie, unter Vermelken des Erden und uns trotzdem irgendwie treu bleiben. Ja, ja, verdammt, wir haben hier Leute, die kämpfen wollen. Also, lass uns kämpfen. Was willst du damit sagen? Willst du den Leuten doch helfen? Na, irgendwer muss den Saustell von Planeten ja aufholen. Ich dachte, du wolltest dir den Bordheitsschnappen und verduften. Das war, bevor wir die Adamantium-Halsbänder los waren. Okay, ich weiß, ich hab zwar immer gesagt, wir schaffen das, aber wann geglaubt hab ich nicht. Tja, aber du lebst doch, und jetzt wird's Zeit, an die Arbeit zu gehen. Wie es der Prach ist, zeigen wir dir die Waffen, aber. Hier geht's weiter zum Lager und in die Fähr kannst du die Crew-Cake machen. Geh unsere süßen Ersche in dos Anvik. Standort. Annie Creek Falls. Die Waffenkammer der Second Dawn war ein Höhlensystem mit vielen Kammern. Situation. Wir befanden uns in einer Art Hinterhof-Garagen-Nabor. Joanna Feutch war mit einem alten Freund gelade dabei, den gestohlenen Doom-Bot zu demontieren. »Welch dir, ja. Weihre gescheiße. Weih, dass du doch am Leben wisst. Was welche könnte ich von dir sage, alter Mann. Nimm ich mir nicht übel, aber du siehst, kann schon mitgenommen Maut. Ach, die Gare, wo was mitmacht, sieht man auch so aus. Du mehr nüsstig, du wahrer sein, auch richtig. Erzähl mal, was ist auf der Firm passiert?« »Na, die sind jetzt baum nun mitten in Lande, ach, du, wie ich gesagt, da.« »Ein Dombart?« »Nein, ein paar Männer, die wachen auf das Kaufgeld aus.« »Dut, a Durst, die vermöbelten ihm das Taschengeld, die Klach.« »Ach, nee, nicht ganz. Aber war es gegeben, so viel Schrot verschossen, dass mir die Hände taub gewarnt sind. Aber es waren zu viele. Die haben mich ausgezogen und gefesselt. Da mußte ich zusehen, wie sie die Ritter abgezündet haben, und ich schreibe dir den Teil, das Hühnerhaus. Was ist daheim so ritzig? Ich hatte mir immer vorgestellt, dass es so enden, aber ich warte ab, eit das alles hinter mir zu lassen. Aber warum bist du dann hier?« »Ich bin hier, weil mein Ritter nicht das Einzige war, was in dieser Nacht in der Durchsglänze in Flammen stand.« »Die Ghostweiden, wer ...« »The Bratwälder haben einen von den Tykuminants Auge getroffen. Ein anderer, denn die Brüste, ein Dritten in der Bauch, und dann haben sie wie Asset dort leidgeprächt. Die Dumpere legten, wie vor mir, und sie liefkissen, weil ich vorher was gegessen hätte. Habt ja mich gewarnt, ob ich ihn betreiten will. Und wie ich hab ja, wie ich racht.« »Ja, verdammt!« »Tüchhüt steht ihr gut, das schwarz, und der Kräger auf dem Rücken. Und die Ghostweider haben sich erst mit den Second Dorn verbindet.« »Der Reddy ladete uns nicht zusammen.« »Genug ist kein Not.« »Standort. Annie Creek Falls. Die Waffenkammer der Second Dorn.« »Situation. Nachdem dir das System des Doom-Bots gehackt hatten, konnten dir ihn fernsteuern. Die schickten den Bot nach Doomwood und von dort die Straße zu Doom's Anwiesen hinauf.« »Einsach, man kann ja von ihm halten, was man will. Aber Doomad von allen Böse wichen den Besten genug. Wenn du das seifst.« »Hern, das passiert ja nicht einfach so. Da steckt doch was dahinter.« »Wir hören, worauf ich fril aus? Dass er was kompensieros? Wollen sie damit sagen, dass Doom nicht so nüchtig ist, wie er schannt?« »Also, um mir scheint er verdammt lächtig zu sein. Erre Kostüme ist nur der Deine. Ich meine auch die Pink-Bots, sie den Wastelands rumlauchten, mit seinem Gesicht im Mount Vashmore, mit Pesto-Biani-Palest und so weiter und so weit. Der festdeckte sich in deinem wiesigen Sturzfall. Ich so versteck.« »Hatte der Reh die Angst.« »Tschau, weh nach Port?« »Dacht. Wann wurdet du in das Netz der Maid besehen?« »Heiß nicht.« »Und sen, wann sich Jan? Lechnern?« »Dell ich mich zu die Tat, der du machte, dürte ich mich auch verständen. Vor allem vor den Evaten, die Emma Frost. Sonst würde er genauso zur Marionette wählen, die uns seit du wie was hier.« »Wie funktioniert das?« »Ach, wird und Bord haben ein Matragungsreloid kapiert, was sie als Projektion auf der Mühlenwand sieht, s' das, was der Dummbord singt, und die hologehaftische Konsole hier vor mir ist die Fahrtstall.« »Okay, und dann der Dietl beeindruckend, denn als Nanny den Verb hoch, bei Ziltens. Was dann? Ehen da rein? So, und soll Pferdes geht, der la ist der Pate, und hauen die da ab, bevor wir entdeckt werden?« »Ach, brem, was die Gamsa.« »Ein und hat's.« »Wie machst du dir das?« »Ich hab in der Brustplatte einen Sender gefunden. Minimale Reichweite. Sendet einen Rolling-Code. Und ihr glaubt, es funktioniert?« »Theoretisch ja, denn die den Blecheimer auf zwanzig Meter an das Tor ranbrennen, sollte es auftritt, Sir.« »Die Handlale ist in Sicht.« »Core, entfängst du in welche Daten?« »Es scheint wett, und die Dortspreider haben die Handzieher und raucht zeitlich erheißt. Wieder gerne.« »Dank der Rot.« »Dannet werden brüht abdullen.« »Dank nun, wir Möchrei.« »Ihmann zu Hause?« »Leute fahrt die Bütlü und die Kare dazu in einem Korridor mit hohen Decken des Kochner.« »Ich wanz nicht mehr, ob der Kommando warum links oder rechts war. Habe nur die Watte im Kopf seit der Gehirnerschutte vom.« »Nicht erst seit den...« »Die erste Träne-Minds.« »Klarf-Klarf.« »Was ist, der?« »Dels Wurm.« »Die Tische.« »Ekantenen.« »Baupläne.« »Analyse berichtet.« »Ich kann nur kein Du.« »Die Vattern weinen.« »Da ist sicher jemand in der Nähe ein.« »Kann das Sie nicht schnell anaußen? Bäh, wo auf den Berlin blätten, was hier um die Kanzant?« »Frey«, öfter grünzt jemand, hinter den Du-Bot.« »Was macht wer, aus der Zierbeidwerd, mich umdreht wieder weiter. Ich drehm mich über, so so vertraut teile reine Daten zeigen einen positiven Abgleichen der Ständer von Brendan Best.« »Analen Du, hat's wog aufgefreit schon auf in der Rie-Zugge, mäh. Ach, ach, gebellert. Da bin ne Rieber abgegabwollt dich und, ach, watschte da. Ema am Pogos, wat, zeteres, eb, zeich siedan, steckere Gleka, boh. Tt, abnutze, denn driske, ola dollig, gab ab. Ach, och, ach, lacht, pöch. Binde und wurde getrennt, fönn, badam, debaldier sie, ende sie wieder gete. Das des bliegt mögli. Irgends wo des heißen, drahtbeff eiftig dat vermühebarm stanzt. Aber dann, das bedeute das, dass der Abiui ganz umsonst geschorfen ist. Das is bliegt korrekt. Wie meinst du das? Bild des Spiegels aufnehmen, bevor den über Tag unbeendet wurde. Wie zu sehen. In beschädigten, zerstückelten Buchstaben. Islaterlard, die Islaterlords. Das war seine Weg vor. Buh. Funde. Korrekt, da steht. Die Slardheit, Nords. Och, wippen Lords. Und dann was? Decks. Acht. Sechs. Sind das Koordinaten? Nööö, das muss ein Diothek sein. Ich glaube, ich weiß, wo der schwarze Vortex is. Red und die Ghost Rider hatten die Irra-Finne-Wie angeklöffen, und die Doom-Bots so abgelenkt. Dadurch war es uns möglich, in der Nacht unbehelligt die vermeintliche Ruhestätte des schwarzen Vortex aufzusuchen. Die ganze Zeit haben wir gedacht. Voraya wäre ein Berg. Dabei ist es ein verfluchter Friedhof. Kach. Getilometer steuend warten lassen. Dabei hat ein zweimittel tiefes Loch gehabt. Der Karte stand 2,6-8-6. Der Hauf konzentrierte sich mein Suchlass. Entspricht 2,6-mal-8-mal-6 den weltweiten Standardmaßen eines Grashals wäre hier seit Jahren keiner mehr gewillt. Vielleicht. Vielleicht hatten Sie irgendwen begriffen, dass Kölnwensch einen Sorzowelt schleppen. Der plausibler Grund lautet, dass Doomwood seine Toten an Schweine verfüttert. Wohret, was? Wir haben vorhin erst Schinken gegessen, oh. Dann haben Sie wie sein Heilwitte Märchen gegärt. Ja, man könnte glauben, da entsteht nur... Und alles ist sie. Die sausen da roh und erfassen die Gesiegter von jedem, der heute da erdröst, dass es heißt, oder? Doom wird alles tun, um an der Macht müssen uns beeilen. Kor. Ja, Starnot? Scanst du schon? Calamity Jane. Äh, Wild Bill. Äh, Seth Bullock. Äh, Bell Star. Äh, David Crockett. Tom Hoy. Offenberuhlgeriter, wir suchen einen bester, erinnernst. Annie Oakley. Mr. Knife. Watt, wann warte, 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 was ist du, Seth? Wie bei der Litze. Tom Kitchin, mein davor. Mr. Knife. Drei Haien nach Ulten, zwei Gräber zur Seite. Der Steirn hat die Form einer Klingrock. Ja, komm, los. Hier dulde. Hier dulde. Ja, 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 ich komm, ja. Das ist er. Gissor. Das war Ihr Vater. Äh, mein leiflicher Einer. Aber außerdem gehen wir ab, wenn ich viel gemeint. Sind Sie traurig, Starnot? Ich riss nicht. Eigentlich hab ich damit längst aufgeschlossen. Aber ich hab mir immer gewünscht, dass es sich verändern würde, äußer. Dass er einen besseren Charakter entwickeln würde und zu Revoirs nicht sedimental werden, der ist sie nicht begaben. Was meinst du? Err, wir wissen doch, dass er während der großen Revolution gestorben ist und das Todesdatum hier auf dem Grabstein liegt eindeutig vor der Revolution. Dann sind Sie ihr richtig. Wallen Sie dann nicht sagen, dass das Grat kein Grat ist. Es ist ein Tresor. Wallen, es ist ein Grab. Für den schwarzen Vortex. Ach, flacht mich doch. Deine Ernst? Was denn? Wir sind den ganzen Weg hier rauswaschiert und haben deine Schaufel dabei. Äh, du kannst du deine kleinen scharfen Kräuen, bitte erzähl ich dir, es sind Hände. Äh, daneben deine kleinen scharfen Hände. Die sind doch gut so. Wolltet einen Daragentoröffner, den kann ich hicken. Das hatte ich bereits getan. Da unten tut sich was. Ah, la trippe. Da dann. Geh mir mal runter. Rate. Denn das nuns beeilen. Wack. Los, komm, Moment. Halt. Tache, bis juckt sie da so. Der weiß, was uns da unten erwartet. Jetzt mach schon. Was soll denn groß passieren? Hast du den Tudel-Einsturz schon vergessen? Oder den fragt er mit dem Brut? Mit einfach drauf los, haben die in letzter Zeit nicht viel Glück gehabt. Korra? Ja, Rackett? Du bleibst hier. Endlos, was passiert ist, ist dein Job uns den Arsch zu retten. Wenn sonst glühe. Viel Glück hätten nicht Kea, ich wachs. Du bissl auf mein Schwitzgit. Äh, die muss ich euch. Klasse sind Seetote und Seife. Rackett. Stuck. Hallo. Ich war beschäftigt und hatte nicht bemerkt, wie sie sich von hinten genährt. Weißt du, will ich raven, der Jäger sagst du. Du bist meine P... Vorher wussten sie, wo sie... Die Folgeror fährte, seit der Jumoriens Berbwerk gefil... Warum haben sie uns da nicht getötet, nicht das Kall, wenn man weiß, dass der Hirsch in der Nähe ist? Ich jage nicht euch. Die wahre Beute ist der schwarze Vortex. Hier ist Brennenbest, und ich kann euch sagen, meine lieben Mitbürger der Victorlands, ihr dürft entspannt durchatmen. Denn das Schlimmste ist vorbei. Wir haben hier in Doomwood eine noch nie dagewesene Feud von Kavall, Vandalismus, Brandstiftung und Plünderung erlebt. Angestiftet von einem außenstehenden Hetzer. Durch jemanden, der keine Ahnung hat, wie hart wir gearbeitet haben, um in dieser Gelinde gesagt, herausfordernden Welt zu überleben und zu gedeihen. Ganz genau, ich rede von dem alten, abgeheifteten Terrorwesten Peter Quill. Doch Richt und Ordnung sind wiederhergestellt. Peter Quill wurde verhaftet. Und zur Belohnung, liebe Bewohner der Victorlands, werden für den Rest dieses Monats keine Steuern erhoben. Richtig gehört, keine Steuern. Warum? Weil Doom für uns sorgt, und zwar in Zeiten des Wohlstands und der Käse. Und damit nicht genug, er sorgt auch für Unterhaltung. Es ist der ultimative Showdown. In einer ganz besonderen Ausgabe von Raubtierjagd wird Raven, der Jäger, gegen den lompigen Eater Quill und sein verflottes Waschbär-Haustierchen Antleten. Eine große Schlacht verlangt ein noch größeres Schlachtfeld, und auf Cravens Wunsch hin wird die heutige Jagd in den Radiation Woods stattfinden, wo zarnose Gefahren lauern. Wie immer werden unsere Drohnen jede Sekunde der blutigen Auseinandersetzung übertragen. Daher solltet ihr alle in den Victorlands heute Nachmittag einschalten, Leute. Das dürft ihr nicht verpassen, denn es ist Zeitwerke-Erlechtigkeit. Kapitel 9. Weit. Untrag C-1451Z2N. Standort. Doomwood. Das Heaven and Hellfire. Endero von Emma Forst. Situation. Nach dem Hinterhalt auf dem Friedhof Mount Moriah befanden sich Quill und Rocket in Cravens Gewalt. Die Jagd stand bevor. Es war an Emma Forst, die Second Dawn zu versammeln, und die Führung zu übernehmen. Tricks diese Wanze nicht umsonst, Schätzchen. Aber keine Lust, Zeit mit Fragen stellen zu verlieren, okay? Craven entfernte direkt nach der Defangennahme den Überwachungssender aus meinem Körper. Es gab nichts, was ich dagegen ritterölzim. Was weiß ihr? Inzwischen gibt es nicht viel, das Craven nicht weiß. Warum will ich dann noch hier? Aus dem gleichen Grund, aus dem ich noch ihr bin. Wir sind irrelevant für ihn. Relevant? Miemanden irrelevant. Anser Schwarm von Doomwoods müsste mich so Heven and Hellfire. Müsste ihn flammen. Ihr klingt beinahe enttäuscht klar, wie Lani ich auf diesen Moment gewahr. Und dann muss dieser blöde Volltrotte sich veranklacht alles so gut an. Unsere Zeit war gekauft. Im Widerstand ist eine Revolution. Und jetzt? In dem Moment, der Limkul tot im Wald liegt, ist alles vorbei. Er war unsere Hoffnung. Unsere gottverdammte Hoffnung. Es sei denn, Star-Lord gewinnt. Ach, bitte. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich nicht auf dem Pfahl am Totem Hill stecke oder kopfüber und ausgebeidet an einem Baum hänge. Ihr setzt Cravens Begierde mit der von Doom gleich. Doch sie unterscheiden sich. Craven verfolgt seine eigenen Pläne. Und die wären? Ihr seid die, die seine Gedanken gelesen hat. Ihr seid die, die mir vom kleinen Sergei erzählt hat, verloren in der Schneewüste, verfolgt von einem Eisbären, der ihn jagt. Er will beweisen, dass er der Stärkste ist. Stärker als der letzte Held. Star-Lord. Der letzte Held? Ha, abwarten, Schätzchen. Ich hatte noch das eine oder andere Ass im Ärmel. Bitte erzählen Sie mir Ihren Plan. Zuerst erzählst du mir, wie das mit Craven abgelaufen ist. Ihr habt noch Zeit, bevor die Jagd bedient. Der hatte uns beobachtet. Im Bergwerk. In der Waffenkammer. Doch er schlug erst auf dem Friedhof zu. Nachdem Star-Lord und Rocket die Treppe, die unter das Grab führt, hinabgestiegen waren, überraschte mich Craven von hinten mit seinem Messer. Dieses Grab, das ihr geöffnet habt, mit dem Geheimgang. War also eine Falle von Craven? Nicht von Craven, von Quills Vater, Chishan. Er und die Slaughterlords waren es, die ursprünglich angeheuert wurden, um den schwarzen Vortex zu finden. Doch sie behielten ihn für sich. Und dann starben sie bei der Revolution. Und der Schatz blieb zurück. Das Versteck befand sich unter dem Friedhof und war mit einer Falle gesichert. Eine Druckplatte auf der Treppe setzte ein Gas frei, das Star-Lord und Rocket betäubte. Craven wartete, bis das Gas sich verpflichtigt hatte, und fesselte uns dann alle mit einem Stahldraht. Das Versteck erstreckte sich über den ganzen Friedhof von Mount Molaya. Schäde, Wippen und andere Knochen der Toten ragten aus der Decke. Unter der Erde waren Schlafkojen, ein Wohnbereich, eine Waffenkammer und ein Safe. Und diesem Safe widmete Craven seine Aufmerksamkeit. Er war so groß wie ein Kleiderschrank und mit Nall ummantelt. Darin befanden sich Stabe von Münzen, Goldnuggets, antike Schriftrollen, ein Ring vor der Farbe eines Weltraunnebels, ein in Leder gebundenes Buch und ein Messer mit einem eingravierten Pentagramm. Genau wie Star-Lord und Rocket hoffte Craven, den schwarzen Vortex zu finden. Doch er war nicht darf. Die Slaughter-Lords waren kein Risiko eingegangen, stattdessen pant Craven etwas anderes, nur abquitt. Der Erste hatte uns hierher geführt, der Nächste würde vermutlich den Rest des Weges zeigen, zum endgültigen Zehre, dem schwarzen Vortex. Wir, doch, muss ich noch weiter schauen, war bei einem leicht gewunderbar. Schicht als Preis, der nicht bewährt ist. Raven will ihn also für sich selbst. Man sagt, der schwarze Vortex verleiht dem, der sich ihm unterwirft, kosmische Stärke. Er verstärkt all seine Klöfte. Womit Craven zur ultimativen Waffe wird. Also, wo ist der? Wo ist der schwarze Vortex? Als wir uns das erste Mal begegnet sind, habt ihr mich gebeten, einen Blick aus dem Fenster auf die Fabriken und Raffinerien zu werfen. Ihr strach davon, wie verschmutzt die Luft ist und wie verseucht. Radioaktiv verseucht. Der Chamberlain-Reaktor. Das geschmolzene Herz der Wasteland. Der letzte Ort, an dem man suchen wäre. Der Spiegel zeigte, dass er im Reaktorkmann versteckt liegt. Waa, eins so stehe ich einfach nicht. Warum holt Craven sich den Vortex nicht, wenn er weiß, wo er ist? Doch ohne Stansiv rupt hier Jagdtheater. Die Menschen nennen Star-Lord den letzten Helden. Wenn Craven diese letzten Helden besiegt, ist er der wahre Herrscher der Wastelands. Und darum seien alle zusehen. Weiß Quill überhaupt, womit er es zu tun hat? Das weiß er. Craven hat es ihm gesagt. Es ist blicht nur eine Jagd. Es ist ein Wettlauf. Es reicht ihm also nicht, dass alle ihn für die Spitze der Nahrungskette halten. Craven muss es sich selbst beweisen. Was für ein lächerlicher Witz von einem Mann. Verhartet ihr mir euren Plan, Emma Frost? Wenn ich eins im jahrelangen Überlebenskampf gelernt habe, dann, dass ein bisschen Manipulation große Folgen haben kann. Worauf folgt ihr hinaus? Star-Lord muss nicht alleine kämpfen. Ich werde die Second Dawn versammeln. Und ein paar Ghosts weiterholen. Und dann wäre da noch deine Rolle in der ganzen Sache, Korre. Was ist meine Rolle? Die Revolution ist nicht vorbei, Schätzchen. Sie wird übertragen, während wir hier sprechen. Ich bin Brandon West, und das hier ist der Raub der Jagd. Der besondere Spektakel wird wie immer durch unsere Drohnen live von der Front übertragen. Aus den Radiation Woods, die Bäume erleichten, geisterhaft grönen. Und in ihren Fatten lauern unsichtbare Gefahren, die im bevorstehenden Showdown keine Extraportionsspannung sind. Seien es die Schwärme giftiger Fledermeise, die hundergroßen Spinnen oder die Albino-Klappers, landen die jenes, an denen's abgesehen von Cravens scharfer Messerklinge wird der abgeheiftete Peter Quill mit zu einigem zu kämpfen haben. Wir gewöhnlicher halten unsere Teilnehmer primitive Waffen, doch heute ist ja ein besonderer Tag. Mit Cravens Sägen, oder besser gesagt, dass ein Belangenhen wird sich Quill mit seinen eigenen sechssisten Revolvern verteidigen. Zurzeit liegt er aber noch bewacht von einem Doom-Bot in Ketten. Schalten wir doch mal zu ihm und seinen verflurten Waschbären, um jeder letzten Worte zu hören, davor es in die Wildnis drehts. Hier, ist die Drohne da? Ich könnt die Lehne nur los. Hier, ein Einfurtier, doch. Habt ihr mich hören können? Ihr könnt und werdet sich dann in der Nähe aus dem Schaden, um den Schaden zu fallen. Kohl, danke. Du hast unzählige Leben ruiniert und unserer geliebten Gemeinde unermesslichen Schaben zugefühlt. Also, wie fühlt es sich an, zu wissen, dass dir jemand gleich die Lunge aus der Brust reißen wird? Ja, ee, 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 fühlt sich ein, Wie sagt man denn da, äh, lädt mich an zuf- Boah! Ich hab' keinen, ihr müsst auf mich gleich mitmachen, ihr könnt da auch einen Rift fühen. Tut mir leid wegen der Aussetzer, Leute, aber, es gedacht aufzugeben, und ich denke mal, genau so einen Moment habt ihr aufgerade, aber ihr müsst halt diesen, hm, Verzeihung, aber der Tonstmentrale trug das fachet, ich muss vorgeheben den Verschreibung, wenn leid, weil ihr die, ne, ey, die Gekken sind aufgekommen, die, ey, warte, ich find ihr frei, zu, zu fach, wir würd frei, und jubelab, das ist auch der Vorsprung, und sie sind unterwegs. Jens, trau, ja, tat offiziell, bekommen, rückte er wirklich leid wegen der Tonprobleme, falls er nicht gehört hat, dass er gesagt hat, im Prinzip hat Quill seine Schuld eingestanden und Reue bekundet, er wünscht, er könne alles ungesehen machen und weiß, was er verdient und, was nun folgt, er hoffte, dass Kraven ihm Finger und Zehen abhacken, seine Zähne auslagen und die Zunge herausweisen dort, so dass der schmerzhafte Tod eine Art Erlösung sein wird. Tja, ich finde, das reicht nicht und kommt auch zu spät. Aber schalten wir mal rüber zu unseren totem Hillfans, ihr Enthusiasmus ist immer regelrecht steckend. Tja, ich bitte noch mal zum Verzeihung, der Kohnspinperte einfach unablässig, aber ihr könnt mir glauben, die Zuschauermenge ist gigantisch, die größte, die wir je gesehen haben, die Beteiligung ist wirklich atemberaubend, alles wirklich, alles ist größer und gewagter an der heutigen Jagd, und niemand verkörpert Gefahr in Übergröße besser als unser Scharfrichter persönlich, Kraven, Bär, Jöda, schalten wir mal zu ihm, während er sich vorbereitet. Kraven, deine Bote ist zu ihm aus dem Käfig gelassen worden, weins wirst du in deinem Jagdhauern drussen, und dann geht's ans Blutvergießen, willst du etwas dazu sagen, nur wohl mir gefällt der Bär in Verländenschwurz Eisestkohl, den du heute trägst, und für unsere Fans, das Design ist ab morgen in unserem Zock erhältlichs. Was, was bedeutet dieser Tag für dich, Kraven, dieser Tag und das Wissen, das Lord Doom, äußerst zufrieden mit deinen Bemühungen ist, seine Herzhaft zu verteidigen, nur die Geschichte an Tag der Prüfungen, des Schmerzes und der Ausdauer, heute, ist der Tag der Abrechnung. Standort, Iblek Hilt, außerhalb von Dungwood, Annie Creek Falls, in der Waffenkaller. Situation. Emma Frost versammelte über einen telepathischen Aufruf alle Fraktionen des Widerstands. Die Second Dawn mit Joanna Forge und die Ghost Rider mit Red Quarter. Zu viele Jahre haben wir unsere Forderungen, genau wie unsere Waffen und unsere Ausrüstung, hier vor der Welt versteckt. Doch damit ist jetzt Schluss. Ich verlasse das Heaven and Hellfire nicht oft. In gewisser Weise habe ich die letzten Jahre in meinem eigenen kleinen Käfig gelebt. Ich hoffe also, ihr versteht, was es mir bedeutet, dass ich heute hier an eurer Seite stehe. Unsere und wirren Gölner. Und wir alle. An der von Korra hier hat eine Verbindung zu Wockets Handschuh hergestellt. Sie verfolgt aktuell Simon und Quirins Weg durch die Red Yates. Sie bewegen sich in südwestlicher Richtung auf den Chamberlain Rear. Ihr werdet losleiten und alles in eurer Macht Stehende tun, um die Jagd zu unterbrechen und Craven aufzuhalten. Quirin und Wocket müssen vor ihm am Reaktor ankommen. Also damit ich das richtig verstehe. Wir weiten in einen radioaktiven Höllenofen, der von Doombots umziegelt ist und voll mit mutierten Kriechtieren. Er merkt, wo er ein heidnackter Psychopath mit dem Messer lauert. Das ist korrekt, Fred Kratter. Und wenn Quill den Schatz findet, diese schwarze Vortex-Ding, dann verwandelt er sich in eine umnaufweizer bei kosmische Supermach. Eine Art Gott. As, das wäre Quinsitier der besten etliche Ars. Dann heiter halten die Craven auf. Und Marmali. Also die gute Behernte. Der kosmische Quill erledigt Doom und lotet eine Zeit der Blüte für die Leitgeflagten und ich frechte, ich stolpere in ein Nest von wütendem Klöppertschlamm, bevor Craven mir die Nuss absch. Licht zu vergesseln, felsglänselnder Leben, während sie durch die Strahlung an Krezerkalki und einen langsamen und qualvollen Tod sterben. Bäh. Bäh. Ich lebe sowieso schon viel zu lange. Was hat wir Leute? Jumere guten Glabdorf, Fachluiz. I-U-Aah! Du, Flito, wie damals, als ich die Gabel mit der Burrito und die Mikrobeli gepackt habe. Ja. Wacke? Wacke, da. Da sagt ein Handschuh. Der, ich mach immer an. Es sind doch zwei Meilen des zum Reaktor. Die müssen ja, die müssen ja nicht rennen. Ja. Ich weiß, woran du denkst. Das ist der Kattel, der, ich kann doch einfach auf meinen Eibus, ich schiefe da. »Ja, so bricht der Blut das Genick der Frau Kröven, das erledigt. »Ei, der lief mal ab.« »Na, ich vod nie wagt, bläht mich.« »Neid, das klacht, du, und auf keinen Fall ist es lustig.« »Nein.« »Ja, alt Schott, warte, brach da.« »Ich schlanne. Die ist ziemlich groß. Lacht, wo es heißt, dass Dinge in Außenbrusten breit sind.« »Soll ich sie abknallen?« »Nein.« »Er brauchnt Monitio.« »Die halten einfach Abstand und gehen drumrum, einfach drumrum drin.« »Ach, ach, doch einer.« »Ach, flach mich da.« »Tack mir nicht vorbei. Fert doch, die muss irgendwo nes Zeit.« »Ech, ich mach, dass es Blute.« »Du hast Blut gehandfert. Geh weiter.« »Hö, ja, komm, ich trage dich.« »Miemand trägt mich.« »Tusch, mit mit dir.« »Ich hab gesagt, geh weiter, mach scho ihr Fliegen.« »Lein, nicht die Boosterstiefel.« »Ich hab sie von Fort justieren lassen.« »Sollte alles funktionieren. Ich mach auch ein paar Flieger-Tunes an, und da quosen wir hier raus.« »Seh, also steck dir deinen Steuern in den Arsch, ich lache doch, du, beäfft oder dich.« »Uah, du hast lernen, nes selbst zuvor.« »Sorry, du satt.« »Ich achte, sag, laf mich, du isch lecht, rech auf, was weiß ich auch, quere.« »Ich hab mir nur eine Reihe, ochen, rei, geh es, vorei, sech, lech, fach, bitte, belau.« »Zner ist von now.« »Fall sie jetzt erst zugeschaltet habt, unsere Drohnen haben gerade beobachtet, die der Löser Quill und sein Flohbeutel von Wasbär knapp einem Klapperschlangennest entgangen sind. Doch eins ist sicher. Crave werden sie nicht.« »Er ist mit einem Sprint gestartet in I-Guide-Out-Torchheit ohne Clickboards, die Waffenkammer.« »Situation.« »Joanna Forge und ich arbeitet wie gemeinsam daran, die Sendefrequenzen der Drohnen zu stören.« »Unser Ziel war, das Letzwerk zu hacken und die Propagandasendung zu unterblechen.« »Emma Forge, ich glaube, ich habe die Sendefrequenz der Drohnen identifiziert.« »Fau Hatsch, ich habe die Sendefrequenz der Drohnen identifiziert.« »Cora ruft jetzt die Drohnen.« »Tal losgehen. Ich habe einen Werfer bebacht. Das Geschoss zerteilt sich im Flug und wirft dann ein Netz aus. Denn das sind die Povellachand. Stürzt die Drohne ab.« »Gute Arbeit. Die Drohne nähert sich.« »Das ist also der Anfang vom Ende.« »Machen Sie sich bereit, Joanna Forge.« »Fuh, auch auf dem Himmel?« »Finne, ach, ach, ziert, en, sech, die, siehunderte, die, ab, die auf.« »Uch ob immer schreibt das System.« »Dantwand volieren wir, die Stimmen in dritter Ecke, deinen Ächeren, streilang in einen Schneechturm, schracht, »Utet, wo ich käme nie überfurtzig.« »Höre um ihn mal. Kräven dort lan, hör mal. Er ist stehen geblieben. Vielleicht wird er das im Winker wochen, oder er hat er das ge...« »Oh, jetzt hör ich es auch, lad ich.« »Ich kann das Geräus nicht deutlich einordnen, aber wir wissen ja, dass die Radiation-Words voller unbekannter Drohungen sind. Das macht den Ort ja zu einem so spannenden Schraub.« »Kräven nindert seinen Kurs nur, und schwintet jetzt bergab.« »Okay, lasst die jetzt unter eine bauen. Einer mächtigen Kiefer.« Er klettert hoch. Die macht das erst geschickt über den Stamm und steigt keine auf die ersten Verze...« »Nur, Stockler auf einem Aste, zieht sein Bowiemesser mit dem Knochen.« »Wisst ihr, was das heilt?« »Der wartet.« »Er wartet auf seine...« »Oh, und da ist wieder dieses Gewäusel. Ich sage es noch ein Gerner, der ich glaube es doch zu kennen. Und ich denke, Kraven tut das auch. Das ist ein Ghost Rider. Oh, Leute. Nun, Leute, diese Jagd ist gerade um einiges komplizierter geworden. Ähm, Kraven wird gejagt. Ich wiederhole, Kraven, der Jäger wird gejagt. Unsere Drohnen konnten jetzt den Ghost Rider visuell erfassen. Die Gesichter, keinem läuft, und es ist...« »Wrät Krater, ein gesuchter Verbrecher, der zuletzt in Mausenposten der Heizsehen gesichtet wurde.« »Die Ohren entglädigt, büllte Masse, bläblich wird auf den Ghost Rider, Herr Hollandsklohn, meine Kicken, rassenden Jägeres, der säen die Wurst. Hier, ich habet feiern noch nie so... »Wirrnack er säen, eh, es lein zu euch hat die Nothano wieder geschautes. Nothat, ich sah noch, dass derf mir nicht vom Aßenpap, der kurios nachigen, wie gut.« »Dessen Bille befolgt du, Godward?« »Werb da der befohlt, mich zu breitle, bitte?« »Ja, jeder etwas verfohlen.« »Wirrnack er aufruht sollen dir im Revolutionenlicht. Wie viele Ghoste weitersehend in den Bick-Bick.« »Die Zersee-Übersendung.« »Betleus ist...« »Die Leute haben derer Lust mehr.« »Flam die Scharze voll.« »Das Weier brennt, und das ist Zeits und Empf.« »Ein Raum ist geboten.« »Beblut ist das mehreren Wunden.« »Der Kampf ist obacht.« »Der ist der Nicht.« »Die Segen Dorn haben sich erhoben.« »Ihr überschlagt eure Pferde mit Pollersteinen, damit die Uferfunken schlafen.« »Ihr verhüllt sie in Wartzer Rostum und Abnautbrecher am Zahnkäupt.« »Damit sie gefährlicher wirken.« »Wohoffest du hinaus?« »Ich denke, du machst ne Worte, dass Gündbiche oder mit Wann eine Po um Eurost war.« »Der Liegen zu verbergen.« »Aber ich dachte, »letzend Leinenhafen, und der das Menschen dientloch.« »Was folgliches, die Spielchen sinnlos zahlen.« »Ist immer vorst und reinführend.« »Das schnitt dir, woher ich schier, und ich beende dein Deid.« »Weige weiter, und ich lasse dich hier liegen, bis Pofenabt.« »Uhr ist vielleicht los.« »Welle du.« »Daut du.« »Bach.« »Das ist es, wirrenfam.« »Die Köp-Vipörung der Bauern wird nur von ihrer Zahn-Pickrich-Klavik-Übertorten.« »Bitzt, wir bricht.« »Du nicht.« »Standort.« »Der Chamberlain-Reaktor.« Situation. Quill und Rocket banden sich ihren Weg durch die Ruinen. Seilenwaffen eingestürzt. Überall türmte sich Schutt auf. Der Sicherheitsmandier und die umliegenden Bürogebäude waren zum Teil zerstört. Der Reaktorkern pulsierte. »Ja, siehst du das?« »Ja, ach, ach, der Reaktor ist völlig im Arsch. Uns möchte so hell, dass wir nicht mal hinsegnen, aber...« »Wir schwanzenbord hat's es.« »Erwartet schon.« »Erwartet.« »Erwartet ab doch.« »Aprat, was ist los?« »Ach, auf damit.« »Du weißt, gelau, was groß ist.« »Als Darmorin gesagt hast, ich muss lernen, mich selbst zu tröchen.« »Was ist so der Gebär?« »Ehm, du weißt, du weißt verdammt genau, was sich für beide...« »Na, Pwill, es ist das Ende.« »Immal, dass wir zusammenlaftigen Gau.« »Lanne weißt du es schon.« »Das für ne Rülle.« »Wir nicht gesagt.« »Was hätte das denn je end?« »Wir rumsitzen und uns gegenseitig leidt er nicht.« »Der Wurst zählt er da.« »Dann, da bist du, Quill.« »Da ist dicht zu mach, mir gehen zu enden Flark.« »Aber weißt du, Hoh, womit du hecht hattest, ah, dir ins Lehn.« »Und zwar in dir.« »In uns, Matt.« »In uns?« »Ich wollte die da bis ans Ziel bringen.« »Hab ich geschafft.« »Aber jetzt sind ja da.« »Bach, also.« »Pach, tue's für mich, bitte.« »Geh.« »Ich, ich will nicht, geh.« »Ich geh nicht, du richtig.« »Das wust du, Arda.« »Sonst bist du bald innen flüssig und läufst aus wie so'n Lavakuh.« »Bach.« »Also geh.« »Schnapp dir den Vortex.« »Bach, du bist gleich hier.« »Oder Lichtranum bringt dich um.« »Oder ich bring dich um.« »Wenn du nicht.« »Aberf.« »Geh.« »Okay. »Halt.« »Warte. Gib mir erst deine Schießeißen.« »Ja, oder?« »Das gräfende Kuhl zwischen die Augen.« »Du jetzt hingehst Porsley, der ja nicht mehr.« »Wark.« »Wenn alles gut geht, wirst du die nie wiederbrauchen.« »Händig den schwarzen Vortex.« »Ich kann dich nicht einfach hier liegen.« »Josenbraust deine Gnattern nicht.« »Und mich brauchst du auch nicht.« »Warum sagtest du sowas?« »Quill.« »Du wirst der Held sein, der du immer seinfacht.« »Hee.« »Wö.« »Dau endlich ab.« »Oh, und da sind wir wieder.« »Seid gegrüchst, euer Bürger der Victorins.« »Helgener, der es eingeschaltet hat, dem sei gesagt, dass die heutige Erbtejagd bisher von der ersten bis zur letzten Sekunde eine echte Fallgasnummer.« »Ach, sonst hält man sich quält und sein Obedetjagd über die Aachenwurz, während der unentwegt von den Ghostridern attackiert wird.« »Er hält sein Bowie mit seiner Hände, schlägt zu, und erwischt den Lauf eines Tiers.« »Und am Ghostfighter gehen zu Bauten und die Wundfass südlich dich kräven auf die Burst des Ghostweilers ein, zweimal, zweimal, zweimal achten.« »Wann, die gesamte Klinge ist blutverschmiert.« »Jetzt biegt sie unten einen Ast zurück, ist die Norseanshütte für deine weiteren Ghostweibers, dem Satte.« »Bissach, bei Schwalzern, in August, frägen Tom, klei der Hauertsvangelot.« »Er hat die Fährte des Ansehnen, die das wohl verloren, denn, kös, kriegt keine Fährten, die er die Terroristen, morgens ist mit Nüsterst und neidere Fünster auch gemacht.« »Törrelle Leben, und prübetotischerweise, hätten nicht wollt, denn, das ist der Störung.« »Bleicht nutt ich schon mal schweilen, mit aufs Sand, denn, das lacht der Stipp, zu skater, so zu mutter Sonsystem.« »Sind wohl, aber ich, das blüht, und wohl hat sein Schütze, als selbst ne sind, du, wahlut.« »Eintwag C-1451Z-2N. Standort. Die Black Hills. Annie Creek Falls. Die Waffenkammer. Geheime Basis der Second Dawn. Fünf Meilen südwestig von Doomwood.« »Situation. Nachdem wir in Besitz einer Drohne gekommen waren, öffneten Joanna Forge und ich sie, und identifizierten ihre Sender- und Empfängerbauteil in das Übertrabungsnetzwert einzudringen und es zu übernib, »Sieh's da nach. Die Plastikbart hat die Sender im Blick. Korra, Korra. Ja, Emma Forb. Was? Ich. Ich sammle immer nach. Doch alle Übertragungen sind jetzt abgeschaltet.« »Utsch, du solltest soot na do wood. Wenn die Menschen merken, was hier los ist, werden sie wieder auf die Straße gehen. Und was genau soll ich tun?« »Die Leute sollen ihren angestauten Frust an der richtigen Stelle rauslassen. Bühr sie an.« »Genügel ihn auf.« »Zuldungsadbies. Ganz genau. Und was machen wir, nachdem wir in die Tür eingetreten haben?« »Die größtmögliche Reinigung hat immer noch ein loderndes Feuer.« »Brennt alles nieder.« »Wittelswö.« »Götter der Macho.« »Standort. Der Chamberlain-Reaktor. Lästlich von Doomwood.« »Situation.« Drohlen bewegt, bis sich an Himmel, während der Geschwächte, sterbende Wocket Wache hielt. Kull erkundete indessen den freigelegten Kern des Deaktors, dem schwarzen Vortex.« »Na. Wack, ich habe ihn erfolgt.« »Alf.« »Alf.« »Ich habe mich schwarzen Vortex gefallen.« »Er ist wirklich im Reaktor.« »Kroch.« »Kroch.« »Nein.« »Wozu denn?« »Was hast du vor?« »Planänderung.« »Du kommst mit rein.« »In dem Deaktor.« »Du kannst mich nicht mit in den Reaktor nehmen.« »Klar kann ich das.« »Reise.« »Ich muss.« »Ich, ich, ich, ich wusste.« »Du bist Wasser.« »Jetzt kommt der Warntraum vor lauter Strahlung.« »Ich hab das Gefühl.« »Ich hab Batteriesäule im Ehren.« »Ich muss Wache halten.« »Ding, Kräven.« »Ich muss Kräven aufhalten.« »Ich muss...« »Hast du das gehört?« »Er kommt.« »Deswegen müssen wir uns bei.« »Los.« »Nein, nein, 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 deswegen muss ich bleiben.« »Und kämpfen.« »Zugler.« »Ach, lustig dem Razzin-Vortix sollte werfen.« »Ich, derach.« »Was zum F...« »Klarest du der, warum ich?« »Du unterwirfst dich, füllst die Adern mit Power und fährt ein System.« »Ach, anheimbar.« »Nein, das warst du nicht.« »Hatte sei dein und da.« »Nicht meiner.« »Nein, das wird nicht passieren.« »Was soll das?« »Warun der Lift verdappt.« »Warum?« »Weil das Beschiss ist.« »Ne kosmische Krücke.« »Die braue ich nicht.« »Und du auch nicht.« »Jetzt komm endlich mit.« »Werben ist gleich hier im Ernsthalter.« »Kosmische Kräfte machen dich nicht zum Helden.« »Und auch nicht zum Superschurten.« »Genauter wenig wie ein Unhang oder ein bescheuerter Codename.« »Dafür muss man Zelda sorgen.« »Wag.« »Wag.« »Ja, wag.« »Bitte.« »Du verweckst hier.« »Na und?« »Der Worte rarret dich wett.« »Ha, vielleicht.« »Vielleicht aber auch nicht.« »Und selbst wenn, was ist der Preis?« »Dach.« »Keiner, den ich bezahlen will.« »Ich unterdärf mich nichts und niemanden.« »Ich lebe, wie ich will.« »Und genau so sterbe ich auch.« »Das lösen sich nahe neu.« »Diberti vernon.« »Diberti vernon.« »Diberti vernon.« »Diberti vernon.« »Diberti vernon.« »Diberti vernon.« »Siehre ich euch überlieb.« »Wag.« »Lern die Kanonen.« »Ach, okay.« »Du bekannst eine.« »Ich behalte die andere.« »Bumm, bum.« »Seid ihr bereit für euer Ender?« »Hach, ich ...« »Womet.« »Umet.« »Dieb eine Sekunde.« »Woch nicht grad.« »Was soll es ham essen?« »Waben.« »Waite.« »Elge...« »Ne Sekunde eben.« »Nur ganz kurz.« »Dich wusste noch eben den...« »Moment.« »Ich haff's gleich.« »Oh, leil! Nicht da wo quälen, wunschon, leunscher, jels! Warte doch mal art, was den Schießteilekugel quäle! Gute lauch! Uw, hau eit jere mit dem Böden abfack! Bin scho bich zuhause! Chof! Tim, da! Jetzt kann's losgehen! Warte, warte! Das ist ein Zeitsorger, ah! Isoch! Die Beach-Boys is a de... Los, Jeff! Es ist Zeit zu sterben! An! Wer eit? Weit! Mägen benoß! Tssst! Hallo? Können Sie mich hören? Mein Name ist Cora. Ich bin ein Vidilian-Schar-Vikroda. Und dies ist die letzte Episode von Raubtee-Jagd. Huwa! Spaß! Brandon Best wurde offiziell ersetzt. Und die Person, die seinen Job übernimmt, ist Doomwoods allseits beliebte Emma Frost. Bitte heißen Sie sie herzlich willkommen! Hallo da draußen, meine Süßen! Sicher wollt ihr alle dringend wissen, was sich gerade zwischen Quill und Craven abspielt. Nun, ich werde es euch berichten. Doch bevor wir zu unserem Update über den Showdown am Chamberlain-Reaktor springen, sollt ihr wissen, dass dort etwas versteckt ist. Etwas, das viele gerne hätten. Vor allem Lord Doom. Und dieses etwas nennt sich der Schwarze Vortex. Ein kosmisches Artefakt, das demjenigen, der sich ihm unterwirft, große Macht verleiht. Nicht Peter Quill ist die Beute der heutigen Jagd, sondern der Schwarze Vortex. Die Jagd ist seine Schatzsuche. Und Craven will genau dasselbe wie Quill. Er will dasselbe wie wir alle. Er will Lord Doom stürzen. Es ist schwer, sich eine Welt vorzustellen, in der wir noch schlichter dran sind, oder? Doch wenn Craven den Schwarzen Vortex bekommt, dann leben wir alle in seinem Jagdrevier. Als Beute. In den Ruinen des Chamberlain-Reaktors geben Quill und Rocket alles, um Craven aufzuhalten und am Leben zu bleiben. Ich habe Arsch, Zweifel, Flach, Steele und Dunfer. Die Guardians versuchen, so viele Hinterlässe wie möglich, Zweifeln sich und Raven zu bekommen. Ich wurde Hübe. Rostiger Autowracks. Lauf! 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 »Ach, ja, ha, ab!« »Wird blocket, wird das Messer abgefahren.« »Es steckt in seiner Brust. Er hat seinen Freund gerettet.« »Ach!« Wockig liegt liegtlos am Bohnen. Nicht belegt sich mehr. Außer Queer. Den Revoi waren und zieht die da auf Craven. »Du, woher gab da?« »Ach, ach, ach!« Und Craven geht zu Bodich. Was sollte das wahr? Warum machst du sowas? Warum? Der erhält sich eine große Nummer. »Ach, voller neue Kuchen.« »Entscheide ich ihm eine Nummer.« »Deul ich das rausziehen. Das Messer, äh, an ich, ich mein, soll es rausziehen.« »Schön, soll es versuch, zu spät.« »Zutief, rein, wagnet, da.« »Mugnein, mal dich.« »Ich war, passlich, ohne dich, war aber kein Scheiß.« »Ach, klar, stattste davon, Kopf ist groß.« »Fast dieses nervigen Optimismus.« »Ach, hab uns hierher gebracht.« »Und, dann bring, und lau bis ans Ziel hin.« »Its pass mal gut auf.« »Du musst mir ein Gefallen-Tor.« »Darf klag des Scheiß-Welt-Reppen.« »Käß er es bitte schon mitgung.« »Ach, Leute.« »Wagen, arg.« »Weit, wag, äh.« »Weil der Alter vorleht.« 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 »Its того, neil.« »Neil, das lebt.« »Neil, da war, be.« und kleudert ihn gegen eine Willkommenwammel. Kull hat keine Chance, nicht aufzurappeln. Graven prügelt weiter auf ihn ein, wird ihn zur Seite. Die Wand des Sicherheitsmantels ist noch weiter aufgerissen. Der Gwahn des Reaktors pulsiert im Innern. Mann, ach, nur gut vom Hinsehen. Es ist, als würde man in die Sonne starrt. Und nur ein Knastschritte entfernt, ist der schwarze Wortbix. Er ist kleiner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Er ist, wenn man bedenkt, welche Macht er in sich trägt, geradezu winzig neben dem Hieaktor. Kull liegt noch immer am Boden. Der Watt einen seiner Busterstüttel ausgezogen und zieht damit auf Graven. Kull aktiviert den Stiefel und lässt ihn los so. Er lüft Graven auf der Brust. Graven wird mitgerissen und fliegt durch die Luft. Nun nahm am schwarzen Wartix vorbei. Er steuert die Wickt auf den Reaktorkern zu. Und verschwindet im gleißenden Licht. Graven ist verschwunden. Wir will sich das an, du Dretz. Wie fühlt sich's an, wer bald verliert? Au, bist tot. Ach, du solltest vielleicht auch noch mal Tod verändern. Ach, wie so, ich lebe's. Graven oder seinem Papa, taum mit vorwärts. Es sind nur noch wenige Schritte zum Schwarzen. Wir gewöhnen. Weig war, Kübenberge. Quäve. Jo, was es los war. Ach, wir rissen, weil er hau auf jedem und das Licht rauskundet. Sie, du, sie nicht gesorgt, auch so ist. Du bist nicht so der Tück für unter der Fischkei da. Du rissen, vielleicht hast Körsch verstanden das. Geh, bin ich zum Kleing-Oxten-Lirn-Kos-Schwarzer-Vortex-Vertrag. Den Schwarzen-Vortex kann man nicht kontrollieren. Genauso wie mich, wie man die Hoffnung besiegen. Kraven ist tot. Fühl, äh, die Maske. Du, waaah. Zurück bleibt nur ein verlorenwas kleines Kind. Lieb wohl, Sergei. Bäh. Dantod, der Chamberlain-V-Aktor. Situation. Nach Cravens Tod stand Quill eine Zeit reglos vor dem Schwarzen-Vortex. Dann schüttelte er den Kopf. Wandte sich ab und verließ das Kraftwerk. Draußen kniete er sich neben seinen toten Freund, Locket. Dann ertönte plötzlich ein Geräusch von oben, das die Gesamt-Bild-Black-Hills erbeten ließ. Räusch, das nur Eiles bedeuten. Doom hob den Revolver-Leaden-Locket auf und fuchtelte der Welt damit herum. Dann fiel Eid-Shuttle-Ider-Quirland. Schien es fast so, als hätte sich der ganze Berghang von Lord Doon erhoben, um die Rebellion unter sich zu be- Doch es war ein Schiff. Heil-Raum-Schiff, das aussah wie ein Spuk-Schloss, war dasselbe, mit dem Quills ganze Geschichte begollen, und dieses Schiff gerührte. Der Collector. Du, aber wie hast du ja aus der Sache mit den Slaughter-Lords gelernt? Du und Locket, ihr Trag-Peilsender. Ich schicke euch zwei Schwachköpfe doch nicht los, ohne mich abzusichern. Zum Glück, denn ihr habt euch schließlich als ganz und gar nicht vertrauenswürdig erwiesen. Du willst den schwarzen Wartrecks. Bitte, er gehört dir. Ja, Mr. Delicious, es ist so weit. Eigentlich ist es so weit. Ich weiß nicht, ob du die Fleischfetzen und Knochenreste aufgefüllen sülfe, aber ich empfehle dir von dem, den absteuert zu halb. Ah, du denkst, ich will mich ihm unterwerfen? Täzt du mich etwa für eine so machtgierige Narzisstin? Was wirst du sonst damit? Das Gleiche, was ich mit all den Stücken aus meiner Sammlung will. Massenvernichtungswaffen vor den falschen Händen bewahren. Äh, jetzt wirst du mich umbringen, richtig. Darüber habe ich nachgedacht, ja. Aber solange du mir nicht in die Quere kommst, würde ich sagen, hast du genug gelätten. Oh, äh, ich schätz, weil ich hab eh nicht nieder. Die Qualum hat mich inzwischen weinst weichgekocht. Vielleicht, wenn du ein normaler Mensch wärst, ja. Wach, du bist nur ein halber Erdling. Ohne das Spartei-Blut in dir würdest du schon lange nicht mehr atmen. Oh, ich weiß, dass du mit deinem Erbe nicht im Reinen bist, aber deine Familiengeschichte ist mehr als die Fehler deines Vaters. Du, was immer der schwarze Vortex dir vielleicht gegeben hätte, hast du gar nicht nötig. Du trägst andere Kräfte in dir, die nur darauf warten, um ein Fesse zu werden. Zurück zum Beschäft. Ihr habt zu spät geliefert, aber eine Bezahlung ist trotzdem angemessen. Oder? Ja, ich will das Geld nicht. Nicht? Fällt mich. Ich wollte dir auch keine Credits anbieten. Was ist das? Ein Saatkrom. Ja. Und zwar nicht übend eins. Es ist ein äußerst seltenes. Achma. Nimm es. Ist das? Ist das eine Flora, Kolossens? Genau. Beiche Pflanze wiegt dir ein Wärm für deinen neuen Gefährten aus, denkt Melissa Villarro Jr. Äh, Groot, Pfeifogl, wockelt sich in eine Massenvernichtung, so ververwandelt Peter Quirr, der ihn. Sonst schrumpf ich die Erde auf die Größe einer Murmell und nehmen sie in meine Samtchen. Danke. Ich schätz mal, ich werde eins liegt auf der... Es ist Zeit, Victor Van Duum in den Arsch. Wie viele Menschen haben rebelliert? Mehrere tausend. Sie marschierten angeführt von Joanna Forge durch die Stadt und den Höger hinauf. Und die Doom-Bots haben den nicht versucht, den Aufklang niederzuflirrten. Die Doom-Bots funkten auf derselben Frequenz wie die Drohnen. Ich habe sie vom Netzwerk abgeschnitten. Und so marschierte der Pölbel bis vor die Trohe. Die Tore der Feston waren verschlossen, doch das hielt die Rebellen nicht auf, wo haben sie. Ihn, der Funden. Er saß auf dem Thron und wartete auf sie. Das bärmlich. Er wollte wohl noch seine letzten Momente der Macht genieb. Hat er sich gewehrlein? Er hat sich nicht gewehrt, zürich nicht. Er war nie ein Kämpfer. Auch die Drecksarbeit hatte anderen überlassen großmal. Er war ein Manipulator. So erkannte ich erstmals, dass nicht alles so war, wie es schien. Über Tragomen, auch das Propagandanetzwerk von Brandon Best, gingen von demselben Ort aus. Und in all der Zeit kam niemand auf die Idee, mich zu... Die Menschen mussten nicht nach euch suchen. Ihr wart überall. Doom war überall. Er blickte von Mount Rushmore hinab und kassierte Steuern auf den Straßen. Ach, meine Maske. Die Maske, die er dürft goren hat. Wo haben die Menschen mit ihm gemochert? Es gibt einen Ort namens Totem Hill, wo Craven seine Jagdtrophäen zu präsentieren pflegte. Dort brachten sie seine Leiche bin. Zumindest das, was von ihr übrig war. So an die Geier an die Macht gitten. Putzderhauf kehrte ich in die Ruinen der Festung zurück. Ich hatte euch bereits vorher gehört, als ich den ferngesteuerten Doombot in den Kontrollrahmen legte. Ein Geräusch kam vom Boden. Ein rhythmisches Klopfen. Ich erkannte es als Morsezeichen, mich früher oder später jemand hören würde. Dann fand ich die Zelle unterhalb des Throns. Ich hatte schon angefangen, sie als Gwarf zu sehen. Ich weiß, ihr seid schwach, aber im Nichtschut. Betztajob, ich wollte euch nicht gründen. Ich mut mich nur erholen. Du Jahre in diesem Loch, Babra. Warten wieder. Ich wutz sie drab achten. Bangs, dass ihnen nur Ruhe benötigt. Weil es musste euch so wundwuppern immer vorsprungen wie möglos. Für den Fall, dass sie euch wahrnimmt. Mein Dank ist dir gewiss. Damit enden meine bisherigen Aufzeichnungen. Der aktuelle Eintrag C-1451Z20 findet in diesem Moment statt. Könnt ihr mir sagen, wie ihr zum Gefangenen von Brandon Best wurdet? Nord Doom? Wir hatten es lange, lange geplant. Es sollte ein Aufstand gegen Inkompetenz und Unterdrückung werden. Gar nicht so viel anders als das, was in Doomwood passierte ist. Aber in viel größerem Ausmaß Ordnung lag in den Händen meiner Gruppe von Autoritären und Geheimagenten, den er wenn schielt. Weed Richards von den Fantastic Four, Cravia und seinen Mutten. Irgendwie hatten sie es geschafft, die Welt glauben zu lassen, dass sie Helden, aber wir wußten. Ich wußte es besser, gezwischen wissenschaftlicher und okkulter Manifestation. Es die Brücke zwischen Neu und Alt. Ich bin Technologie und ich bin elementare Macht. Uns war bewusst, dass einer der Avengers ganz besonders gefährlich war. Sowohl für uns, als auch für sie. Weg Bruce Banner zu vernichten, war den Hulk unsterblich zu machen. Die Kärmschmelze im Chamberlain-Reaktor war kein Unfall. Der Reaktor ist geborsten und hat eine Welle von Strahlung freigesetzt, weil den Hulk darauf geworben habe. Ich Strahlung durchdann, wärmte Warpa und überlud ihn mit der... Ich hatte ein Monster ohne Sicherung, eine Maschine des Chaos, die niemals ein Heiden... In der Natur gibt es ein Phänomen namens »demantisches Fahenbegriff«. Zum Beispiel kommt es vor, dass die Flügel einer Motte gemustert sind, wie die Augen einer gefährlichen Schlampe. Es ist ein Trug, eine Methode, um Frissfahende abzuschrecken oder abzulenden. Genau so verhält es sich bei Brandon Bass. Weben diesem gibt es auch noch das sogenannte aposematische Verhalten. Das stinkt ja zum Beispiel. Es stellt sich nicht nur in einer Drohgebärde auf die Hinterbeine. Es verschwult dann auch sein Sekret. Genauso wie die Klapperschlange nicht nur rasselt, sie beißt auch. Manchmal erwartet einen tatsächlich Gefeilt. So war es auch mit dem Hayek. Ich hätte nicht beim Chamberlain-Reaktor bleiben dürfen. Da Hayek hat den Ruinenfahm... War das wedige Bordalpsteinlands, ein gleißend helles, grünes Leuchten. Ich schwebte dreißig Meter über dem Boden. Ob er das Wahllicht hochgewog, nicht mal annähert, der Hayek brang aus den Twumanzunier. Erkwärtschen schaust der Guft, und ich beging den Welbenfehler wie crazy. Ich dachte, ich wäre das Alphatier. Ich hielt mich für unbesielfahrend. Der Hayek hat mich zerschmettert, mit solcher Gewalt auf den Boden, dass jeder Knochen in meinem Körper brach. Im Weiß-Ich. Es liegt Weisheit im Schmerz. Etwas Holz aufs Feuer. Jawohl, Lord Thun. Zzt. Er sollte mein Pressespeicher werden, als ich die Kontrolle über den Mittleren Westen übernahm. Er war es auch, der mich gefunden hat. Auf so viele Arten zerstört. Dem Tode nah. Er sah seine Chance und ergriff sie. Er setzte die Maske auf und legte den um, wurde eins mit einem Ruf, den er sich nicht verdient hatte. Darum suchte er nach dem schwarzen Worteil. Dadurch würde er dem Anschein der Rechner dem Anschauen. Er wollte tatsächlich im Ma... Aber wie Wackett sagte, Wiedergabe. Dafür muss man Silbersogen. Ganz genau. So ist, was ist aus den anderen, Rinde geworden, aus Peter Quill und Emma Frost und... Das letzte Mal habe ich sie im Einen-Enthaupt-Bajag gesehen. Das Lokal war überfüllt. Die Gäste standen dicht an dicht. Selbst auf der Galerie. Manche steckten sogar die Köpfe durch die Fenster herein. Quill kletterte auf den Tresen. Alle Blicke laden auffielen, als er sein Wistig-Naspen wog. Darnjö. Ich weiß euch, gilt's genau wie mir. Ihr wollt jetzt Gas geben und feiern, dass die Sonne aufgeht. Aber nehmen wir uns ne Sekunde Zeit und erheben unsere Gläser. Er war... Er war mein bester Freund. Ich... Ich wäre heute nicht am Leben, wenn Wackett nicht gewesen wäre. Also... Also trink bitte alle mit mir. Auf mein Freund, der von uns gegangen ist. Aufwackelt! Ach, wie er... Oh... 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 Ist deine Familie verloren, aber... Das hat dich nicht davon abgehalten, zu kämpfen. Die Leute sagten, ich habe sie inspiriert, aber du... Du bist der Typ, der mir Feuer und der Marsch gemacht hat. Dann halt deinen Arsch vom Weltraum färm und sieh zu, dass ihr hier wohnst, schlägt. Ach, so viel zu rein. Und dann erknit auf einmal rast. Ja, sieh es aus, zu einer froh, nachher, hoher, denn der Kopf, wie alle, aber ja, die jubel sind die. Frau, sieh sind der Drunz, weil wundtum erledigt ist. Ja, sieh, sieh dollen, leum, da lieden, zöch, ull vier. Die alle, die hier heut für die Geldstache, das ist euer Sieg, das ist euer Leben, das, und frau, eure Welt, nach, und das, frau, die, mal, mit, oder, pf, und, ins Bandel, weder Daheimnisse, noch tragende, irgendwelche Masken. Wie kommt es, dass du, meine Verbindete bist, in Gubitlaneten, auf die Möglichkeit, sie zu beherrschen, und ihre Ressourcen abzubauen. Ich wurde als Kundschafterin, für das Regilianische Imperium, zur Erde entsandt. Mein Auftrag war, drei mächtigsten Personen, der Erde zu verbinden, und wir sind diese Person, Barren Simong, Bedsgar, und ihr, Lord Victor Vandum. Dir ist aber bewusst, dass du ein Bündnis mit der anderen Seite hattest, seit du auf der Erde bildet. Wo war die beste Möglichkeit, um euch zu finden, jetzt wo dir das gelungen ist. Was hast du? Ich werde eure Assistentin und Chronisten, mit welchen Zierde, auf die kommende Invasion vorzuh-, Ihr werdet selbstverständlich für euren Beitrag. Es will mir dann ja seh, doch bis dahin wirst du mir durchaus nützlich sein, außer ordentlich nützlich. Und jetzt? Gibt mir mein Jawohl, La- Ach, es ist wirklich Sierlomme. Und wie fühlt es sich an? Wie, äh, wie, ein Neu-Ampfer. Was tun wir jetzt, Lord Doom? Leg das nicht auf der Hand. Wir erobern die Welt. Wir erobern die Welt.